Ich werde euch heute hart rannehmen. Ende. Sehr gut, Eggrid gefällt das. Du kannst gerne nächstes Jahr dann bei uns im Hause anfangen. Ja, stimmt, wir haben ein neues Haus gegründet. Sehr gut, sehr gut. Ich dachte, ich bin eh Besitztum. Ne, ich bin ja gar kein Besitztum mehr. Ja, stimmt. Wurde es ja frei gekauft. Muss ich mich bewerben? Ja, natürlich. Muss ich, muss Eggrid sich bewerben am Anfang, am ersten Tag? Ja. Und wirbt sich eigentlich. Und wirbt sich wieder in die Schuldknechtschaft zurück. Oh Gott. Wollt ihr gegen Roboter oder gegen Bugs? Krabbelviecher. Bugs. Gegen Krabbelviecher. Ja. Magst du dich vielleicht auch in die Reihe stellen und diskutieren? Dann weiß ich ganz genau, wer eine Prise Demokratie von mir abkriegt. Ach so war das. Ich habe meine Kamera ganz anders eingestellt. Eine Prise Demokratie. Ich habe gestern das Tutorial gespielt und danach die erste Mission. Also, ich bin jemand, Ranger kennt das ja schon. Unter Druck werde ich manchmal panisch. Ich habe diese Tastenkombination, die den letzten Pfeil fünfmal hintereinander immer wieder falsch eingegeben. Das wird super. Damit werde ich auch scheitern. Sag ich jetzt schon. Also, diese Special-Dinger da. Fall runter, fall oben, ey. Sorry. Na komm, das sieht doch gut aus. Die Obersten haben eure Kameras beim jetzt gerade entstanden. Weiß ich nicht. Bei mir läuft noch alles. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz. Ich stelle mal ein bisschen kurz was ein. Und ob eure Chats macht. Hat man irgendwie die Möglichkeit, gemeinsam Chats zu machen? Ne, oder? Normalerweise sollte der, glaube ich, dadurch gemeinsam sein. Aber ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Oder ist das geplant? Ich weiß nicht. Dann bin ich das anders. Gib mir einen Moment. Really? Zahn. Dankeschön. 16 Monate Helldive mit Ranger. Wow. Darauf eine Prostata. Schön. Für 16 Monate. Danke. Sehr cool. Nice. Für den Support. Wow. Ich verstehe aber nicht, warum ich eine Prostata bekomme dafür. Was? Hä? Das steht da drin. Schon wieder eine? 16 Monate Helldive mit Ranger. Darauf eine Prostata. Nun. Ja gut, wir sind ja halt auch älter bei Ranger, ne? Also. Ja, aber niemand ist so jung wie du. So. Das stimmt, ja. Zartstein, grüß dich. So, ich habe nur eure Chats mal aufgeploppt. So, jetzt. Okay, ich bin soweit. Wie konntest du jetzt so schnell die Chats erlauben? Ähm. Moment. Moment. Chats hat gerade was gesagt. Ihr müsst das jetzt mal kurz, äh, kurz, müsst ihr mal kurz sagen, ob ihr das auch so seht. Und zwar, ähm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hat. Haben die gesagt, dass der Missionsvorleser hier drin sich anhört wie Ress. Komm mal hier hin. Grüße. Hallo. Remis Rastalodge. Vermissen wir auch. Einen wunderschönen guten Tag. Dankeschön, Jun. Danke für den Film. Sehr, sehr lieb von dir. Ja, ich hätte aber gerne... Herzlich willkommen hier. Meine, äh, zartes, äh, Wesen, was ich nie aufgehe. Wir haben so gerade so ein kleines, wir haben gerade so ein kleines Rastalot, äh, Reunion bereits heute, nach zwei Tagen. Eine bessere Idee. Alle, die ihr hier seht. Wartet mal. Da müsstet ihr die sehen. Waren auch bei Rastalot dabei. Oh. Ich war Rangerius. Sind wir so dabei? Das, äh, Rangerius von Weberlichingen. Das war Aviraldis von Weberlichingen. Das heißt Eckfrey, mein Diener. Und da oben ist der Eisbärmann. Rino, wie hieß du nochmal in Rastalot? Rhinothor, ne? Rhinothor, Axtschwinger. Der Eisbärmann. Rhinothor, Axtschwinger. Rhinothor, Axtschwinger. Eisbärmann, genau, der Eisbärmann. Ich habe nämlich gerade einen Raid von Neomoon bekommen und da kam ganz viel Remissed Rastalot. Ja, ich vermisse den Rangerius ja nicht. Also mein Plan, äh, auch nebenbei Aviraldis Plan, Rangerius zu töten, hat ja auch nicht funktioniert. Also so hat sie mir vorgestellt, dass sie dich loswerden will. Will ich ja nur mal sagen. Jede Sekunde sterben weitere Unschuldige. Handeln wir. Ja, gut. Habt ihr gehört? Jede Sekunde sterben weitere Unschuldige. Wir müssen handeln. Ich habe doch schon eine Mission ausgewählt. Hört sich der jetzt an wie Ress, oder nicht? Ich höre nichts. Ich habe keine Ahnung, was du denn sagen. Ihr könnt doch mit dem reden, mit eh. Ihr Feind erwartet nur ein Schicksal. Nein, der hört sich nicht an wie Ress. Nein, das ist nicht Ress. Das ist nicht Ress. Dissidenten sehen ihre Lügen in den kleinsten Rissen, Helldiver. Bleiben sie wachsam. So, an die Geräte hier. Nee, das ist der nicht. Das ist der nicht. Galaktischer Krieg. Warum zocken so viele unrasierte Männer dieses Spiel? Sind die Rasierer kaputt? Hä? Ich bin rasiert. Vor allem meine Geheimratsecken, die sind rasiert. Die rasier ich mir extra hoch, damit das dann hinterher so aussieht. Dann wäre ich älter als 21,5. Also das fragst du Eisbärmann, ja? Ich bin Student, ich kann mich nicht rasieren. Das funktioniert nicht. Bei mir fallen die einfach von oben nach unten und bleiben hängen. Da kann ich nichts gegen machen. Oh Gott, es geht ja schon los. Wollt ihr meinen Schatz ganz kurz erklären, worum es geht? Schießen, Bugs, Bugs, böse Bugs. FDL-Sprung erfolgreich. Die Beschreibung, dass wir einfach nur schießen, ist wirklich die beste Beschreibung für dieses Spiel. Das drückt ganz gut. So. Warum habe ich jetzt von Ranger nur noch Greenscreen? Ja, weil mein Hintergrund ist eigentlich nur ein Greenscreen. Deswegen kann das Regal gar nicht schief sein. Hä, warum hast du ein Greenscreen? Warte mal, ich guck mal bei dir in den... So, ich habe jetzt erst mal für die Leute meine Vorhersage gemacht. Ich will wissen, was denkt ihr? Schaffen wir die erste Mission hier zu viert? Oder was denkt... Was das denkt in der Ranger-Ecke? Überall das. Ich glaube, das schief geht. Du hast echt ein Greenscreen von mir, warum? Ich habe wirklich ein Greenscreen von dir. Also ich bin aber auch noch in einem Tool drin. Und Ecke pausiert auch. Ich nehme euch jetzt raus. Wie ich pausiere? Also bei mir... Ihr lauft alle flüssig bei mir. Ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch. Das gucke ich gleich in Ruhe. Aber erstmal muss man drei Sekunden hier töten. Hier, wir landen jetzt hier. Wie wer ist hier? Irgendeiner... Ich spiele eigentlich gegen... Gegen Roboter oder gegen Wax? Wax. Wir spielen gegen, das ist wichtig nämlich zu wissen. Ich habe nämlich anscheinend mitbekommen, dass die Roboter viel, viel stärker sind als die Wax. Sind die auch. Aber dadurch, dass ich mittlerweile Profi in dem Spiel bin... Hoppala, ich habe etwas Falsches ausgewählt. Aber sonst bin ich... Hallo. Du sagst ja alle schon so viele Sachen. Ich habe nur so zwei. Ich habe nur zwei. Ich habe auch nur zwei. Ich habe auch nur zwei. Oh, einen Orangenen. Da fand ich schöner. Da warst du mindestens der von der Müllabfuhr. Ja, aber vielleicht haben auch woanders Müllabfuhr Leute gelbe Anzüge. Also sind wir quasi die Müllabfuhr und holen jetzt den Müll von dem Planeten ab, ja? Ja. Also offiziell sind wir... Biologisch. Also wir müssen einfach nur jetzt andere Käfer vernichten und wir warten darauf, dass Rino frettisch ist. Genau. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt hier eine Quantenphysik oder so schaffen müssen. Wir müssen nur alles töten, was nicht so aussieht wie wir. Wir können keinen Menschen sagen, wer die meisten Eliminierungen macht. Ich sage Ranger. Ich... Eliminierung oder Teamkills? Ich würde die meisten Fans einfach gerade sagen. Also... Dann würde ich meinen Ring auch noch in den Ring werfen. Meinen Ring auch noch in den Ruf werfen. Ich würde die meisten Schlüsse abgegeben. Da spielst du dann auch sehr laut, ey. In this case, grüß dich. Ja, ähm... Da kann man was gegen machen, Ecke, ne? Das kann man ähm... Leiser machen. Fischkrete, moin. So, okay. Bevor wir jetzt loslegen. Hier. Äh... Einer von euch. Äh... Haben wir friendly fire? Evraldes, das ist für dich. Du musst dich da drauf stellen. Das ist ein Power-Up. Der gibt dir dann Panzerabwehr. Nein, geh weg! Da ist Panzerabwehr, siehst du? Hallo! 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 Jetzt ist aber... Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir müssen noch viel machen. Was ist denn die Aufgabe? Was müssen wir überhaupt machen? Interkontinental-Rakete starten. Ja, wir müssen jetzt einmal, ähm... Komm, wir gehen erst mal Joten zum Missionsziel. Das ist das nächste. Kannst du mir eins erklären, Rainer? Ja. Ich hab mich noch nicht verstanden. Wie markiert man auf der Karte? Rechte Maustaste gedrückt halten, dann kannst du dann das da hin und her bewegen. Oh! 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 Du musst mal eure Kameras ein bisschen verschieben. Weißt du, dass ich das im Chat ungefähr 50.000 Mal gefragt habe? Bisher konntest du mir keiner erklären. Wieso liegen wir? Ich komm mit. Einen Moment. Ich hab noch rausgetappt, damit ich was ändern konnte. Jetzt komm mit. Ist aber ganz schön dunkel, oder? Wir sind die hier von der Müllabfuhr. Müllabfuhr. Wir stehen auf um 7 Uhr. Ich hab übrigens jemanden Chat, der arbeitet bei der Müllabfuhr und die sind gelb. So. Rino. Bugs! Ich seh Bugs! So krass! Damit sind eure Argumente invalid, wie man so schön sagt, auf niederländisch. Und den da unten... Ich kann das mal in den Landsprater, als ihr das wollt. Ich kann das auch jedes Mal tun. Das stimmt, du kannst ja auch noch niederländisch, ne? Ja, fließend! Das sind's ja die Aachener. Wie stark ruckelt es? Gar nicht. Das soll mein Chat schreien. Sorry. Kommt drauf an, wie häufig du vom Bugs getroffen wirst, dann fängst es vielleicht an, irgendwann zu ruckeln. Was ist denn nochmal die Paste fürs Heilen? Oh Gott! Oh Gott! Ja, war ja klar, dass ich als erstes sterbe. Ich bin enttäuscht von dir. Deine Schwäche widert mich an. Anni, danke für den 2.900. Ein Twitch-Baby. Und ein bisschen in den Schiffel versteckt hat. Wir haben zwar nichts, der grüßt dich. Waxjagen, Softwareentwickler, genau. Wir sind so im Waxjagen momentan drin. Ihr könnt mich auch wiederbeleben, ne? Also, das ist jetzt... Ich müssen gerade töten, Prioritäten. Ich wollte nur den Sterbe-Sound vorführen. Ich bin auch tot. Wohin wirfst du mich denn? Neben mich. Ganz ehrlich. Anfrage bestätigt. Ach scheiße, da musst du nachladen. Oh, ich bin wieder da. Alter! Alter, 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 Alter. Lino, du hast mich getötet. Wann hab ich dich jetzt getötet? Das macht er aber häufiger. Das stand eben da. Ich hab mich selber getötet. Bin schon wieder draufgegangen. Wie hab ich mich denn jetzt gerade selber getötet? Das stand eliminiert von Rhinozeros, während ich nachlade. Anies, guten Namen. Also, ich glaube, ob wir die erste Mission schaffen oder nicht. Anies, ein bisschen schön schön. Wie belebe ich euch denn wieder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir werden jetzt alle automatisch wiederbelebt. Wir haben noch 14 Wiederbelebungen. Also, alles gut. Wo siehst du das? Ich hab erst mal Probleme mit dem FPS-Zahlen. Also, ich lass mich erst mal regeln, bevor ich irgendwas machen kann. Also... Ich mein Chat sagt, ich nehme das alles töten ein wenig zu ernst. Tut mir leid. Ja bitte, los. Vorsicht! Mir fällt gerade ein, ich hab auch den höchsten Schwierigkeitsgrad, den ich aktuell nutzen kann. Warum hast du das denn getan? Ja, damit ihr mal das Spiel lernt. Was ist denn mit dir? Ihr könnt euch doch nicht die ganze Zeit hier rausreden und dahinter verstecken. Ranger, du geschützt uns schon. Nee, das geht das nicht. Ich bin schon wieder instant gestorben. Ey, wie schwierig. Was ist denn jetzt los? Oh shit. Was? Starship Troopers mit... Also, hier ist es Starship Troopers mit anderen Namen. Ja. Gegen die Bugs. Und wenn du gegen die Roboter kämpfst, dann ist es Terminator mit anderen Namen. Steht und beobachtet, wie wir sterben. Und insgesamt spielt sich dann alles so ein bisschen von der Ideologie her wie 40k. Okay. So heilt ihr auch. Das fasst es zusammen, ja. Ist Ecke da? Ecke stellt wahrscheinlich gerade ein. Oh Gott, ich bin gleich tot. Shit, 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 shit. Hell, die was? Schwierigkeitsstufe Weltuntergang. Nein, wir haben hier so eine Ruhe auch nicht. Nein, wir haben 5 oder so. Nee, guck mal, Schwierigkeitsstufe 4. Also, so schwierig ist das jetzt hier nicht. Das sollten wir schon schaffen können. Wie viel gibt es denn 3? 10. Ja, es gibt 3. Ja, ich habe den Bonus Plus freigeschaltet. Achso, ihr seid direkt den Gegern? Ja, danke, danke. Ich habe euch wiederbelebt. Ich möchte jetzt nicht zören, ja? Nee, alles gut. Ich freue mich. Also, das ist... Hat mal einer geguckt, ob wir hier den Code auch finden? Nee, ich habe gerade euch wiederbelebt und versuche nicht zu sterben. So, sammelt auf jeden Fall die Proben hier ein. Weil die brauchen wir nämlich hinterher, um uns neue schöne Bonus Sachen freizuschalten. Weil wir haben hier so ein dauerhaftes Progress System drin. Was hast du denn da gemacht? Rino? Ja, warum hast du die in die Treppe reingeballert? Ich dachte, das wäre leer. So, wir bleiben hier. Ich halte die auf. Oh Gott. Oh Gott, hol uns mal ein Maschinengewehr. Ah, ich habe aber Abklingzeit. Ich habe aber Abklingzeit. Ich habe noch zwei Minuten bis zum Maschinengewehr. Kommt da noch was raus? Wer lebt da noch? Ich wurde das dritte Mal von diesen Säure-Bugs getötet. Die Säure-Bugs sind so ekelhaft. Das ist mir aber auch schon aufgefallen. Wurden die ein bisschen stärker gemacht? Wir spielen nur auf Stufe 4. Ist noch alles gut. Auf Stufe 4. Das ist unsere erste Runde gemeinsam. Wir müssen uns erstmal einbumsen. Nee, das passt noch alles. Trust me. Ja, die sind jetzt natürlich wieder verloren gegangen. Weil derjenige, der die hatte, ist tot. So, jetzt, jetzt, jetzt drehe ich auf. Jetzt drehe ich auf. Jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Komm, wir sehen uns mal. Jetzt ist hier, jetzt zeigt der Ranger euch, wie es geht. Jetzt wird ja auch nicht mehr gelacht, ja? Sehe ich so aus, als hätte ich heute schon gelacht. That's the spirit. Denkt dran, eure Zusatzwaffen zu holen, ne? Ich habe keine Zeit, um Zusatzwaffen zu holen, weil ich um mein Leben fürchte. Pokéball, flieg! Haben wir den jetzt oder nicht? Nee, wir haben die Startcodes. Ähm, wir gehen als nächstes nach links rüber, also Richtung Westen. 2-9-0 von meiner Position aus. Da haben wir jetzt, da können wir das nächste dann, äh, platt machen. Und je mehr wir davon platt machen, desto besser sind die Bonusse, die wir hinterher bekommen. Du meinst die ganzen, äh, Backnester. Genau, deswegen habe ich gesagt, da können wir das nächste Backnest platt machen. Sollte Ecke nicht auch zu hören sein? Ich glaube, der hat grafiktechnische Probleme. Nee, Ecke muss man auch nicht hören. Ecke muss nur kämpfen. Paket gefunden! So, jetzt müssen wir hier die Kanonen kugeln nach vorne. Du schaffst das, Rino! Du schaffst das! Du hast mich weggeballert. Ich hab nicht weggeballert. Ich lag auf dem Boden. Hey, dieser unsichtbare Kurschner. Wer hat den mit den Raketen mehr verkrattert, hat den irgen geschossen? Wir haben noch vier Verstärkung. Wir sind alle tot. Das heißt, ab jetzt müssen wir... Jetzt machen wir ernst. Jetzt ist das Tutorial vorbei. Ab jetzt ist wirklich... Ne? Aha. Sollten wir nicht einfach zur Interkontinental-Rakete laufen? Vielleicht sollten wir erstmal die... Ja, vielleicht sollten wir die Nebenmission erstmal sein lassen und jetzt diese Mission nur abschließen. Ups. Au. Oh Gott. Ja, bitte. Ich sterbe und sage, oh, diese Freiheit. Ich liebe alles da dran. I love it. Ich mag den Humor einfach so gerne von diesem Spiel. Ah, meine Muniz, alles ist so. Zur Not gibt's auch Nahkampf. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch eingestellt für eure Waffen noch. Mensch. Also. Ich hau da ein ganzes Magazin drauf, es passiert nichts. Ich warte, mich muss ein Maschinengewehr holen. Ah, hier sind die ganzen kleinen Viecher. Ja, ich muss gleich Rino auch nochmal das Bild ausblenden, sonst verdeckst du die Mission bei uns. Okay, lasst uns einfach loslaufen. Wohin? Ich laufe dir einfach hinterher, okay? Ja. Es sollte jetzt nichts passieren auf dem Weg, da kommen wir schnell genug nach vorne. Lauf mir einfach hinterher, ich weiß genau, in welche Richtung wir gehen müssen. Wirklich? Ja. Ja. Ich vertraue dir. Ja. Ich will da nicht hin. Die Granate musste aber sein, einfach nur für den Spaß. Jetzt sollten wir noch schneller laufen, weil das kann sonst sein, dass wir sonst sterben. In Deckung. Weiter laufen, da kommt Orbitalschlag hinter uns. Schnell weiter. Ja. Ich weiß aber nicht, wohin. Wenn du nicht vor mir warst. Oben auf die Punkte, oben auf die Ohrgott. Siehst du die Markierung? Ja, guck oben auf den Strich in der Mitte und da der Orangene Penis. Was? Ranger wird sich der Stelle eingeführt. Strich. Ein Pokéball? Ja. Du musst mich rufen. Das ist doch einfach nicht Pokéball, oder? Er hat was vom Perlworld, ja. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Okay, wir merken uns, wir gehen schwierigkeitstechnisch etwas runter für die nächste. Echt? Hör ich da Kritik raus, hallo? Ich würde dich niemals offen kritisieren, ich habe nur eine Frage gestellt. Verstärkung! Wir haben dich nicht gemacht. Rhinos Stufe Kadett, Reinders Stufe Oberstmajor, Hauptmann General von und zu Hyperkrass. Was wird gespielt? Letzteres. Du bist selber schon Level 5, ich bin nur Level 9, also ich bin jetzt auch noch nicht so... Weißt du, wie langsam man hier Level steigt? Rangirius, dein Magazin, der Mann macht ja Rangirius. Rangirius! Mein Magazin ist leer? Ja, es hat ihm deine Figur gesagt. Der hat noch voll. Und jetzt noch gut. Oh, endlich mal wieder ein Totabag. Bei mir hat er eine Letzten 19, 40. Ecke ist tot. Oh mein Gott, hier ist alles voll der, ich werde das wahrscheinlich, ihr müsst das alleine machen. Wir kriegen hinterher wieder Verstärkung alle zwei Minuten. Aha. Wir überleben bestimmt noch zwei Minuten. Alles mit und ich habe gleichzeitig... Oh Gott, nein! Ecke raided. Ecke? Ecke? Probleme. Hallo. Ja, also ich kann nicht spielen und streamen. Das geht nicht. Das habe ich jetzt für das Spiel entschieden und nicht für das Spielen. Oh nein! Alles gut, alles gut. Ich habe ja heute schon etwas gestreamt, das ist schon okay. Und das ist jetzt richtig doof. Danke für den Raid trotzdem. Ja, ich habe das Problem ist wahrscheinlich auch machbar, also behebbar und so weiter. Dementsprechend dood. Ja. Dann machen. Vielleicht kannst du, kannst vielleicht eine YouTube-Aufnahme machen? Jetzt schreiben die Regale schief. Was war das denn? Ich gucke mal, was ich machen kann. Bei mir ist die CPU, die einfach überlastet ist. Magazin leer! Letzte Zeit! Ah! Ein wunderschöner Lunar. Die AMD hat das Problem mit der X12 und der X12 umstellen und so weiter, dann würde es funktionieren, aber ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich glaube, wie wir quälst. Dankeschön für deine Zeit in 12 Monaten. Ah ja, dankeschön. Jetzt erst mal gut so. Das ist schade. Gut, ich habe nicht einen einzigen Schuss. Wie macht man Nahkampf einen Moment? Was ist der Schuss? Nachschub habe ich auch nicht. Zwei Minuten lang keinen Nachschub. Ich habe zwei Minuten keinen Nachschub. Ich habe zwei Minuten keinen Bestärkung. Dann machst du jetzt den Marathon-Marschub. Hast du das Terminal schon aktiviert? Ich habe draufgeklickt, aber der Code ist noch nicht eingegeben. Also ich habe die Pfeile eingegeben, aber den Code noch nicht. Also der Letzte, der jetzt noch lebt, hat keine Munition mehr und den Code noch nicht eingegeben. Ist das Game wirklich so gut? Ich finde, das ist schon mal ein guter Einstieg für den Abend heute. Ich liebe das Spiel. Ja, und da kommt auch noch ein unsichtbarer... Ja, klomm, komm. Wichtige Frage an die Chat. Mir macht das sehr viel Spaß. Was habt ihr euch heute erhofft? Magst du tüten? Ich habe die Vermutung genau das. Zusätzliche Verstärkungsmittel genehmigt. Oh, da ist eine bestimmte Waffe. Ja, ich habe Munition. Genau das. Das ist schön. Nichts, wir kennen das schon. Wo muss ich denn die Code hier eingeben? Da ist eine Konsole. Wie kann ich denn jetzt... Wie kann ich denn jetzt nur Rino bei mir rausnehmen? Wie hast du das gemacht bei dir? Gibral, ist das so eine Rino rausgenommen? Ich habe das zurecht geschnitten. Man kann doch einfach... Warum nimmt ihr denn alle? Man kann doch einfach den Code... Man kann doch einfach jeden einzelnen rausziehen. Jede Kamera einzeln einpacken. Wie geht das denn? Du machst rechts die Punkte neben der Kamera und dann nimmst du jeden Link einzeln. Oh, okay. Aber das ist jetzt halt nur Ranger. Der Rest ist ja für mich nicht... Nee doch, aber wir sind Strategie-Ecke. Hab ich bei euch ein Bild? Was ist bei uns ein Bild? Ich sehe dich jetzt. Ja, ich versuche... Was ist denn Code? 71375. Ach, man muss auch noch den richtigen Code eingehen. Ach du Scheiß. Ich will Verstärkung. Ist halt ein bisschen schwieriger das Spiel. Ranger, kennst du die Verstärkung auswendig? Oben, unten, rechts, links, hoch. Oben, unten, rechts, links, hoch. Oben, unten, rechts, links, hoch. Also Ranger, ich muss dir jetzt was sagen. Ich schneide dich gerade in Vollbit zurecht und das Regal ist schief. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Guck nicht so genervt. So hast du mich in den runtergeschmissen, Alter! Gott ist will, was ist das denn? Ich hab dich in den Geschmissen von den Gegnern. Alter, was ist das denn? 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 Hilfe! Einfach so'n Backhaufen reingebrochen. Kurzes Film! Ich hab den Zwecke. Weißt du, ich werd von Bugs verfolgt, werf einfach nach vorne, wo keine Bugs sind, wenn da schon wieder Bugs sind. Oh Gott! Magazin leer! Ja, bitte... Magazin leer! Ja, dann lauf! Ja, dann lauf! Mach her, guck! Ich hab keine Munition mehr, es liegt hier irgendwo ne Waffe. Einen Moment, ich kann auch bestimmt mit dem Maschinengewehr holen. Unten, links, unten, oben, rechts! Hochballflieg! Und jetzt noch ne, äh, unten, unten, links, oben, rechts! Hoch! Und jetzt Orbitalschlag! Einen Moment! Einen Moment! Einen Moment, ich mach nen Orbitalschlag! Weg da, weg da, weg da! Was ist der Code? 7, 1, 3, 7, 5, 5! Was? Unten, unten, oben, rechts! Was jetzt? Ich werfe, ich werfe nachschub, fehle alle Logen! Wie viel? Öffentliche Silo-Verriegelung! Wie? Wie? Das muss runter, runter! Da die ganzen Baxter muss alle wegschießen! Ach, ich muss halt, ich muss die da unten öffnen! Ich hab diese Mission noch nie gehabt, von wegen, ich bin so hoch von der Mission von Level her, ja, ja, klar! Nein! Wie kann ich denn da daneben schießen? Der ist so fett, wie sonst was und ich schieß daneben! Jetzt aber! Wann! Ah! Nein! Es tut weh! Rido ist im Loch gefallen! Schwingen! Es war ein sehr schönes Loch! Okay, du bist in den Tod gesprungen, du, I guess? Oh, scheiße! Ach, du scheiße! Ja! Und können sie unter Stress die Kontrolle behalten? Überlebenswahrscheinlichkeit stand beim, beim, beim Bewerbungen! 20%! 20% Überlebenswahrscheinlichkeit! Ja! Passt es ungefähr! Juck mir noch da! Jetzt jucken wir auch noch meinen, mein Nieschen! Ja, dann kratze ich am Mikrofon! Ich hab irgendeinen von euch ganz weit weg geworfen! Ja, kommt die Waldes! Es müsste jetzt, wenn Ecke gerade da ist, das ist, das müsste jetzt, wenn Ecke gerade aber... Ja, dann haben wir gewonnen! Dann haben wir gewonnen! Nee, ich bin es! Jaaaa! Ich bin's nicht! Ich bin hier in der Ecke! Wer haben wir denn jetzt? Nein! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Wie kriege ich das denn jetzt? Ah, interagieren! Du hast noch einen Orbitalschlag nebenbei! Ich? Ja, rechts, rechts oben, oder das ist meiner? Das ist, glaub ich, deiner! Komm zu mir, Ecke! Wie zerlege ich denn die Großen? Das schießen! Im Zweifelsfall! Oh Gott! Halt, 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 halt! Halt, halt, halt! H, 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 H! Ich hab keine Munition mehr! Runter! Scheiße! Ich bin der Ranger hat ne sehr interessante Lache! H, 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 H! Oh Gott! Jetzt bin ich auch tot! Jetzt bin ich auch tot! Schafft in dem Modus! Das ist nur, weil wir, genau, weil wir was eingestellt haben! Ja! Das ist okay! Nächstes Mal schaffen wir! Ja! Oh shit! Können wir bitte ein Spiel, ich Kettstufe runtergehen? Nein! Bitte noch ein höher! Sinnloses Opfer! Wie kommen wir denn jetzt hier zurück? So, warte mal! Jetzt muss ich erstmal, jetzt hab ich euch, jetzt hab ich euch in den Komplettbildschirm hier reingepackt! Das kann ja auch nicht mehr sein! So, jetzt gucken wir mal den Friendly Fire Schaden an! Dann bin ich mal gespannt! Kann ich die Kamera ausschalten von Rino? Ist der trotzdem noch da? Ha? Ha! Getroffene Schüsse! 579! Damit bin ich... Hm? Äh, Ranger, Friendly Fire Schaden, 3000! Ich 79, Evraldis und Ecke 0! Ich möchte es nur mal erwähnen! Nur so nebenbei erwähnt! Also, falls ihr euch nochmal fragt, wer hier die ganze Schose sabotiert, ja? Ich kann da nichts hören! Ich kann da nichts hören! Präzision 85%! Aha! Bei Ranger! Bei mir 51! Seht er mal! Guck dir mal, wie viele Schüsse ich getroffen habe! Unfälle 0! Unfälle 0! So, jetzt mal hier, äh, Layout einstellen, bevor wir jetzt reingehen und wir dann wieder rumfummeln müssen! Das ist ja auch hier ne, äh, also... Du kannst auch... Kaum nur einfach oben rauskappen, ne? Schönen Sie Antworten haben! Achso, stimmt, mit dem... Ich hab euch einzeln genommen! Mit Alt gedrückt halten, dann runter! Ja! Aber ich hab euch jetzt einfach einzeln genommen! Jeder hat seine eigene Perspektive! Alt drückt halten, runter! Guck mal auf meinen, du kannst das so... Ich hab die einzelne... Weil wenn du die Quelle auswählst... Und die Quelle kannst du an der Größe verändern! Bei OBS! Boah, krass! Und wenn du die Alt gedrückt hältst, dann kannst du sie kappen! Dann schneidest du sie zu! Warum bist du so ein Hacker auf einmal? Weil das beim Greenscreen grundlegend dafür ist, dass man den Greenscreen richtig einstellt! Aber hast du das nicht, äh, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, einfach zurechtschneiden! Ja! Das hab ich auch dann, hab ich gesagt, ah, gute Idee! Zack, gemacht! Deswegen, ich bin seitdem ich den XXL Greenscreen habe, da muss ich nix mehr kappen! Ja, genau! Wenn man aber alles gut ausgeleuchtet hat, dann geht das! Okay! Also, nachdem ich euch dann jetzt gezeigt habe, wie schwierig es da draußen ist, wie es die Hölle sein kann... Ähm... Wollen wir mal richtig reingucken! Guckt erstmal mit, äh, hier, äh, Ivraldes Ecke, drückt mal R und guckt mal, ob ihr Credits habt oben rechts! Diese goldenen! Diese gülenen! Ich hab 10 blaue! Ich hab ein goldenes! Dann könnt ihr nämlich über die Kriegsanleihen, wenn ihr auf das Bild drauf drückt, hier, Hell die was mobilized... Das ist quasi der, ähm... Ich nenn's mal Battle Pass, aber der kostet kein Geld, also das ist euer Fortschrittsbaum! Da könnt ihr euch dann hinterher Sachen holen, auch zum Beispiel neue Waffen und ähnliches! Wenn ihr aber nur einen Punkt habt, dann ist das jetzt im Moment... Gut, dann... Ich kann mir, äh, ich kann mir eine Emotion holen und zwar klatschen! Ich hab noch 50 Punkte! Also wir haben jetzt erstmal nur auf anspruchsvoll gespielt! Wir könnten auch auf schwer spielen! Können wir bitte einfach auf Anfänger, Loser und Loops spielen? Für Mittel! 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 Okay, wir gehen auf Mittel als erstes rein! Das ist Stufe 3! Also Stufe 1 ist trivial, Stufe 2 ist leicht, Stufe 3 ist mittel, Stufe 4 ist anspruchsvoll, Stufe 5 ist schwer! Mittel sollten wir, glaub ich, schaffen, wenn wir uns jetzt konzentrieren! Aber sehen wir so aus, als würden wir uns konzentrieren! Ja... Klar! Nein, etwa nicht? Doch, doch, wir schaffen das! Finde und übermittle die wichtigen Forschungsdaten! Da! Das sieht gut aus! Mhm! Kann ich nicht nehmen! Hier! Dezimiere die Bug-Population mit allen Mitteln! Jaaa, das hört sich gut an! Dezimieren! Finde und deminiere den Stürmer, töte... Hoppala! Töte Terminen, um ihre Anzahl zu reduzieren! Hier haben wir eine Verteidigungsmission! Die ist richtig einfach zum Reinkommen! Wir müssen nur zum Beispiel 100 Bugs töten! Und wir stehen auf dem Hügel und werden die ganze Zeit angegriffen von allen! Wir stehen also Queen of the Hill, ja? Ja, so ungefähr! Und wir sind King und Queens of the Hill! Tut mir leid, ich korrigiere meine Aussage! Was ist denn ein Hellpot-Platz-Optimierungs-Booster? Vielleicht hab ich dann einen Grund zu klatschen, das wär schön! Ranger, weißt du das zufällig? Was? Was ein Hellpot-Platz-Optimierungs-Booster ist! Ein Hellpot-Platz-Optimierungs-Booster? Oder nähe? Ja! Weiß ich nicht! Kann ich mir nämlich für 15 kaufen? Mache ich jetzt einfach! Das soll ich schon schief gehen! Warte mal! In dem Battle Pass? Es wird gesagt, das ist ein Perk für mehr Muni am Anfang! Oh! Dann hab ich jetzt ne Muni zum Studio! Also ich hab jetzt gerade aus deinem Chat einfach vorgelegt! Achso! Wie hast du denn alle Chats offen? Gibt's da einen Chat von alle? Nee, aber ich hab mir die, wenn du unten auf die Zahnbietchen gehst, dann kannst du Pop-Out-Chat machen! Und so hab ich mir alle aufgepoppt! Ah, ja, das kenn ich! Okay! Dann hol ich mir eure auch mal! Ich find das immer ganz gut anfangen rüber zu stehen! Ich seh das, wenn ihr irgendwo... Dann bin ich mal auf meinem Chat! Hashtag Rino Raldis! Friendly Fire jetzt erstmal hochstellen! So! Wie schaut's aus? Ich bin bereit, muss ich irgendwas drücken? Muss ich irgendwo hin? Ich glaub, wir sind noch nicht alle drin! Aber wo soll ich denn hingehen? Wir müssen warten, bis alle drin sind, dann kann ich sagen, wo wir hinkommen! Wann wo drin denn? Äh, in den... In dieser Box, in dieser Kapsel! Da, ich war's! Ich hab getrun, Entschuldigung! Alles gut! Und Ranger ist jetzt Wasser holen! Wer ist hier? Kann man irgendwie ranzoomen oder sowas? Ist das alles so klein! Hier? Wie wär's hier? Wie wär's hier? Ich weiß nicht, vielleicht eher da? Sind wir wirklich schon auf einer winzigen Insel und werden einfach angegriffen? Ich glaub schon, ja! Das ist eine sehr einfache Mission! Ich soll Max fragen, ob er online... ob er on gegangen ist? On gegangen ist? Ja! Fragt Asko! Oh, dankeschön, lieber Chat für Rino Raldis, ja! Ich glaub, also, ich bin nicht on gegangen! Sollte es nicht! Ich mach jetzt grad... ich hab grad ne YouTube Aufnahme gestartet! Uh! Hallo YouTube von Ecke! Hallo! Hallo! Ah, ihr müsst jetzt die Sachen hier auswählen? Ich bin der Herr und Meister von Ecke! Oh, ja! Oh, ja! Also zumindest im Roleplay! Oh, ja! Passt das lautstärke-technisch, Chat, oder fliegen euch die Ohren dabei raus? Was? Ich bin mir irgendwie bei dem Spiel total unsicher, ne? Aber bei dem Spiel, es muss ja Krach-Prabum machen! Ich bin da auch so hin und her gerissen! Leute, vorsichtig! Ich werd jetzt erstmal Hellpods rufen! Was wirst du rufen? Achso! Ja, holt euch jetzt erstmal eure Unterstützungswaffen! Dann könnt ihr euch eure Panzerabwehr, euer Maschinenwehr und was weiß ich nicht was holen! Das könnt ihr jetzt direkt nutzen! Und jetzt müssen wir nur überleben und 125 Bugs töten! Nur! 125? Das ist ja easy! Das ist nicht so viel! Das ist wirklich nicht so viel! Oh Gott, wir haben aber ne richtig... Also... Also es gibt... Es kommen jetzt 125 dieser, äh... Sagen wir mal so, es gibt ein paar einfachere Positionen, die man halten kann! Das ist jetzt hier schon... Ja... Och, ich verkack' jedes Mal! Ja, bitte geschöp! Es geht auch! Denkt daran, die blauen sind Power-Ups! Ruhig reinstellen! Wie sieht man noch schnell, woher die kommen, außer auf der Minimap? Äh... Na, wo's laut ist und wo alle hinschießen! Ja! Ja, aber dann habt ihr ja meistens schon wieder erledigt! Äh... Weiß ich sonst gar nicht! Also... Denkt da dran, dass wir die Vorräte nur ein einziges Mal für alle... Also... Was heißt ein einziges Mal? Wenn wir die anfordern, sind die für alle! Wir hatten das automatische Geschütz dahingestellt! Ach, deswegen machst du so viel Schaden und Kills! Nee, die habe ich... Ach, deswegen ist die Zielgenauigkeit so hoch! Den habe ich in der letzten Runde nicht benutzt! Du kleiner Cheater! Ja, eigentlich häck ich! Headshot-Modus ist an! Ja, natürlich! Du hast wahrscheinlich auch ein Fahrenkreuz mit auf deinem Monitor aufgemalt oder so! Ja, wie die guten alten Counter-Strike-Zeiten mit den Geschütz in die Mitte rein! Wenn das Automatisch wäre besser als wir, ist das ein bisschen langweilig! Ich komme nicht dazu zu schießen, da hat das automatische Ding alles kaputt geschossen! Ihr wolltet jetzt erstmal langsam reinkommen, wir spielen uns jetzt hier ein! Wir und nicht das automatische Geschütz! Ich will euch nur beschützen! Ranger weiß halt, wie er Sachen aussourcen kann, das ist schon in Ordnung! Ja! Ich bin halt mehr so der Manager anstatt der Trainer! Das heißt, das Geschütz ist der neue Eckwert, ja! Ja! Ich verschüttelte auch nicht im Bandschrank! So fühlt sich das also an! Boah, das ist wirklich stark, das Geschütz! Ist schon gut! Wir haben gar nichts zu tun! Mir ist langweilig, hier kommt niemand! Da oben kommt was! Ich bin leer! Ja! Ja! So ist gar kein Problem! Ja jetzt hinter dir! R2! Ich weiß nicht wer R2 ist! R2! 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 Das Einzige, was mich daran geträgt, ist, dass ich das wollte und nicht mehr möchte. Ja, er war dann doch nett. Also da hat er dann wirklich so, da dachte ich mir so, oh. Oh mein Gott. Hat er dir Blumen gebracht? Nee, aber das macht mein Mann auch nicht. Ich gehe mal Ecke besuchen. Es ist irgendwie mein Schicksal, keine Blumen zu bekommen. Die stehen ja dann nur in der Vase rum und dann guckt man die mal an und sagt man, okay, ja, ganz schön. Es ist jetzt Tulkenzeit. Weißt du, wie schön Tulken sind und wie lange die sich halten können? Ich fahre ein paar Wochen einfach nach Holland zu Tulken. Wäre eine ehrliche Antwort, nein, akzeptabel, keine Ahnung. Also alternativ hatte ich gesagt, ich nehme auch gerne ein paar Mangler. Habe auch gesagt, welche, aber habe ich auch noch nicht bekommen. Einfach du Schrecklich vorher killen, dann kannst du. Warum seid ihr jetzt alle weggegangen? Ich stehe hier unten alleine. Da kommen gerade ganz viele von der Richtung. Jetzt habe ich gerade die Richtung. Da, 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 da. Nur noch 24. Da ist doch einer. Das ist Mittel. Ja, aber Mittel auf einer Mission, wo wir nicht, wo wir wissen, wo wir sein müssen. Das ist das Problem eher gewesen, dann vorhin. Nur kritisch hier. Großer Junge, großer Junge, großer Junge. Oh mein Gott. Dann kommt zurück. Naja, der ist doch noch gar nicht so groß. Du musst ihm nur die Beine wegschießen, Shake. Okay. Und wenn man dann denkt, nur ein Totabak ist... Oh Gott, ich wollte schon wieder gesäuret. Was machst du denn? Ja, jedes Mal diese Gallenspucker da zu mir kommen und sich denken, lecker Jungschen. Und dann Ecke und mir war auch einer. Da hatte ich halt... Das ist doch einer. Das ist doch einer. Das heißt, ich höre nur Mimimi von dir. Fordert mich mal bitte an. Nö. Okay, dann nicht. Wir wollen spielen. Oh mein Gott, das ist doch knapp. Ja, ich habe Granaten geworfen. Das solltest du auch dran denken, Ecke, dass du die hast. Jena? Ja. Ich habe keine Munition mehr, ich muss runter. Ich will wieder mitspielen. Das tut ja weh. Ich habe wobei geworfen, keine Sorge. Ranger? Ich bin nicht da. Ich hole die schon. Ja. Dankeschön. Oh Gott. Stellt euch direkt darunter, dann werdet ihr direkt reingesogen. Ist das gut? Ja. Ich glaube, wir können nicht mehr sterben. Da steht, nimm die Waffe. Wir haben die Mision geschaut. Jetzt können wir wieder auf die vorherige Schwierigkeit hochgehen. Hätte ich mit dem Raketenwerfer eigentlich noch abschließen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, da drin ist man dann sicher. Ich würde das so gerne testen. Ich war ganz kurz davor. Also, der Finger juckt so, ne? Friendly Fire gehen auch im Chip. Okay, also lieber nicht probieren. Team Killzack. Aber es hat jemand ausprobiert, das finde ich noch interessanter. Natürlich die... Hallo. Du hast jetzt dieses Spiel 20 Minuten oder 30 Minuten gespielt. Natürlich probiert man das aus. Oh, die Säure-Titan können einen auch da drin gehen. Gloreicher Sieg. Oh. Jetzt hätte es sich gelohnt, hätte ich den Klatschremot gehabt. Aber jetzt habe ich ihn nicht. Oh. Warum ist das so lustig? Level aus? Ja, das ist besser. Hey, wellis. Let's go. Singleplayer, dann wirst du eher mit... Spielern eher mit Randoms. Aber das geht ganz gut zusammen. Ich will mal Rangers Schaden sehen, weil ich will wissen, ob sein Dingsbums Turm da den Schaden mit rechnet wird. Ja, sicher doch. Also, ich spiele es in meiner Freizeit alleine, allerdings mit zufälligen Leuten im Internet. Aber das skaliert sich gut meiner Meinung nach. Wie geil. Reno-Elbizal-Revolution-Welt. Ja, selbstverständlich. Oh Gott. Ja, toxisch ist das. Habe ich bislang nicht erlebt. Das ist toxisch. Statistik. Vielleicht können die anderen was aus dem Chat dazu sagen. Alter, 95. Toxisch. Du hast zu einem richtig Schütze abgegeben. Sag mal, schießt du überhaupt, Ranger? Ich habe 500 Schüsse abgegeben. 95,1 Prozent. Das ist doch super. Ja, das scheißt du. Ich spiele nur Schrotflinte, ja. Ich spiele nur Schrotflinte in dem Spiel. Ich strollst so, dass du wahrscheinlich irgendwo immer was triffst. Nee, einfach weil Counter-Strike mein meistgespieltes Spiel auf Steam ist. Deswegen bin ich so ein krasser Typ. Ja, ja, ja. Der Neid, der mich hier zerfrisst. Ja, komm. Der nicht, der mich zerfrisst, der an mir nagt. Nein, das ist ja auch falsch. Der Neid, der mich zerfrisst. Wer spielt bei Counter-Strike Schrotflinte? Nee, aber dadurch habe ich eine präzise... Präz... Präz... Im Prinzip 1-2 geschaffen. Jetzt tue ich mal an alle Chats. Wer spielt bei Counter-Strike Schrotflinte 1? Wer denkt, was ist das denn 2? Was kann ich mir denn holen jetzt von meinem Punkt? Auf manchen Karten kann man in einer Halveco-Runde aber sehr gut Schrotflinte spielen. Ja, spielst du vielleicht auch Fun-Maps? Die Galaxie vom Alien anschauen. Ja, auch im Ranked. So. Danke. Viele 2-1, das gefällt mir. Wir müssen noch mehr Backstimmen. Ich muss jetzt noch ganz kurz gucken, ob ich irgendwelche Perks nehmen kann, ob irgendwas Sinnvolles. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Freut mich sehr, dass du da bist. Wer spielt schon Counter-Strike? Oh, ich habe früher natürlich erst, seitdem ich 18 wurde, Counter-Strike gespielt. Also Counter-Strike ist... Ich finde Counter-Strike die Perfektion eines Computerspiels. Ganz ehrlich? Counter-Strike ist für das, was es sein möchte, die Perfektion eines Computerspiels. Nee, das Problem ist, du kannst den Unterschied nicht erkennen zwischen dir und deinen Feinden. Das ist wirklich schwierig. Habt ihr schon gesagt, die haben einen Pfeil über den Kopf. Das ist aber zu wenig. Du findest also, dass wir und diese Insektenwesen uns sehr ähnlich sind? Nee, bei Counter-Strike. Hier kann ich den Unterschied erkennen. Jetzt könnt ihr euch auch ein paar Waffen holen. Nee, halt noch nicht. Ich kann mir... Diese eine Waffe, die kostet vier. Ich habe drei. Ich habe nur zwei. Was ist das denn hier für eine Knochenbrecher-Körperpanzerung? Die Defender kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Das ist alles viel zu teuer. Was ist denn wichtig, dass man sich holen sollte? Waffen. Waffen eigentlich, okay. Mir fehlen noch zwei Punkte. Und Rüstung bringen dir halt unterschiedliche Stärkestufen. Oder auch unterschiedliche Fähigkeiten, soweit ich weiß jetzt nicht. Aber zum Beispiel der Sanitäter ist ein bisschen agiler. Es gibt einen Tank. Was ist denn eine Spieler-Karte? Ranger, gibst du einen Bro-Fist oder nicht? Ich bin gerade im Kaufmenü. Weißt du, ich lasse dich so lange oben, die Bro-Fist. Geil! Die machen das ja wirklich? Ja, sicher machen die das wirklich. Gegenüber stehst du wie? Wir haben beide den gleichen Emote und wenn wir den gegenüberstehen, machen die... Ah, die Sai grüß dich. Es gibt auch einen Link bei Gamesplanet. Vielen lieben Dank. Weil Ranger hat den Link... Vielen lieben Dank an Gamesplanet. Danke. Was? Schon wieder? Danke. Vielleicht können die lieben Moderatoren das mal oben in den Chat anbringen. Wir haben bei Gamesplanet Link, da bekommt ihr 10% Rabatt auf Geld. Das ist im Moment eines meiner absoluten Lieblingsspiele und für mich bereits jetzt eines der Spiele des Jahres. Ohne Scheiß, ungelogen. Und was kann ich mir mit dem achten? Ich habe da schon sehr viele Stunden drin versinkt. Oh, das ist doch alles im Über. Ja, also. Das Spiel ist halt ein bisschen, ja. Oh mein Gott, der Überstore. Der Überstore, das ist eine Echtgeldwährung. Okay. Der Humor ist einfach mega. Über Credits, Überstore, Kriegsanleihen. Okay. Okay, ich kann mir nichts leisten. Ich bin pleite. Lass uns immer Geld verdienen. Ja, dann lass Pax töten. Pax. Iwreides, willst du auch nochmal ne Bro-Fist? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne was für Fist? Fist. Wie macht man das nochmal? Gib Faust. Oh. Wieso kann ich dich nicht fausten? Denkt daran, euch dann, ähm... Vielleicht fausten. Ah, wartet mal. Immer will fisten. ich sag doch immer ein qualitäts content geht es um qual das spiel macht sich hier ist noch so simpel und stupide linie aber es macht wisst ihr woran mich das erinnert das erinnert mich an left for dead damals da bin ich auch süchtig nach gewesen denkt doch hier dran an die terminals hier schiffsmanagement da könnt ihr euch dann neue taktikausrüstung kann das geld was wir uns geholt haben was ist dann ein rückstoß freies gewehr das antimaterie gewehr das ist eine panzerabwehr aber ist alles viel zu teuer das problem ist ich kann mir jetzt an fünf verschiedenen stellen sachen kaufen das verwirrt mich im endeffekt sowieso nur eine waffe welche welche orbitalkanone ich habe noch adler tief flieger luftschlag aber es ist genial es gibt ja es gibt ganz viele schöne mechanismen mit denen ihr mit dem gesammelt feld am anfang rager als ich die minen das weiß ich noch eine allererste runde ich so ich möchte bestimmt kann ich die lege und habe erst mal bei uns direkt ins kampffeld minen gelegt dann wisst ihr woran mich der helme erinnert der helme hier wie heißt das kill kill so eine seite mit der gesammelt kennt ihr das spiel kill sauen ist ein place das spiel ist von sony tatsächlich das ist von sony ich bin nicht bereit dafür ich muss die mission auswählen okay noch mal auf mittel oder auf anspruch das mal auf dann gucken wir mal hier finde und eliminiere den stürmer dann machen wir das mal auf mittel damit müssen wir uns auch bei bewegen wenn wir das schaffen dann können wir eine stufe höher gehen schade ist kill so nicht für die cd das würde ich gerne daran mal spielen ich habe damals nur kill sohn eins gespielt stürmer eliminieren stürmer eliminieren das ist auch so eine mitte da ist noch ein freier weiß man muss erst mal einen freien pot finden ist wie beim wie beim festival erstmal gucken wo man noch einen freien platz hat das beste was ich bisher beim festival erlebt habe war so so ein klo mit seegeschwehen zum bio klo die war richtig gut bei uns haben die mit tut das nicht lieber einen gekreuzigt an ein dixi klo hingen mitten hingen mit panzer tape an sticks am dixi klo kassi was ihn am mit panzer tape am dixi klo ein erl wir haben ihn jesus getauft und bei mir scheint jemand so was habe ich im katzen klo jemand gekreuzigt lebt leben rino du musst den booster noch auswählen die das hexagon daneben das hexagon ja da ist der booster drin auch guck dir das mal an ja dann hast du den nämlich ja wie soll denn riem jetzt so ein fettes geschütz hier ich hab dir kein mini geschütz würde die geld liegen schon gekauft deshalb ein bisschen krasser als du ecke über mir gedanken ich habe mp ich habe mg geschützt ja gettling kostete 4000 weißt du ich bin durch den club und schreien gettlingern okay booster sind für alle das ist doch super das müssen wir jetzt machen ich habe das gar nicht mitgekriegt den stürmer töten wer ist denn der stürmer thomas müller weiß ich glaube der stürmer ist nicht so leicht zu stürmen sonst wäre verteidiger jetzt haben wir uns erstmal die waffen die schweren wer wer zur hölle wirft sein pokal direkt da wo ich stehe ich bin dann war der ranger ich weiß nicht wer das ja hingeworfen hat ich nehme auch mal die waffe daraus nur mal vorsichtshalber lasst uns mal nach rechts gehen wir haben ja 45 prozent der stimmen dass wir es schaffen 55 prozent ich jetzt den roten den blauen hinterher welchen roten oder blauen ich bin ich weiß wo ich lang gehen muss ja wer bist du rot oder blau ich bin orange 1 ich bin eher zwei dann wahrscheinlich okay jetzt macht ecke ja alle wuschig und lässt sich auf uns zu laufen ich habe auf diesem mond noch nie gekämpft also ohne miss ich habe schon ein paar stunden im spiel aber hier gibt es so viele sachen zu erleben so viele sachen zu erleben so viele abenteuer die wir angehen können juhu sich die munitionsstatt meiner waffe unten links das magazin das ist das was du in die waffe normalerweise das lehrt sich einfach und du musst bedenken du wirfst du lädst nicht magazine nach du nutzt magazine das heißt du hast nur eine bestimmte anzahl magazine ja nicht anzahl munition ja das heißt nach einem schuss noch nicht nachladen das ist das schlimmste ich bin so gewöhnt immer nachladen zu drücken ja ich auch meine größte schwäche extrem soll mir die bankwestern nicht mal zu machen ja ich habe kein jahr sein kommt Nein, ich komme jetzt auch. Ihr müsst eine Granate da reinwerfen. Ja, habe ich gerade, aber da stand einer davor, der das auch mal aufgehalten hat, meine Granaten. Oh Gott! Wisst ihr, was ich das allergeilste finde? Wenn man das Maschinengewehr einfach durchrotzt, hört mal an, was euer Charakter macht. Nachladen. Ich bin die rechte Seite. Ich muss nachladen. Warte, ich werfe mal die Granaten da rein. Kobi! Hilfe! Die Kommentare sind das Beste. Ich bin tot. Oh mein Gott! Mein rechter kommt ins Stottern. Hat eine Verstärkung an einer Nachschub. Ich habe keine Granaten mehr. Und wir haben das Backen jetzt noch nicht zu. Eins habe ich schon... Oh Gott, warte! Ich brauche auch Verstärkung. Ich habe immer noch nicht zu bekommen. Ich komme... Das ist immer noch nicht zu. Weil es ist... Ist das für ein... Wartet mal. Ich habe keinen... Ich habe keine Granate mehr. Ja. Ich hole Nachschub. Ja, aber abgängig. Hat irgendeiner von euch noch Granaten? Ja. Dann da rein. Du mal bitte da rein. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich mache hier frei räumen. Wo sind die Lecher? Du sollst ja nicht aufräumen. Wir haben nur auch Spaß gesagt. Wir sind von der Müller Fuhr. Komm hier hin. Ecke hier hin. Ich habe das eine zugemacht. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Da rein. Nicht da rein laufen, ne? Ich gehe auf Nummer sicher. Ich renne mitten ins West rein und schweiße dann die Granate erst. Nachschubes für uns alle. Das nimmt sich keiner allein. Genau. Es sind auch vier Päckchen drin, das heißt, ich bin für den Flachsatz. Jeder nur eins. Jeder nur ein Päckchen, auch wenn die Kekse lecker sind. Wollte gerade sagen, ich fühle mich hier wie eine Tochter. Du kriegst nur eine Erdbeere. Und ihr teilt jetzt auch schön mit den anderen, ja? Hat ihr bald jetzt ein Päckchen bekommen? Ja, aber Teilen ist das, dass ich es toll finden soll, wenn mir jemand die Hälfte wegnimmt. Ja, das stimmt. Aber das hört sich so negativ an. Du solltest dich eher wohlfühlen, weil du jemand anderen die Hälfte abgeben kannst. Okay. Fühlst du dich damit wohl? Ich bin auch, ich spiele auch in Rastalot einen egoistischen, oh Gott. Genau, einen egoistischen Gott spiele ich dort. Hier ist, glaube ich, der Stürmer. Ja, das ist der Stürmer. Oh Gott, oh Gott. Wartet. Er hält ein bisschen was auf. Wo springe ich hin? Oh Gott. Oh mein Gott. Der kommt jetzt her. Der Lauf weiter, Lauf weiter. Ecke! Ja, mein Gettling ist mindestens da. Wir rennen alle weg. Ecke dreht sich um und dachte sich, ich lasse die drei Schüsse noch mal mit dem Ranger abschießen und trenne dann weiter. Hilfe! Ich wollte dich nur als Opfer zurückbringen. Will zurücklassen. Stürmer Ecke fehlt nur noch ein Tor. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe! Ist der Stürmer der noch da? Ja, hinter mir. Okay. Ich bin da. Holt nochmal Unterstützung. Verstärkung. Verstärkung, ne? Hab ich. Kommt. Mich, geh weg. Am besten in den Arsch schießen, ne? Der hat er, glaube ich, die schwächste Stelle. Also irgendeiner muss dahinter kommen und dann einer an den Arsch schießen. Jawoll! Stürmer eliminiert. Alle in die Mitte. Erstmal feiern hier. Ich bin immer noch nicht so glücklich mit der... Bro-Fist. Ich kann nicht. B. Ich glaube, ich packe da lieber da hin. Ich muss hier nochmal an den Kameras rumbuscheln. Dann bin ich noch mal nicht so glücklich, wie er da positioniert ist. Jetzt guckt Ecke in die falsche Richtung. Alter! Ich hab' ihn geschossen. Ich war's nicht. Wer hat jetzt den Ranger abgeschossen? Ich war's nicht. Wieso hock ich? Dankeschön. Haben mir sehr gut gefallen. Hey, Diver, meldet dich Kampfbereit. Dafür nehmen wir die Pfeil auf. Oh Gott! Wir müssen zum nächsten. Wir haben müssen zwei davon töten. Was? Noch ein? Achtung, da kommt Vichas. Ja, der war doch jetzt recht einfach. Ja, der ist ja auch die ganze Zeit hinter mir hergerannt. Ja, du hast dich damit als wertvolles Mitglied der Gruppe erwiesen. Äh, Netzwerk-Locker ist bei mir weg. Wer ist bei dir weg? Ich bin rausgezuckt. Achso, du kannst einfach wieder reinjoin. Okay. Passiert das öfters? Am Anfang ist das sehr oft passiert, ja. Also, Helldivers hat vor allem am Anfang nur Netzprobleme gehabt. Ah, jetzt ist du bei mir auch weg. Wie komme ich denn wieder rein? Achso, okay. Jetzt sag nicht, die Server sind jetzt gerade weggeflogen. Warten wir mal kurz. Ich hau jetzt. Ecke, wir machen das. Ja, wir schaffen das. Krieg mir das hin. Ich muss mal eben kurz Munition anfordern und so weiter. Ich kann nicht hinterher. Ja, und brauchst du mal recht, ne? Steht bei dir auch noch ein, Oma. Die Netzverbindung konnte nicht hergestellt werden. Ja. Geht bei mir auch nicht. Ich bin so eben aus dem Match geflogen. Ja, ich glaube, die Server machen mal kurz einen Schluck auf von Helldivers. Scheiße. Rino, wir schaffen das. Wir schaffen das sowieso. So eine Kacke. Genau, und jetzt schaffen das natürlich. Wir waren bisher zusammen echt gut, diese Runde. Guck mal, das ist auch gerade ausgeflogen, ja. Zweite Sache. Aber liebe Maschinengewehr, oder? Aber eine, du hast immer nur eine. Hab zu Steam keine Verbindung mehr? Ich glaube, zu ganz Steam ist keine Verbindung mehr. Oh. Und wieso sind wir dann noch drin? Nee, Steam ist noch bei mir. Laufen die Streams dann noch? Ja, ja. Steam ist down. Steam ist down, na klar. Aber vorhin hat schon Instagram nicht funktioniert, weil ich ankündigen wollte und so. Dann hat allgemein gerade irgendwas einen Schluck auf. Ist Steam-Sachen kein Helldivers? Aber Problem steht mir gerade in meinem Chat. Ist das Steam-Sache? Ja, Verbindung unterbrochen. Steam. Man muss telefonieren, Interest ist auch so heute. Nee, es ist kein Loot-Shooter. Das ist sowas wie Left 4 Dead-Kampfgulasch. Sowas wie Left 4 Dead, nur dass du zwischendrin mit Punkten neue Waffen freischalten kannst. Aber du lootest im Spiel selber nichts, außer Punkte, um nochmal neue Sachen freizuschalten. Aber wie gefällt es euch denn das Spiel jetzt so im Multiplayer mal so, außer der Reihe? Ich weiß natürlich, ja, es ist natürlich chaotischer als sonst, klar. Aber das ist ja auch der Greiz dabei, bei dem Spiel, wie ich ein bisschen finde. Ja, das war das Bargloch schließen. Wo sind die Bugs? Da hätten die orangischen Dinger, ne? Genau. Kann auch sein, dass der Stürmer dann schon ein bisschen hellen kommt. Ich habe gerade auszusehen, dass das Internet gelöscht. Rigi, wunderschönen guten Abend, hallo. Warte mal, ich mache noch ein Ob... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einen Orbitalschlag. Vorsichtig, wir haben einen Orbitalschlag rein. Das ist richtig geil. Das freut mich doch zu hören. Gut, dass die anderen beiden noch spielen können. Das passt ja dann herrlich. Ja. Wir können ja so lange die anderen beiden ablenken. Ja, machen wir doch. Indem wir über was anderes reden. Nein! Ach, scheiß Back, ey! Wir können ja zum Beispiel, weiß ich nicht... Max, stell dir vor, wie ich dir jetzt langsam in dein Ohr hauche. Ecke, mir fehlen Granaten. Ecke, mir fehlen Granaten. Du müsstest dir... Okay, ich habe zwei Löcher geschlossen. Solange du nicht anfängst, da drin rumzusammeln, ist alles in Ordnung. Ich bin tot. Fuck. Kein Problem. Kein Problem. Wir haben noch viele Wille-Überlebung. Da kommen ganz, ganz viele Viecher auf dich zu. Ja, ja. Chilipilli, das ist ein kleiner. Rino macht das. Jetzt weniger Ziele, die im Weg stehen. Schmeißt du mich gerade in die Bugs rein? Ist das dein Ernst? Nein, ich habe anscheinend ein SOS. Ich weiß nicht, was ist ein SOS? SOS ist es, glaube ich, wenn irgendjemand beitreten möchte. Ja, jetzt ist es, glaube ich... Warte mal. Aber es ist super komisch. Ihr seid bei mir schon wieder. Zack. Nein, nein. Was sind wir? Eure Bilder haben immer wieder Probleme bei mir. Die haken immer wieder fest. Im Springen. Das liegt an dem, wie wir aussehen. Meinst du, das ist ein Schutzmechanismus? Das ist ein Schutzmechanismus. Oh, das ist ziemlich gemein. Das ist richtig gemein. Mit Kanonen auf Taubenschießen, ey. So, ich lege sie mal von dir weg. Ich mache die alle jetzt lang, Junge. Ich komme. Das hört sich jetzt als falsch an. Aber ja, ich komme. Also, ich weiß nicht, was sie dort tut. Aber das ist in Ordnung. Wenn ihr damit Spaß habt, dann freuen wir uns für euch. I guess. Oh, mein Steam ist wieder da. Ranger, guck mal, ob du reinkommst. Steam läuft wieder. Steht bei mir auch gerade im Chat. Rien und Ecke ist safe in die Welt. Guck mal. Nein, die Übererde. Die Übererde ist gesaved. Ecke zu mir, Vorräte. Ich mache mal das Spiel eben aus und an. Ich bin mit den anderen leider nicht befreundet. Deswegen kann ich nicht hinterher joinen. Keine Verbindung. Warte mal. Steam. Das war ein guter Orbital-Schlag. Der hat mir gefallen. So, Ecke, weiter geht's. Okay, da haben wir noch ein Loch mal. Ich habe leider keine späre Waffe gerade, aber das kriegen wir schon hin. Ja, dann ruf doch eine. Ach, da liegt einer auf dem Boden. Ich habe sie hier. Ich habe die von mir gerade eben ein. Okay. Schwere Waffe. Das war mein Spitzname auf dem Schuh, doof. Falsche Waffe. Falsche hat er aufgesammelt. Ja, geht bei mir auch wieder. So. Ich muss nachladen. Crunch, grüß dich. Hi. Okay, die Löcher haben wir zerstört. Jetzt müssen wir noch den Stürmer finden, ne? Der müsste eigentlich direkt vor uns sein, da wo ich habe gepinnt. Ja, lass mal eben kurz gucken, dass wir die Dings aktivieren, die Maschinengewehre, dass wir die gut platzieren, dass wir hinter denen werfen. Merkst du, wie gut die sich jetzt unterhalten, ja? Vorher haben sie die ganze Zeit Chaos gemacht und uns gekillt, geteamkillt und so. Die wollten uns raushaben, damit sie dann ein kleines Techtel-Mächel fortführen können. Wo ist der Stürmer? Vielleicht brauchen die uns gar nicht, dann müssen wir was alleine machen. Ich dachte dabei, dass Rino auf meiner Seite ist, aber anscheinend habe ich mich überrascht. Ich war durchgängig auf deiner Seite, deswegen. Weißt du, wo der Stürmer ist? Habe ich halt gut getroffen, wenn da ein Querschläger kommt und du an meiner Seite stehst, dann? Kommst du mal online ins Team, Ranger? Dass ich dir hinterher rennen kann. Ich bin auf Steam-Online-Sorgen. Bitte nicht reinstellen. Warte mal. Oh, ich habe bald kein Vollbild. Hallo, was ist das? So, jetzt. Ich versuche, den abzulenken. Ich lade dich ein. Ah, nee, warte mal. Ich muss jetzt erst mal den beitreten. Trupp vors Bein treten. Und online. Ja, bin online. Oh, fuck, ich bin tot. Der war hinter mir der Stürmer. I'm relaxed. Das sollte jetzt wieder gehen. Ich sehe dich nicht online. Steam-Server-Wanderung. Da kommen noch mehr kleine Bugs in die Ecke. Missions-Koordinaten festgelegt. Das sollte jetzt online sein. Jetzt. Help-Obs bereit. Verbindungsfehler. Nice, danke dir. Bei mir ist nur Rino drin im Spiel. Äh, jetzt bin ich am Leben. Wieder. Ich war gerade noch tot. Du wirst mir gar nicht angezeigt, wenn ich jetzt rejoine. Oh mein Gott. Ja, bitte. Oh mein Gott. Was ist das schlechteste Paradox-Spiel? Das kannst du bestimmt Ecke verraten. Da muss man mir gar nicht im Spiel drin in den Arm nehmen. Ist das geile ein Zweiten? Nein. Gestern war eine Pause nötig. Ich habe gestern keine Stimme gehabt. Ich bin wieder tot. Ne, ich konnte jetzt auch nicht joinen. Das ist ja seltsam. Oh mein Gott. Kann sein, dass jetzt vielleicht einfach das Spiel, der Host von dem... Hm. Ich lade dich einfach bei mir in die Lobby ein. Dann machen wir unser eigenes Spiel. Ja, wir machen jetzt unser eigenes. Auf höchsten Schwierigkeitsgrad. Und wir werden es hinkriegen. So sieht es nämlich aus. Nämlich nur. So sieht es aus. Das kriegen wir hin. Ohne große Probleme. Weil wir einfach krass sind. Oh, ich will auch so eine raue Stimme haben, wie der Missionssprecher. Was ist eine raue Stimme? Einfach anfangen zu rauern. Eine tiefe Stimme. Ich habe eine liebliche Stimme. Ich habe eine, die hört sich ein bisschen an wie... Matthias Schweighöfer. Was? Oh mein Gott. Ich dachte, das Spiel mit Anderen wäre der erhöhte Schwierigkeitsgrad. Entschuldige. Wie haben wir denn bitte den Dings besiegt? Den Konos? Mein Gatling an. Ach, dein Gatling an. Oh mein Gott, nice. Wir sind so gut, dass das Spiel uns blocken möchte. So sieht es aus. Ja. Das Spiel ist einfach nicht bereit, dass wir zusammen spielen. Ich klinge wie einer von der Gummibärenwande. Lassen wir mal Nachschub holen. Dann habe ich noch eine Granate. Was habt ihr zu meinem Gedicht gesagt, dass ich bei Mauritius Hochzeit vorgetragen habe? Das war ja wohl gut, oder? Mauritius Hochzeit? Mauritius Hochzeit wollte ich auch gerade sagen. Nee, ähm... Wie heißt das, wenn man nicht heiratet, sondern anders stirbt? Tot? Beerdigung. 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 Oh mein Gott, was? Ja. Wir spielen jetzt überbrückungsweise Charade. Wow. Was noch mal, wenn man stirbt, wenn das nicht eine Hochzeit ist? Das ist auf jeden Fall nicht die Hochzeit von dir. Das kann ich ja sagen. Ich habe jetzt mal kurz eine Frage. Du bist doch verheiratet, oder? Rik, hallo. Ja. Okay, Frage beantwortet. Ja. Achso. Ecke, du bist der Einzige hier, muss noch nachholen. Ja, ich muss erst mal wachs. Erst mal wachs. Also, Ecke, war ein Antrag? An mich. Ja, komm, Herr Diver. Oh, er freut mich nicht. Oh, komm, hier angekündigt, jetzt. Oh mein Gott. Oh, ja, oh, 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 oh. Das werde ich deiner Freundin sagen, Ecke. Oh, bitte, ich bin gerade, äh, ich muss gerade mit Dax kämmeln hier. Du meinst, meiner Verlobten ins Späh. Meiner Verlobten ins Späh, ja. Eieieieiei. Walterer Abend, hallo. Wie gefällt dir Helldivers? Ich liebe Helldivers. Helldivers ist für mich einer der besten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Kein Scheiß, komplett ernst gemeint, Helldivers 2 ist für mich eines der besten Spiele des Jahres bislang. Und das so früh im Jahr, weil es einfach, es ist simpel und hat trotzdem die perfekten Mechanismen, dass es, dass es langzeitmotiviert und immer wieder Spaß macht reinzuschauen. Und ihr könnt ein Spiel machen, das dauert mal 5 Minuten, ihr könnt Spiele machen, die dauern 40 Minuten. Es ist richtig, richtig gut. Rechts, links, oben, unten. Rechts, oben, 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 oben nicht. Einen Moment, Gatling geschützt. Komm her. Vorsichtig, Ecke bis nach links, bitte gehen. Sonst bist du gleich ein, äh... Ich werde, ich werde jetzt Ecke und Rino mal weiter ablenken. Und zwar hat Ecke gestern in seinem Stream, das habe ich nämlich selber mitbekommen, gezeigt, wie man den perfekten Hotdog belegt. Oder wie, wie man den Hotdog perfekt belegt. Ja, richtig. Wie, wie? Das muss Ecke jetzt wieder geben. Ach, du hast nicht zugehört? Ich muss mal eben kurz noch ein paar Bugs hier zerlegen. Kannst du dir, äh... Wie macht man denn den perfekten Hotdog? Kannst du dir und Anne nicht von Rino und Ecke und Saddakings beibringen lassen und ein RPG machen? Das wäre witzig. Und zwar, erst Ketchup in die Innenseiten. Also, Rottoklückchen aufmachen. Ketchup in die Innenseiten. Oder war das jetzt ein Scherz, um mich zu ärgern? Keine Werbung an dieser Stelle. Neben uns, neben uns. Ein paar hundert Stunden im Spiel. Ich wollte einen Orbitatsteig, aber ich glaube... Wo tust du den Senf hin? Absolut, und nicht zu vergessen, die Sashotroopers-Vibes. So sieht es nämlich aus. Wie, du machst denn Hotdog ohne Senf? Hotdog und Senf. So machen wir richtige Hotdog. Da hat kein Senf drauf. Bei Hotdogs. Aber dafür hier die, wie heißt es? Dänische Remoulade, ne? Dänische Burger-Soße heißt das. Okay, das ist in Ordnung, ja. Ja, also du machst Ketchup in die Innenseiten. Dann Würstchen rein. Dann kannst du es zumachen, also zuklappen. Dann die dänische Burger-Soße auf das Würstchen drauf. Darauf dann die Röstwiebeln. Und auf die Röstwiebeln dann die Essiggurkenscheiben. Ja, das machst du, damit das besser hält. Genau richtig, damit der ganze Bums nicht auseinanderfällt, ne? Meinst du hier? Ja, ja, bin ich dabei. Das war's dann. Also man kann wahlweise Senf drauf tun, wenn man halt eklig ist, aber ja gut. Bin doch nicht eklig. Und dann möchtest du das weiter ausführen? Ne, ne, ne. Ich mag kein Senf, ist das Ding. Also es gibt Kabel, das haben wir schon ganz cool finde, aber... Also, wirklich, ne? Du kannst mögen, was du willst, aber kein Senf ist schon wirklich sehr seltsam. Also da muss man jetzt mal ganz ehrlich... Da muss man als nächstes, willst du auch noch Ananasscheiben auf deinen Hotdog drauflegen. Wie steht ihr zu Rosenkohl? Geil. Ähm, Rosenkohl, schon ganz cool. Jetzt ist hier die nächste Todsünde, Rosenkohl ist ja wohl absolut widerwärtig. Ich mache da eine extra Runde, ich drehe eine extra Runde und rufe dich. Oh mein Gott, ich habe mich... Oh, ich... Mich hat das Raumschiff mal, äh... Hat aus mir einen kleinen, äh... Also, Shad, jetzt mal ganz ehrlich, Rosenkohl ist die Hölle, Rio. Jetzt mal ganz ehrlich, Rosenkohl ist die absolute Hölle, die da so platt sind. Sind das Koopas? Mopeds. Ach, das sind all die aktuellen Missionen, die... Ich hab dich geholt, aber das ist ein Wachs. Oh, das ist ja geil. Das heißt, jedes Schiff hier ist eine aktuelle Mission gerade eben. Und ich glaube immer, Shad hat immer recht. Dann habe ich jetzt aus dem Wachs mal ein paar Koopas gemacht. Ja, du hast... Du bist auf dem Wachs gelandet. Ja. Abgezählt und tschüss. Das ist... Aber ich finde es großartig. Ich habe jetzt Bock auf, ähm... Starship Troopers. Auf Hotjobs. Auf Starship Troopers. Ich hätte jetzt gerne einen Hotdog. Guck mal, ich kann dir hier vorne was zeigen, solange... Wir müssen zum Schiff. Wir müssen zum Schiff, Friedo. Wo bist du denn? Ganz vorne am Schiff. Ich komm. Hat mir gerade der Shad gesagt. Ich bin da. Schöner Ausblick. Jedes Schiff, was du hier siehst... Alles, was dein Auge berührt hat, wird irgendwas dir gehört. Nein. Jedes Schiff, was du hier siehst und jedes Schiff, was hier abfeuert, ist eine Feuerunterstützung, die irgendein Spiel auf dem Planeten anfordert. Das ist ja cool. Das ist mega, oder? Aber ich finde den Planeten sehr eintönig. Ich würde gerne irgendwie... Ich hätte Lust auf Wüste. Aus hier. Das ist ein Mond, ja. Ein Mond ist kein Planet. Hast du nicht aufgepasst? Weißt du, wie lange die Schule bei mir her ist? So wie du aussiehst, zwei Jahre. Weißt du, es ist mein Typ. Oh, das war die richtige Antwort. Gott sei Dank, Kathrino geantwortet, weil ich wollte nämlich etwas Ähnliches sagen. Ja, natürlich. Natürlich. So. Ich weiß gar nicht, ob es einen Wüstenplaneten jetzt hier gibt, in dem Bereich. Ja, hier, direkt daneben. Sehr gut. Und sieh das Gegengift. Eiger Heboi, mach's gut. Kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden, Ranger? Wovon? Von Rino. Da falle ich aus der Rolle. Das geht nicht. Morgen kommt er mit einem Messer und sagt, ich mach's. Jetzt schneide ich mir den Finger ab. Was zur Hölle? Oh Gott, wohnt ihr so nahe aneinander? Da hätte ich Angst. Ihr wohnt. Auf 200 Kilometer? 200 Kilometer ungefähr? 200? Du wohnst essen, oder? Ja, aber ich dachte, du wohnst in Aachen. Ja, glaube ich, sind das 150? Quatsch, das ist doch nicht so weit weg. Ich glaube, es ist genau zwischen uns, oder? 180. 75 bis 100. Ja, dann 100 Kilometer. Ja. Also wenn ich hier rausfahre Richtung Rheinland, ist Düsseldorf direkt das nächste, wo ich rauskomme. In Essen sitzt die Bitmark, für die habe ich ganz lange gearbeitet. Trauma. Trauma. Mal kurz unterschreiben. Trauma. Die kenne ich nicht. Software für Krankenkassen. So, okay. Wie kommen wir jetzt in euer Game rein, oder müssen wir kurz warten, bis ihr ready seid? Ich kann nicht einladen, aber ich schütte mir genau jetzt in dem Moment gerade einen Tee ein. Bitte wieder nicht daneben kippen, ja? Hallo, ich habe gelernt. Mhm, Lerneffekt, ist klar. Aber ich plane dieses Jahr übrigens nach Essen zu kommen. Aua! So schlimm war das jetzt nicht, was? Ähm, Strecke? Ja? O drücken und beim Ranger joinen. Ranger, was ist denn los? Oh, ich habe mir die Kanne gegen das Headset gehauen und das hat aber dadurch so einen schönen Schalleffekt gehabt, dass mein Trommelfellgefühl gerissen ist in dem Moment. Oh nein! Ich dachte schon, es liegt daran, weil ich nach Essen komme. Aua! Ah, das war jetzt, das war jetzt. So schlimm ist das nicht. Ja, cool, dann sag mir Bescheid und dann mache ich Urlaub in der Zeit. Anfang Oktober. Essen ist wirklich, also liegt genau auf der Hälfte zwischen Aachen und Bielefeld. Bielefeld ist ja genau die andere Seite von NRW. Wollt ihr euch jetzt bei mir treffen oder, also, bietet es sich ja jetzt gerade an? Bielefeld, meine alte Heimat. Ich habe da sechs, acht Jahre gewohnt. Echt? Ja. Ich habe in die Nähe eine Fernbeziehung. Ähm, ich habe in, als allererstes habe ich in Pragwede, dann in der Innenstadt, dann Leopoldshöhe, dann in Reda-Biedenbrück, dann in Verl und zum Schluss in Gütersloh. Okay, ich habe drei Jahre in Bad Oenhausen gewohnt erst, als ich angefangen habe zu studieren. Und dann jetzt, boah, fünf Jahre, was geht es. Los geht's. Bielefeld ist, äh, hat einen Spanenbock, schön. Wie oft wollen sie umziehen? Ivaldes, ja. Quatsch, Frau, ist halt auch schon. Also ich bin in Bielefeld jetzt, glaube ich, auch eins, zwei, drei, Kumpfchen umgezogen. So, wir gehen jetzt eine Stufe höher. Anspruchsvoll. Und? Ein Napal-Bomben-Sperrfeuer, das eine Feuerwand erzeugt, die Feinde zum Stillstand springt. Mich bringt hier keiner zum Stillstand. Im Oktober ist doch die Spiel. Gehst du da hin? Ich plane, mit Standort zu sein. Ja, geil. Dann bin ich auf jeden Fall da. Sprung abgeschlossen. Das ist, also, ich habe noch keine Bestätigung, äh, Bewerbung, aber wird hingeschickt und alles. Wie gut ist das denn? Ich muss ja sagen, dass die Streubombe irgendwie cool aussieht als Napalm, oder? Äh, die Streubombe sind cool. Und was genau ist die, ist die, ist die Spiel? Die Spiel ist die größte Spielemesse, ähm, äh, in Europa oder sogar der Welt. Nee, ich glaube in Europa nur. Also für Brettspiele, analoge Spiele. Oh, geil. Ja, die ist mega. Da habe ich, ähm, da habe ich das erste Mal durch Zufall Paradox gesehen, ähm, als die Hearts of Iron 4 und Europa Universale, nee, Hearts of Iron und Europa Universale Spiele vorgestellt haben. Mega. Ah, okay. Eier zerstören? Haben wir Ostern? Was ist denn hier los? Bald. Geil. So, ich habe jetzt Napalm. Bei mir, bei mir wird gerade gefragt, kann man das Spiel auch Solo spielen oder muss man zwangsweise mit anderen, mit fremden Menschen spielen? Wisst ihr das? Ich kann auch Solo, ne? Ähm, man kann auch Solo spielen, dann ist es aber deutlich schwieriger, aber auch mit Randoms kannst du gut hier drin spielen, weil, ähm, der Fortschritt halt langsam ist durch die ganzen Wellen und, äh, bislang ist es gar nicht toxisch gewesen, sondern eher hilfsbereit. Muss ich auch bestätigen, also es ist das einzige Spiel seit sehr lang, wo ich mal kurz einfach mal angemacht habe und es war einfach, hat immer Spaß gemacht. Ja. Das ist wild. Okay. Mit anderen Spielen ist es mal komisch. Du hast halt die Motivation, alle wollen Bugs vernichten und alle haben es wirklich vor. Und das Schöne an dem Spiel, finde ich ja, dass, äh, dass diese ganzen Missionen ja komplett über alle geht. Das heißt, alle haben das gleiche Ziel. Ja. Und, äh, man kämpft ja gegen diese Welten, das heißt, du hast ja wirklich Fortschritt, dass die Roboter und die, die, die Bugs greifen an und die greifen alle an. Das heißt, alle Spiele spielen gegen die Bugs. Aber anderen Spielen ist das ähnlich, wie zum Beispiel League of Legends, haben auch alle das Ziel zu gewinnen. Analoge Spiele, wer macht denn sowas heute noch? Das sind auch bei TXS Spiele, das beste überhaupt. Bei Dead by Daylight, dass du versuchst, irgendwie gemeinsam zu kommen. Sag mal, bist du denn das Wahnsinns? Das ist mega total. So viele Computerspiele bauen auf, auf die wunderbaren Brettspieler auf und besonders, weil es halt auch einfach nur ums Ballern geht. Und es ist halt nicht gegen, äh, League of Legends. Das ist ja ein Team gegen das andere menschliche Team. Leaders macht sogar diesen Übergangs-Digital-Brett-Spiel. Da gibt es ein Tablet. Ich habe noch nie in League of Legends gespielt. Und dann, ja, macht man auf dem Tablet noch Sachen. Lass es sein, lass es sein. Ich habe gekickt, wenn man kein Meta-Load hat. Achso, okay. Ich habe es gespielt, als es rauskam, als es noch keine Meta gab. Da fand ich das eigentlich ganz lustig. Da liefen alle auch noch wild irgendwo rum und dann nicht, du musst jetzt das, du musst jetzt das. Nee. Trotz der Grüße. Okay. Was ihr, äh, habt ihr gerade über League of Legends geredet? Nein. Nein, würden wir niemals tun. Rangers, lass das, mach das fast nicht aus. Wirklich, was denkst du denn? Wir müssen Eier zerstören. Eier, Eier. Eier zerstören. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Streubom, den hier, den und den. So. Let's go! Wir müssen die Eier zerstören, ne? Also, ah, das ist, this is Madness, this is Sparta. Okay, jetzt verstehe ich. Ich muss sagen, ich habe noch ein Problem, ist das, erst mal, ich muss um erst mal gucken. Ich bin die noch nicht so schnell. Oh, Deep Rock Galactic Survivor ist auch sehr, ah, Deep Rock Galactic meinst du, ne? Das, äh, andere, ja, 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 doch, es ist ein ähnlicher Spielprinzip. Das hatte ich auch ganz am Anfang und jetzt auch gerade eben, man ist diese kompletten Überforderung, man wird einfach überrannt und hat keine Ahnung, wo man hinlaufen soll. Ja, ich renne einfach nur Ranger hinterher, wenn der Tod ist, habe ich ein Problem. Wo sind wir denn jetzt? Huch, hoppala, wir sind auf dem Felsen gelandet. Äh, lass uns direkt mal hinter uns gehen, da ist ein Nest, dass wir zerstören können. Also bei 227. 227? Ah ja, die Low-Level-Loadouts. Ja. Welches meinst du, welches meinst du? Markiere sie doch. Ich habe markiert. Warte mal, ich hole erst mal mein Maschinengewehr, können wir mal ganz kurz warten? Ach so, ja stimmt, ich muss auch noch mal eins wollen. Der Chat macht sich lustig, dass wir Low-Level-Loadouts haben. Wir haben schon, wir sind so gut, wir brauchen es halt nicht. Ja, ja. Wer sowas nötig hat, mit besseren Waffen, ja. Es ist wirklich dunkel. Wir nach zur Freiheit. Ja, das ist eine der Map-Features jetzt. Ich frage mich, sieht man was im Stream? Weih nicht. Chad, seht ihr was? Könnt ihr sehen, könnt ihr Sachen sehen? Wenig, ja wenig sehen wir auch. Ich mach das Loch zu. Ich mach schon. Ey, du ballernst doch nicht mit deinem G auf mich drauf. Rino stellt sich neben mich. Braa. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Mach's. 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 Ich steh das schon. Ich steh vor dir. Ich hab ganz knapp neben dich gezielt. Wenn du jetzt nur stehen bleiben müssen. Ihr macht das schon. Ja bitte, geschützt. Ich hol wieder meinen, meinen, meinen Aim-Hack. Ranger, du bist mit deinem Kopf in meinen Kopf gelaufen. Ja. Bisschen nach hinten. Bisschen nach hinten. Bisschen nach hinten. Warum? Oh, Gottes Willen. Oh, es ist hell. Ich seh was. Ja. Oh, mein Gott ist fremd. Könnt ihr jetzt was sehen, Chef? Tipp aus dem Trainingshandbuch. Friendly Fire ist gar nicht so freundlich. Wir fliegen da oben. Oh, ist weggeflogen. Wenn die Gatlingern schießt, nicht da durchlaufen. Hätt aber auch wirklich keiner denken können, ne? Hätt auch keiner denken. Das ist ja noch so ein Nest. Warte, ich hab was reingeworfen und da ist auch noch eins. Ich schmeiß mal da was rein. Oh, da brauch ich Volker rein, wollte ich. Ja, ich bin hier, ähm, Kobe. Ja, ich kann das schon. Äh, holt einer Nachschub. Braucht einer. Ich hab nur noch eine Granate. Lass uns noch mal rüber gehen, erstmal. Und den noch platt machen und dann können wir... Ich hab noch alle Granaten. Ja, deswegen... Ich seh bloß halt nicht, äh, das Nest. Äh, mein Link ist... Hat jetzt einer von euch... Wer hat... Alter, du hast es gedacht und dir geworfen, wovon wir jetzt den nächsten Ausdruck bist. Ja, wieso? Ja, da kommen wir aber dran, glaub ich. Ohne Problem. Hier. Ja, sehr gut. Guck mal, können wir direkt mal reinwerfen. Ach, guck mal, hier ist gar nichts. Noch eins, ist dicht. Noch zwei, ist dicht. Alles ist durch. Ich hab da gar nichts zu tun. Ich hab da mal was runtergeworfen. Ich hab hier Proben. Selbst da muss Proben, weil du dich nehmen kannst. Die nimmst du mit, da kriegt man Forschung und Geld für, ne? Ja, ja. Genau, also sammelt alles auf, was hier probenmäßig aussieht oder irgendwie Credits oder so. Damit können wir uns dann die Feuerunterstützung holen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Jetzt werden Hot Dogs gemacht. Wo ist die? Ja. Lass uns mal dahin gehen. Bei 298. Mein Chat ist traurig, dass du dich nicht mehr anhörst, Berangirius. Weißt du, dass ich jetzt erst realisiere, dass du mit dieser Zahl sagst, wo man hinlaufen soll? Wusstest du das vorher nicht? Das ist du ja die ganze Zeit. Hast du noch nie einen Kompass in der Hand gehabt? Ja. Ich hab einen Kompass, das kenn ich Westen, Norden, Osten. Ja, und die Striche dazwischen sagst du einfach da. Oder? Dazwischen. Ich war neun Monate beim Bund. Wir haben das nicht gehabt. Wart ihr alle beim Bund? Nein. Ich glaube, Strategie Ecke, du bist eher Zivil-Dienst, oder? Nee, ich hab weder noch. Ich muss nicht dienen. Wir sind halt alt. Aber gut, dass das nochmal betonst, Ivaldis. Danke dafür. Gern geschehen. Dass dann noch böse Onkels da ankamen und gesagt haben, Sie sind wehrerfasst. Melden Sie sich im nächsten Kreiswehrersatzamt. Oh Gott. Oh mein Gott. Jetzt wurde ich getötet. Es hat einen erwischt. Kein Verlust. Stranger Wars. Ja, er hat mich gut verteidigt, während ich da in einem Terminal rumgetippt hab. Und alles für die Demokratie getan habe. Ich merk schon. Du hast gar nicht getan. Jetzt glaubt mir noch einer meiner Gegenwerfer. Ecke, kannst du mir die Sichten köpfen nehmen? Nichts schweren. Es tut mir leid. Das war eigentlich nicht gewollt. Aber da war ein Bug im Weg. Dann du warst mir im Weg. Ich hör euch immer nur mi 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 mi. Mehr krieg ich von euch nicht mit. Das sind praktische Anweisungen. Gehe bitte aus dem Weg. Ich brauche ein wenig mehr Sieg. Das ist meine Panzerabwehr. Das höchste was ich bekomme sind 78%. Da steht jemand im... Au! Ranger! Nur weil ich jetzt dran bin, ist das ein Grund mich zu töten? Wirklich? Brauchst du so sehr die Aufmerksamkeit? Möchtest du dich dazu äußern? Rache ist so süß! Du willst mich nicht erteint haben. Ich hab mich verdrückt. Wir benötigen mehrere Verstärkungen. Oh! Magazin leer! Au! Was? Mimini sind taktische Anweisungen. Ja selbstverständlich. Warte mal. Ich ruf mal hier. Dann sag ich wie beim Ranger. 298. Tot, tot, tot. Aua, aua. Ja. So wir haben geschützt. Wie schmeckt euch die Freiheit? Da hinten kommt was? Oh, oh, oh. Ich weiß. Ein großes Vieh. Ist platt. Habe ich gemacht. Easy. Ranger? Oh! Au! Du hast deine Waffe hier gelassen. Die steht hier noch. In der Luft. Weh, das war der Raketenwerfer. Da ist in Ordnung. Den kann der gar nicht ganz behalten. Der hängt hier in der Luft. Echt? Ich sehe nichts. Ja. So, Richtung 3-5-0 bitte, ja. Wenigstens Rino hat ein bisschen Ahnung davon, wo wir hingehen. Aber wollen wir nicht andersrum gehen, dass wir dann hinterher bei dem Evakuierungspunkt enden? Sonst rennen wir jetzt am Evakuierungspunkt vorbei und dann... Eben sagst du, wenigstens Rino hat eine Ahnung, wo wir hingehen und dann kritisierst du ihn direkt im nächsten Satz. Ich meine hier nur. Das ist ziemlich gemein, weißt du das eigentlich? Er hat nur einen Gegenvorschlag gemacht. Heilt euch mal. Der Eisbärmann auf meiner Seite, das ist seltsam. Du, ich bin immer auf seiner Seite. Oh, ich hab auch Versehen. Imole gebrückt. Rangirios Seite nicht. Die Demokratie braucht es nicht. Okay, wo müssen wir? Dann Richtung, äh, äh, 55. Wäre das besser, Ranger? Ja. Da ist ein Bugs. Na, das ist ja meine Überraschung. Hätte ich gar nicht gedacht. Das überrascht mich. Viel zu viele Bugs in dem Spiel. Unspielbar. Dann müssen wir es ändern. Ich meine, als ich am Anfang, dem ersten Tag das gespielt habe und es wirklich noch viele Fehler gab, wie häufig der Satz war, war das jetzt ein Bug oder nicht? Sehr doof rüberkommen. Ich will gar nicht wissen, wie viele, äh, Steam-Rezensionen es damit gibt. Spiel voller Bugs, sehr zu empfehlen. Richtig schlecht. Oh, ich glaub, äh, Ivaldis, ich weiß nicht, ob du bekannt bist bei mir im Chat, aber da steht Ivaldis als Feind dann doch lieber Bugs. Muss ich mir Sorgen machen. Also... 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 Äh, also... Sie kann das erklären. Ähm... Ähm... Man kann mit mir zusammenspielen. Ja, vor allem Horrorspiele. Das ist besonders gut. Weißt du, dass... Gestern noch eine Einladung für Gus Gus Duck bekommen. Und ich bin ganz selten die Killerin. Mhm. Und ich habe gestern kaum jemanden getötet. Die haben sich dann alle gegenseitig getötet, weil Redbeard auf meiner Seite war. Ha! Ich hab ihm gesagt, Mauer des Schweigens und es hat funktioniert. Es war gut. Er hat den Mord mit angesehen. Letztens hat jemand die Witze mal gezählt, waren rund 5000. Was, bei den Reviews? Echt? Warum hat es jemand gezählt? Oh Gott. Eine Witze, oder was? Oder wessen Witze? Also sagen wir so... Wenn... Wenn man mit mir zusammenspielt, vor allem Horrorspiele, dann hat man zwei Gegenspieler. Ja. Ich hatte sie schon in so ein Haus alleine gelassen. Das... Das könnten wir übrigens nochmal machen. Nein. Nein, bitte nicht. Doch. Also nicht... Fast nur nicht mehr. Nein, dann die Mololo. Oh mein Gott, wieder schocken, Alter. Die Mololo. Oh mein Gott, wieder schocken, Alter. Du weißt, ich wär auch schon ganz schreckhafte Mensch, ne? Ich bin richtig schrecklich. Ich hasse es nicht zu kruseln. Außer jemand anders lässt sich kruseln. Ja. Also weil alle zugucken geht, aber selber spielen ist dann wieder... Hm. Weil du aber auch keine schreckhafte Person bist. Ne, überhaupt nicht. Mir soll noch nie... ob sie dann dabei passiert oder so. Ja, mein Chat wird das auch beschädigen. Ich bin absolut nicht lecker. Hm, hm. So, jetzt auf die Eier schießen. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Nicht so Eier fixiert. Oh, fetter. Granate. Einmal weg. Ah, Svenja. Wadabibadaba. Oh, ich bin tot. Ah. Ich bin jetzt erwischt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Ich bin tot. Oh, runter, runter, runter. Oh. Auf mich selber. Harakiri. Lebe ich noch? Ja, ich lebe noch. Ja. Scheiße. Er ist zu tot. Ich hab mich... Der braucht schon Feinde, wenn man Anna hat. Entschuldigt? Hier schreibt jemand, Ranger, Reno und Ibrahim ist ein Co-op-Horror-Spiel. Dafür würde ich sogar bezahlen. Ja, ist dann Stream nur für Abonnenten. Ich bin hinter dir. 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 Ecke, wie sieht's bei dir mit Horrorspielen aus? Ich muss nicht unbedingt. Bei mir auch nicht. Ich hab auch Horrorfilme, ne? Oh mein Gott. Ich hab aus Versehen einen von euch in den Kopf geschossen. Ich wurde von Vorräten gekillt. Was? Weil mich das Biest da reingeschubst hat. Lebt der noch? Oh Gott. Ich bin leer. Das ist einfach nur dunkel. Andersrum, andersrum. Nicht daran. Nicht daran. Oh Gott. Hilfe. Wo ist denn die Rakete? Die braucht dich doch noch. Was ist das denn jetzt? Hilfe. Das ist die falsche. Ich laufe jetzt weiter. Ich laufe jetzt weg. Sollte ich noch mal einen Narbein schmeißen. Verstärkung anfordern. Ole. Einfach weg. Das ist der richtige Weg, oder? Ja. Einfach Verstärkung anfordern. Ich renne. Ich kann keine Verstärkung anfordern. Nein. Hilfe. Warum ist das Spiel in so dunkel? Das ist nicht okay. Ich glaub, das soll der Schwierigkeitsgrad sein. Was ist das für ein Scheiß? Ich kann nicht mehr rennen, mal beides gebrochen, aber scheiße. Was ist das denn? Jetzt wieder. Lauf doch hin. Um Gottes Willen. Hoch. 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 Easy. Die kommen hier nicht hoch, oder? Bestimmt nicht. Die springen können? Der große bestimmt nicht. Der kommt hier unten. Dem ist ja scheißegal. Alter, wo läufst du denn? Wo noch eine hin? Hallo. Hallo. Ich hab was für dich. Bitte werfen sie einen in Pokémon. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Oh Gott. Wo flieg ich hin? Lebst du? Das hast du überlebt. Ich renne die ganze Zeit vor dem Vieh weg. Du stehst hier neben dem Feuer. Jo, ist warm. Achtung, Achtung, Achtung. Oh Gott, ich flieg im Feuer. Okay. Oh Gott. Kann der nicht mal jemand anderen jetzt mal langsam fokussieren? Boah. Wo ist er denn? Na, Pein wird geschossen. Ich hab keine Muni mehr. Ich brauch unbedingt Nachschub. Äh, mach ich. Äh, in 30 Sekunden. Ich verblute. Es war schön mit euch. Ein bisschen Sekundenkleber geht schon. Ihr habt euch wohl. Oh, danke. Es gibt ein Schwierigkeitskopf, fast unmöglich. Ich seh halt nicht mal, wohin das schießt. Ist das halt einfach alles nur duke? Ach du, geh hinter dir! Oh mein Gott. Ja, da war noch ein paar Gäste. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Schieß den auf den Hintern, nicht auf die Panzer rum. Wer wird denn da zerrissen? Ranger, warum hast du mich denn jetzt getötet? Ich hab dich nicht. Was? Du hast mich eliminiert vom Ranger. Ich wollte dich retten. Das stand bei mir auch schon regelmäßig. Das wollte ich jetzt nochmal. Ich wollte dich wirklich retten. Warte. Warte, warte, warte. Wenn das deine Arme retten, dann hast du Angst vor deine Liebe und Freundschaft. Oh mein Gott. Dann reißt der Mann ist tot. Oh Gott nein. Nein! In dem Moment sammle ich das... Oh Gott. Das ist aber auch intensiv, ey. Das ist aber auch intensiv. Das ist aber auch intensiv. Au! 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 Autsch! Ich bin wieder tot. Shit. Heldalber meldet sich kampfbereit! Ups. Wir haben nur noch sechs Mal wiederkommen. Ja, aber wir haben ja dafür auch noch kein Missionsziel geschafft. Wir müssen einfach wieder... Den Eiern. Okay. Vielleicht sollten wir nochmal über den Schwierigkeitsgrad nachdenken und vielleicht über eine Map mit mehr Sicht. Nur so eins Vorschlag. Nachschub, den wir uns bestellen können. Heller machen wir jetzt. Warte mal. Geht das heller? Ich bin ja dafür erstmal einfach die Eier zu zerstören. Hellig. Hier geht die Helligkeit. Helligkeit der Benutzeroberfläche. Okay, man kann das Spiel wirklich nicht heller stellen. Hier sind Vorräte lagen die rum. Bei? Hier liegen noch Vorräte auf dem Boden. Nö. Wieso sind wir eigentlich von den Eiern weggelaufen? Weil ein... Weil du tot warst. Und wir das nur mit ihr machen wollten. Oh! Wieso glaube ich denen so wenig, aber ich fühle mich toll. Okay, 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 okay. Was sind die Eier denn auf? 150? Wie kann man denn den... Wie kann man denn die Uhrzeit von der Mission sehen? Oh Gott! Solltest du nicht durchlaufen, glaube ich? Nee. Ganz oben kann man es heller machen. Also man kann es heller machen. Rino, alles gut? Mir geht's super. Hier sind noch Vorräte, Leute. Bildschirmhelligkeit. Ah! Wo kann man es heller machen? Ähm, Anzeige. Nehm. Ach da. Ein bisschen heller. Jetzt übernehmen. Ah, wir haben die Backdinger nicht geschlossen. Das ergibt. Danke, Cody. Oh, ein bisschen besser. Guck, wir haben es geschafft. Da sind noch mehr Backhöhlen. So. Hast du getroffen? Wir sind nachts auf dem Planeten. Warum sind wir denn nachts auf dem Planeten? Also, Ecke, da muss ich einmal sagen, das war wirklich... Das war Coby. Ranger, wieso hast du denn sowas ausgesucht? Ich weiß nicht, wo ich die Uhrzeit von den Missionen sehe. Ups. Und dann meckern, dass ich einen Kompass nicht lesen kann. Der kann nicht meine Uhr lesen. Ja, ich merke schon. Da ist ja keine Uhr bei. Das sind hier Intergalaktik. Intergalaktik. Ach, ich war am. Autsch. Der ist groß, macht den weg. Warum habt ihr den geschossen? Oh Gott. Ja, warum denn nicht? Weil ich dann Streubombe A oder B. Ja, dann sag doch was. B. Streubombe. Ja, aber dann sag doch was und mach nicht einfach. Kommunikation. Oh Gott. Mein Kopf. Ranger, warum? Und ihr sagt noch mal das, wenn ihr mit mir spielt es irgendwie dann... Sind wir gerade einfach alle gestorben? Ja. Nee, ich klinge hier irgendwo der Wand fest. Ich habe das weit weggeworfen. Ich habe es auch weit weggeworfen, meine Napalmwaffe. Aber wer hat das denn genau auf uns geworfen? Ach so, an der Tag- und an der Nachtseite auf dem Planeten muss man das ablesen. Ja, jetzt geht es aber richtig los. Zeigt mir den Feind. Danke. Kommunikation. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. ins Leben. Ich bin auch eliminiert worden. Für jeden Titel, demnächst ein Geschenk. Dann sind wir alle arm demnächst. Verstärkung. Verstärkung? Ja, da ist. Verstärkung ist aufgebraucht. Holt mich. Ich bin eure einzige Hoffnung. Anfrage bestätigt. Verstärkung. Wir haben keine... Wir haben keine... Wir können nicht wiederholen, ne? In zwei Minuten wieder, ja. Okay. Oh mein Gott. Ja, dann lasst uns jetzt zu den letzten Eiern gehen, anstatt hier noch zu farmen. Aha. Ich brauche meine andere Rüstung wieder. Jetzt weiß ich auch, warum ich so schnell trauen gegangen bin. Ich habe meine Tank-Rüstung gar nicht mehr. Da haben wir denn die Markierung von unten. Magazin leer. Hinter die Ecke. Hinter dir. Ganz viele. Oh mein Gott. Weckt euch die Freiheit! Hinter Yvrald ist auf. Recht hätte ich jetzt nicht gemerkt, dank dass du ein Chat bist. Ich fand es auch gut, dass sie mir gerade einfach... Ich balle einen Bug ab. Einfach durch die Schusslinie läuft. Ich gehe jetzt einfach. Tschüss. Ich komme mit. Nein, ich gehe jetzt alleine. Ihr geht jetzt andere Wege. Ich komme mit. Meine Munis alle. Ich bring Freunde mit. Was ist denn das Rote? Das Rennen weg. Das Rennen weg. Das Rote ist nicht gut. Wer macht das denn? Das war ich. Nicht nach rechts. Ich schmeiße zu euch. Nichts machen. Da, den Nachschub kommt. Hier hinter euch. Nicht zu nah ran. Ich nehme den sonst alleine. Ich glaube, das war nicht schlecht, oder? Ja, wir haben auch Glück gehabt, dass er nicht so schnell reagiert hat hier. Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich finde es ja so geil, wie häufig der Typ einfach in dem Film, ne, 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 hier befördert wird. Das gefällt mir. Hinter euch! Oh! Ah! Ich muss mir grad eine Medaille sichern. Ich kann grad nicht. Was? Wir haben die ganzen Proben, haben wir vergessen einzusammeln. Die Lagen hätten noch. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viele Verstärkungen, ne? Ich glaube, ich bin Proben, wenn hier eben draus kommen. Deswegen. Wir haben wieder eine Verstärkung, das ist schon mal cool. Ja, aber die bleibt jetzt auch bei eins. Also, wir sollten jetzt vielleicht Richtung Eier erstmal gehen. Ja. Aber die Hauptmissionen haben. Das könnte vielleicht uns der Ranger helfen. Gibt es auch die Immobile Infanterie? Ja, die sind wir bald. Oh, ii! Guckt euch mal mein... Darf ich mal ganz kurz anmerken, wie eklig mein Umhang mittlerweile aussieht? Ich bin ja voll geschnoddert. Ja. Ja, wenn du stirbst, dann ist das wieder normal. Dann bist du wieder ganz neu. Wo sind denn die letzten Eier, die wir finden müssen? Welche Richtung? Ach, da. Ich sehe sie. 3280. Ja, rennt nicht zu viel, damit ihr gleich noch Power habt. Aber dann können wir ja eine Pause machen vorher. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, jemand ist hinter uns. Rino. Rino. Achtung, hinter dir! Zwei! Nicht bewegen! Freeman High. Da ist man mal eine Sekunde nicht aufmerksam. Ja, passt relativ. Das haben wir ja gesagt. Achtung, noch mehr hinter uns. Ich nehme eine Granate. Wir haben Fanclub. Ich sondieren vorne. Wir sondieren. Achtung, die explodieren alle die kleinen Dinger hier. Ich weiß. Oh Gott, du musst ja nicht drauf schießen, können wir vorbeilaufen. Oder hier. Stopp! So. Rüber gesprungen. Oh. Okay, drücken wir decken. Okay. Da vorne kommen wieder viele. Hinter uns. Um rechts seht ihr die Schwierigkeit. Ich bin hinter euch. Ich will meine Panzerung wieder haben. Mein Müllmann. Oh. Alter. Da ist schon wieder so ein Panzerungspanzer. Oh mein Gott. Der ist gerade selber in die Luft gejagt. Vorsicht, da kommt ein Einmaler-Panzer. Der hilft dir Rino. Er rennt auf mich zu. Oh. 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 Dann verfalle ich wieder ein alter Roll. Wer hat jetzt... Wer hat den Apalsschlag gegen mich gerufen? Wer hat den Ap... Wer war das? Wer war das? Ist irgendeiner tot? Nein. Ich hätte gewünscht, ich wäre es gewesen. Was? Du hast Rino? Du bist ja zu Recht reingelaufen. Ich darf halt verlangsamt den Gegner. Ja. Da ist aber meine Panzerabwehr-Rakete gewesen, die ich angefordert habe. Entschuldigung. Könnt ihr mal ganz kurz aufhören zu streiten? Könnt ihr noch eine Verstärkung holen? Nein. Machen wir jetzt nicht. Oh, du wirst verfolgt gerade. Könnt ihr mal bitte ganz kurz aufhören zu streiten? Ich komme jetzt her. Jungfrauennöten. Jungfrauennöten. Warte. Ich komme. Hilfe. Hör nicht auf mich zu laufen. Alter, was war das denn? Das war das große Vieh. Ich habe deine Panzerfaust genommen und dem im Arsch geschossen. Du hast mich angeschossen, während ich auf das große Vieh schießen wollte. Du alter Saboteur, du. Du hast mich weggeschossen. Du hast mich weggeschossen. Frag noch den Chat. Die haben doch gesehen, wie ich weggeflogen bin auf einmal. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe gepustet und gepustet. Ich habe auch keine Munition mehr, schon länger nicht. Ich renne im Kreis, ich habe Muni, aber ich renne im Kreis. Ich renne im Kreis, ich habe Muni, aber ich gucke gern zu. Nein, mach ich einfach mal nicht. Nein, mach ich einfach mal nicht. Mein Gott, das sind viel zu viele. Jetzt bin ich zur Strategie. Ich habe mich gekillt. 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 Ich habe mich. Es hilft zwar nicht. Ich bin auch tot. Ich sollte Verstärkung holen, glaube ich dann, ne? Ja. Ja, sonst wird es gleich. Ich habe auch Abgingzeit, fuck. Noch 40 Sekunden. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, sind die tatsächlich ein Problem? Die männlichen Mitstreiter streiten sich lieber, als das abzusprechen. Ja, ja, ja. Er hat mir Napalm auf den Kopf geworfen. Ich habe ja wohl das Recht, mich zu beschweren. Ach komm, hör auf dich zu beschweren. Würdest du deinen Job machen, dann würde es auch funktionieren. Noch 15 Sekunden. Warum wirfst du denn bitte eine Panzerfaustanforderung mitten in die Wachs rein? Ja, weil die vielleicht noch wen tötet. Ja, was ist effektiv? Ein kleiner Pott oder eine riesen Napalmbombe? Mein Pott ist groß. Und Abklingzeit ist durch. Du kannst. Holt mich, ich bin wichtig. Holt mich, ich bin, ähm. Jetzt sagt mal jeder was Nettes über den anderen. Rino hat einen schön kurzen Namen. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Oh mein Gott. Danke. Ja, bitte. Jetzt musst du was Nettes über mich sagen. Ja, geil. Oh Gott. Minute 40 hast du in die Verstärkung. Fuck. Angerius hat ein Wunder, äh Ranger hat ein wunderschön schiefes Regal. Ja bitte geschickt. Um ganz ehrlich zu sein, Ranger hat eine verdammt coole Stimme. Das muss man ja einfach mal sagen. Ja, ja, okay, aber das wollte ich jetzt nicht zu laut sagen. Ranger hat einen tollen Chat. Aber da ist ja kein Kompliment über mich. Der ist ein Kompliment über euch Leute. Doch, dass du nette Leute anlockst. Mit einer Art. Wie schmeckt euch die Freiheit? Wie schmeckt euch die Freiheit? Ich liebe dieses Spiel. Hast du die Verstärkung gerufen und die ist schon... Ach nee, jetzt bist du tot. Nach 57 Sekunden. Was ist das denn? Da wird drin sind Credits und Ressourcen. Ich dachte, ich bin hier oben sicher und die kommen hier nicht hoch. Hier ist der komplette Aufgang. Was? Ist das da hinten so ein fettes Team? Mein Bein juckt! Mein Bein juckt! Dein Bein juckt! Dein Problem! Wieso darf ich eigentlich gerade dem Ranger nicht zugucken? Ich sehe mich gleich hier da rumlegen und mit dem Kopf vütteln. Wirklich. Ich weiß nicht, was ich mir noch sagen will. Ranger nach 15 Sekunden? Nee, nee. Oh mein Gott. Warte mal, mein Kopf ist gar nicht an der Kopf. Süße Freiheit! Dein Name ist Ranger! Wo liegt mein Kopf? Warte mal, mein Kopf ist an meinem Arm dran, während mein Körper woanders liegt. Und meine... Nachschub holen? Guckt ihr das? Was ist das? Flick! Mein Arm pappelt nebenbei auch noch. Oh mein Gott. Alter Schwede. Intensiv, sage ich mal. Raynor, man kann das Spiel alleine spielen, ja. Aber man kann es auch mit Random spielen, das funktioniert sehr gut. Ich glaube ihr braucht langsam Munition, oder? Nein, nein, nein. Ich werde gleich einfach meine Fußnägel abknipsen in deren Auge. Da liegt Munition vor dir, vor dir, vor dir, vor dir. Was vor mir? Jetzt... Setz mich doch nicht so unter Stress hier. Ja, du. Was hast du für Prinzennägel? Ja, doch ohne Waffe bin ich da rein. Wichtige Frage, was hast du für Fußnägel? Du weißt ja nie, wann meine Apokalypse kommt. Du musst hier mal anzücheln. Das sind immer perfekte Klingen. Bevor Ranger mit dem Flieger fliegt, muss er erstmal zur Prediküre. Ich muss Baumstämme nicht hochklettern. Ich kann einfach senkrecht nach oben laufen. Wo läufst du eigentlich gerade hin, Ranger? Zum Ziel. Oh. Ist das die nicht links von uns? Naja. Ich wollte ja nur nicht in das Loch hier fallen. Denkst du nicht, du solltest hier warten und warten, bis du uns alle wiederholst, damit wir gemeinsam hingehen können, weil wir ein Team sind? Was sagst du, Nino? Hä? Hä? Ahja? Äh, das Spiel bekommt ihr bei Games Plinne mit 10% Rabatt. Ähm, ist oben im Chat angepingt. Wir können sowas gerne häufiger immer spielen. Ähm, kommt natürlich drauf an, wie hoch das Interesse ist. Ihr wisst ja, wie immer, ne, bei mir. Ähm, aber wenn das Interesse groß genug ist, dann können wir da immer mal einen Ausflug reinmachen. Weil gerade Multiplayer macht es halt sehr viel Spaß hier. Ich hoffe, ihr merkt, was für ein Spaß ich habe in dem Spiel hier. Ah! Oh! Gott! Ah! Ich bin auch zart! Hä? Jetzt ist er schon wieder tot! Mein Geschütz hat ihn nicht gekonnt. Geschütz hat ihn umgebracht. Hohl Versteckung? Ich dachte halt, wir laufen zum Ziel. Oh, deine Versteckung an! Warum komm denn einfach nicht ich wieder? Ich dachte nur zuschauen. Ah! Ranger! Nein! Jetzt bist du doch wieder da. Du musst jetzt überleben. Du musst jetzt überleben. Wieso ist denn hier so ein großer? Ja. Weil man das Warten macht keinen Sinn. Die kommen einen halt dann auch holen. Wir hätten vielleicht Deck zu den Eiern laufen sollen. Wo sind denn die Eier in welche Richtung muss ich? Drück mal Tabulator. Ich renne, ich kann... Ja, ich würde, wie gesagt, ich würde gerne sehr viel mehr Multiplayer mit den anderen machen. Ich möchte aber nicht zum Großen. Vor allem bietet sich das halt in anderen Spielen immer an. Dann haben wir ein Problem. Helldiver 2 hat sich einfach mega angehoben. Okay, ich renne einfach einen Kreis, warte bis einer von euch kommt und dann... Ich muss nur eine Minute... Wie gesagt, wenn euch das Spiel gefällt, wenn das quasi so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das häufiger war. Wir machen das. Easy. Zocken. Wir haben noch 8 Minuten und 51 Sekunden. In dem Team, weil ich mag halt... Die mag die 3 halt. Sehr gerne. Wir müssen noch die einen Eier zerstören, haben wir es geschafft, ne? Ja, aber ich möchte da nicht alleine rein. Nee, das ist... Du schaffst das. Das sagst du mit einer sehr schönen Stimme. Kommunikation sagt mein Chat. Ja, ich warte, bis ich jetzt Ecke-Rupia holen kann. Oben links. Seht ihr nicht, weil die Partner darüber sind. Mit Ecke? Oben links und guckt die Partner auch nochmal gleichzeitig an, ja? Da haben wir zum Beispiel einen für Uhrzeiten Holzkerl. Und gar nicht bochtest für schöne Haare. Ja, brauchen Rainer und ich bald nicht mehr so viele. Wow, das ist bei mir rasiert, ja? Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Du hast in deinem Geheimratsecken rein rasiert? Ja, genau. Damit ich einfach... Ich will einfach ein bisschen... Kompetenter im Strategie-Bubble wirken. Kompetenter, wenn ich... Alter macht sich bezahlt im Strategie-Bereich, deswegen wirklich immer älter. So. Das erklärt alles. Deswegen färbe ich mir die Haare auch grau dich. Deswegen sieht man auch bei mir, wie die Haare so übelst weit gerade nach hinten sind, durch das Duschen. Und mein Schnäuzer, mein Moustache, schön buschig. Moustache. Fun Fact, Geheimratsecken sind alles andere als geheim. Boah, Alter. Warum heißen die Dinger eigentlich Geheimratsecken? Weil sich da drin immer kleine Kobolde treffen. Was machen die da? Mimimi, während sie die Hälter nachschulen. Das machen die Kobolde da. Ja. Dreamkiller. Ich glaube, heute hast du ein paar gute Clips dabei. Wo habe ich das eigentlich gefragt? Aber ist das... Okay. Jetzt noch wieder zwei nehmen, oder? Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ihr könnt natürlich auch noch zwei Minuten. Ne, eine Minute warten. Die anderen, die sonst was hinter sich. Und die Breilis guckt ihn erstmal so an. Ja. Ich glaube, der fängt an zu schießen. Was bedeuten? Ich lade nach. Ja. Ich schieße. Oh Gott, da kommen ganz viele. Granate. Achtung. Oh, der stimmt echt long. Oh, hinter uns. Was hinter uns? Ich bin auch noch vor uns. Nehm uns, nehm uns, nehm uns. Das ist ein großer. Rechts neben dir. Lauf. Nicht nach, nach. Du bleibst, du hängst dich dahin. Oh Gott, es ist weh. Was tust du denn da? Okay, jetzt salutierst du auch noch. Du hast ganz statt VB gedrückt. Oh Gott. Nochmal den Arm hochheben. Ich scherbe mich nicht. Für die Demokratie. Wow. Einfach nur wow. Ich hab doch gesagt, ich bin in Panik jetzt nicht unbedingt zu brauchbar. Zusätzliche Verstärkung. Ich kann Verstärkung holen. Du kannst andere holen, ob das wirklich Verstärkung ist, bin ich mir noch nicht mehr. Also mit Randoms komm ich schnell durch die Mission. Weißt du, wie sind die, vor die die anderen sich fürchten? Oh nein! Den hab ich. Oh mein Gott, ich bin fast an der Scheiß Verstärkung gestorben. Ja, ich bin aber auch gesteuert. Ich hab das Wort gesteuert. Ich hab den auf den Bank gesteuert. Ihr habt übrigens nur noch 5 Minuten für die Mission, ne? Ja, wir kriegen das hin. Aber keine Sorge, du kommst als nächstes Ranger. Damit werden sie es hundertprozentig schaffen. Warum hat sich deine Stimme so leicht ironisch angehört? Niemals! Niemals! Nein! Okay. Ab zu den Eiern, Alter. Ab zu den Eiern, Alter! Ja, wir brauchen Eier! Eke ist schon im Wochenende. Wo sind denn die Eier? Auf der Karte! Ja, ich guck doch gerade, wo auf der Karte ich hinlaufen muss. Wo ihr mich eigentlich jetzt wiederbelebt habt. Den Teuch ist glaube ich ein fettes Vieh. Ja, schnaubt. Renn weiter! Schnaubt! Das bin ich, wenn ihr jetzt schnaubt. In einer Minute haben wir Ranger. Und in zwei Minuten haben wir Rivaldes dann. Dann haben wir unser Team zusammen. Schalom, mach es gut schön, dass er da gewesen ist. Und dann müssen wir in vier Minuten weg sein. Ja. Kriegen wir hin. Sobald wir den angefordert haben, passt's. Zählt die Zeit, wenn man den angefordert hat und nicht mehr? Also dann passt es? Nee. Also ich glaube nicht, nee. Ich bräuchte einmal einen Nachschub. 1 zählt bis zum Anfordern, ja? Wieso wirfst du einen... Also Nachschub? Nachschub, Nachschub. Da ist der Fette hinter uns. Er rennt. Er galoppiert. Hast du ihn gerade Ranger genannt? Oh mein Fett! Was? Oh mein Fett! Oh mein Fett! In 20 Sekunden könnt ihr den Ranger holen. Yay! Die Elite kommt! Der hat gerade den Nachschub zerstört. Der Wichser! Ich kann das noch nicht mehr. Dino Schild in der Zeit. Ach stimmt, man kann so lange spielen, wie man will. Der Nachschub kommt, ist dann nur nicht mehr da, ja? Ihr könnt ihn wiederholen. Aber dadurch, dass er kein... Oh Gott. Ich komme! Augen auf! Ich komme! Wie bin ich denn? Alter, du hast Napalm auf mich drauf geschossen! Nicht auf dich drauf! Das ist doch nicht wahr, ey! Ich glaube mit Randoms hast du... Die sind kooperative als wir, oder? Alle leben noch! Alles super! Warum beschwerst du dich so? Verstehe ich auch nicht. Guck mal, Rangers Vorbildlichen hat ein Nest geschlossen. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Heute nur noch ein Ei! Ja! Let's weg! Jetzt! Wartet, nein! Holt mich doch wieder! In einer Minute! Ja, wir müssen ja erstmal zum Ort! Das dauert noch zwei Minuten, bis wir evakuieren können. Ja. Ich bin 50 Sekunden, könnte er mich wiederholen. Ich möchte mit dabei sein. Oh shit! Nicht da reinlaufen! Ich habe eine Bombe hinter die Verstärkung geschmissen. Ja, deswegen habe ich nur gebrannt, weil ich so schnell runtergekommen bin, oder warum? Du bist wahrscheinlich genau in die falsche Richtung gelaufen. So, ich fordere jetzt die Evakuierung an. Ja, ich lasse hier einmal ein Geschütze hin. Geschütze töten uns doch! Ja, die sollte man außen hinwerfen. 15, macht euch bereit. Ja, ich lasse hier kurz… Nein. Hebräger, ich stupid! Hol ich mich wieder? Ich hole schon! Ich cho, ich mundok Luft schmай. Er ist nur noch so sicher piece ich mir klarst, die gew lands Tools! Ich ommau und League ablegen. Wie yok Jx meat denn zu wenig redemption kostet euch nur für desse und lose! Denn sie Labour sind sehr gut hier. ganz vergessen dass das schwerfeuer ein bisschen breiter gefächert ist dabei diese synchron sprecher einfach der hammer so in 50 habe ich dass man jemanden im computer schreiten apotheker danke vielmals sehr lieb von dir da kommt ein fetter nur weil ich hier auf einmal über die brüche zu gucken muss mich ja nicht beleidigen ich habe mich auch hinterlich gestellt na und der die eier geholt hat ist auf jeden fall vom firma kaputt gemacht worden noch 15 sekunden lande zu räumen ja der kommt jetzt einfach nur gleich einfach nur einsteigen ach das war kein fetter das war sein fetter da kommt da ich bin drin ich auch sofort ich habe erfolg bekommen evakuieren nachdem der timer auf null gekommen ist ja was war das für die evakuierung alter was für die mission war doch sehr erfolgreich also wenn wir jetzt keine fünf sterne bekommen ne also ich weiß nicht wir haben rinne zurückgelassen also drei von vier das ist eine hohe statistik so einheit mehr als 20 prozent ich bin jetzt gleich mal auf die statistik gespannt mit friendly fire 800 so wer hat am meisten ich sage ranger ich sage ich sage strategie ecke von dem mehrere getötet wurden drei sterne nur bedauerlicher sieg so wurden wir meine noten in der schule übergegeben dafür zwischen zwischen vier und fünf und in neue note eingezogen ich glaube ich spiele xp gekriegt haben gerade so bestehst ich glaube ich vier minus bedauerlich schön teile von rino liegen immer noch da ich finde es total schön bei heike geht euch alle schätzt durch das nicht super süß mit leidst wir ja statistik freundlich feier schaden ich lese noch mal vor ranger 5383 evraldis 0 rino 197 ecke 343 wir spielen einfach der gegner kann ich ganz kurz das anmerken ich möchte das mal ganz kurz anmerken für mein chat es heißt immer ich gegen andere seht ihr das hier friendly fire schaden 0 das muss dann das muss dann mein geschützturm sein das kann ja anders aber dafür habe ich auch ja also ich habe auch 270 eliminierungen wo gehobelt wird fallen auch späne ne ist halt so da muss man auch mal gucken wo man bleibt ja ich kann nicht auf jeden rücksicht nehmen unfälle ranger 5 jeweil des 1 ecke 3 darf ich mal erwähnen rino 0 gut ich war die hälfte der zeit tot aber was zählt denn unter unfall ich glaube dass wenn du runterfällst irgendwie so ein ende wahrscheinlich oder von einem pot kaputt gemacht wirst da bin ich aber so bin ich nie gestorben ah schön was kann ich denn noch nicht richtig frei muss mal eben kurz ums weg bin sofort wieder da ja ich gehe auch mal kurz eben ich gehe mal gucken ob ich irgendwas shoppen kann oder so reden kämpfen ich bin auch mal eben okay ich mache bei mir einen moment das ist also ihr sie sind jetzt alle weg und die dürfte jetzt mal ehrlich sein wie findet ihr dass sie spielen so ihr dürft ehrlich sein ich lese euch alle ich habe euch im blick so guten abend zusammen hallöchen ihr habt ein problem das heißt ranger ja wir wurden gekappert ja 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 ihr habt ein problem das heißt ranger ja genau ranger bester spieler bitte was mit wie viel hat er dich bestochen freiheit glaube ich aber nicht ich finde ranger spielt ganz gut wenn das eine gefahr fürs team manche leute sollten das mit dem spielen lassen alle besser als erwartet und dankeschön kein plan wie die spielen ich höre nur trash talk teilweise verplant aber sonst gut das ranger problem ist ein unsterblicher bug kommt kommt mit die gold hoch 100 die viel zusammen danke schön alle gegen die bugs und ranger ja ist ein guter titel facecam oben rechts ist besser kann ich mich gleich umziehen das kein problem das krieg ich hin ich dachte da läuft ein film ja das könnte auch sein alles wie erwartet chaos pur ihr vier seid zucker gott cuties dankeschön ranger 5 von 10 ecke 8 von 10 ivraldes 8 von 10 rino 7 von 10 geil dankeschön dafür ja so verplant und aber glücklich wenn man den hintergrund nicht kennt ist die unterhaltung echt lustig das freut mich rangers hat gerade wie z wie zerstörung das t wie teamplay wurde übersprungen das gefällt mir hallo was soll das denn heißen das ist das ist äh rangers ein super schütze macht mindestens drei kills ecke rino und die freide so wieder da haben wir gleichen biorhythmus alle zum gleichen zeitpunkt wieder da also ich muss sagen der chat ist sich einig also ranger ist wirklich ein super schütze er macht mindestens drei kills ecke rino und die freide ist ehrlich ihr könnt alle die anzahl eliminierung aber bei dem schaden glaube ich dass wir da mindestens 80 prozent von sind ranger hat das spiel verfehlt er ist der imposter ich habe gar nicht so viele getötet ich weiß nicht was das hier für die kritik auf einmal sein soll das ist ich habe perfekt gespielt ja da muss ich mich jetzt hier nicht drauf einlassen ich habe euch doch gesagt das spiel macht spaß das muss man mal einfach mal sagen die 380er genau die war das ich muss eine andere waffe dafür nehmen wie kann ich die waffen neue waffen kaufen muss ich die im bettel er drücken und dann hast du diese wirklich das kriegsanleihen und dann ist der helder als mobilis klickste an und wir waren von der zweiten seite kann ich nicht kaufen und ich noch irgendwie blockt muss ich erst die erste seite ganz aufkaufen oder wenn du siehst wie viel münzen wenn auf die zweite seite ausgegeben haben mussten auf diese seite was kaufen zu dürfen acht medaille muss ich ausgeben wollt ihr nochmal gegen bugs oder mal gegen die roboter bugs roboter unterscheide ich nicht von euch ist ja jetzt kein unterschied zu jetzt bugs für dich was helles einen hellen planeten am tag aber wie kaufe ich denn jetzt äh drauf halten und dann unten rechts ah ok ok ich habe die neue waffe ausgerüstet ich habe jetzt den punisher ich finde irgendwie so ich fühle mich hier echt an warhammer erinnert einfach irgendwie ich weiß nicht ob das emblem auf meinen umhang ist aber ich muss immer an warhammer irgendwie denken ja das ist auch von von warhammer von starship troopers und von terminator kopiert mhm so jetzt habe ich mal den ranger und bin die müllabfuhr oh warte mal geht nach henry der ist anfänger freundlicher das problem ist dass ranger aussuchen wir hingehen das freut mich sehr und ranger sagt sehr lieb von dir vielen lieben dank oh nein wir kriegen das hin ja man muss ja auch mal believe 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 me believe i can fly believe me believe believe me helldiver führen sie die befreiung der galaxie an ich will die galaxie befreien thürich auf jeden fall deutlich besser wenn du so singst oder derjenige so macht ich glaube da haben wir kein problem mehr dann laufen die bank freiwillig weg ich möchte die galaxie von ranger befreien was es war ja wohl das soweit das ist ja unser simulations soweit tag bei tag ja bitte kann ich nicht kann ich meine hier sind nur welche auf der nachtseite frei okay das machen andere planeten dann fliege woanders hin ja mach ich doch jetzt also jetzt mal hier keine kritik an mir keine kritik an mir keine kritik an mir hier da ist was bei tag bug eliminierung guckst du guckst du bei mir im stream zu stream sniper nee wir sehen das alle wenn wir an den tunnel gehen sehen wir wo du rum nein macht ihr nicht nur ich sehe das ich bin niemand guckte einen stream ranger niemand ja hier können wir spielen finde und zerstöre die ist doch doch tag ja wir sollten doch noch was positives auch hier gegenseitig bei uns sagen na der ranger tötet wirklich sehr präzise das stimmt das gab es schon dreamkiller das stimmt oh neuer ohrwurm don't stop believing da 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 ranger was sagt er danach ranger hat eine super stimme zum wach werden danach sagt er gar nichts mehr dann don't stop believing don't stop believing ist ein lied das ich niemals vergessen werde und alle die sopranos kennen die serie die werden wissen warum aber ich sag nicht weshalb es regnet es regnet vetermänner ja ja der sogenannte vetermann das ist der griechische mit käse überbacker der tat mir jetzt selber weh der tat mir jetzt selber weh der tat mir jetzt selber weh ranger wenn er seine kameraden erschießt oh mein gott das ist hell ich sehe was ich habe dich übersehen es tut mir leid ich habe die links daneben hier ich wollte mal die haben die eine die eine oder keine für keine andere waffe mache ich mich mehr zum affe ja heute singt für sie ranger ok ich bin hier in einem fetten geschütz ich geh mal hier hinter ich weiß nicht was da kommt ich bin grandios ich bin grandios wir sind dafür wach man muss auch erstmal aus dem rangerios rauskommen merkt man dann so ein bisschen oh gott oh gott oh gott wieso ist dann groß ah ich schieße mich von dem geschütz wieder runter warte ich schieße auf den mit e habe ich ihn getroffen ja aber au ich glaube ich habe jetzt wieder team schaden gemacht aber das war notwendig um euch zu retten Schrotflinten beste waffe das kann ich euch nur schon mal sagen ja aber die können wir noch nicht haben ich bin tot durch strategie ecke was ich hole nicht weg wieder hier wo ich bin ist relativ eliminiert von strategie ecke der ranger tötet uns die ganze zeit der ranger tötet uns die ganze zeit der meister danke dass ich mir beigebracht habe ich alle umrige meister ranger 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 was denn ich habe gar nichts gemacht ich habe dich doch nicht getroffen ich habe den neben dir weggeschossen du bist zu gütig die helligkeit wieder auf normales maß stellen ist ja jetzt gar nicht ja recht wohl mach mal kurz die helligkeit machen wir jetzt mal packen es zu oder was ist es eigentlich da ist noch mehr wach ja das auch noch nicht so ich gehe runter das war das denn weiß ich auch nicht bist du gestorben wie bist du jetzt gestorben wie habe ich dich denn getötet wenn du explodiert ist kann es sein dass ich die granate an ihm geworfen habe hinter die ecke hinter dir ja ich mach schon hab schon hab schon easy das war ein unfall ja ja das ist ein perfektes beispiel für ein unfall oder auch ein ob sie ein doch ist noch offen ich habe keine granate mehr lass uns mal nachschub anfordern bitte könntet mich beholen ich habe noch granaten du hast mein körper von sein bein getrennt ihr bekommt ranger anscheinend und nicht mich besser geht's doch nicht ich bin wieder da oh mein gott das so knapp da die täter meine beider haben sich geflöst wo ist denn hier noch ein nest ich glaube wir haben uns das war schon die mission das war's wir haben ja gar nichts zu tun das war's Eckfried bist du's wenn man was sieht ist das ja gar nicht so schwer wir können ja wir können auch weiter oh gott meine granate ist weggeflogen vorsicht keiner reingetroffen war jetzt aber alle zu dritt wieder reingeboren absprechen also beim nächsten loch sagen wir wer an rein wirft gleichzeitig ich und werfen wenn ihr zielt und dann mittlere maustaste drückt dann zieht ihr auf das first person dankeschön ich bin auf dem chat so stimmt ja wie nur danke du hast mich schon wieder mit napalm getötet oh mein gott ich bin auch tot ich hole verstärkung dieses napalm die gegner standen da warum rennst du auch rein wenn ich da hinwerfe ich bin abgelenkt ich kann gerade keine verstärkung holen ich habe schon zwei gerufen keine Säure da hinten kommt was ja ja ich hab noch mit also alle wundern sich ich hab doch jetzt offizielle battle ist wer macht am meisten fancy fire schaden oder nicht warte warte oh nein oh nein warte nicht da da nennt sich absprache sowas wie ich werfe napalm ich glaub das ist egal das hab ich gesagt nein das hätte ich sagen sollen ich sag das gerade gut dass ihr noch keine mörsertürme habt es gibt mörsertürme oh die brauche ich ne die brauchst du nicht die brauche ich die muss ich überall platzieren so lass uns mal zum nächsten weiterlaufen oder dann kriegen wir da noch ein paar punkte zusammen denkt daran proben uns so einzusammeln da vorne zum beispiel ne wir gehen jetzt hier in die richtung sehenswürdigkeit und ne 500 kilo bombe gibt's auch noch Achtung 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 Obitalschlag kommt ihr ich bin tot cool mir fällt jetzt das erste mal auf dass wir alle vier kreuzer in der luft sehen bogeball ich spring weiter ich wiederhose noch hab eine probe mörser türme sind so ziemlich das letzte was man dem spiel wäre jedenfalls wo hier ist ein loch hinter ja wirst du ich schmeiß warte jetzt ja hat lange gebraucht dann habe ich auch gebrochen das war es schon super wir können warte mal wo gehen wir dann jetzt guck mal weißt du was das für ein unterschied macht schwierigkeit auch hier aber im tageslicht und wir sind viel besser ich glaube das liegt einfach daran dass rino so ein krasser dude ist da hinten ist noch so ein dicker ich habe aber versteckung holt hier also nachschub mal nicht hast du jetzt einfach mal was nettes über rino gesagt ja kannst du auch was nettes bei mich sagen ja strategie ecke bewegt dich da mal weg du hast auf jeden fall okay also schon also der team kill vorhin der war der war schon lustig aus du kannst nachladen du musst jetzt natürlich sagen ob als rangerius oder jetzt hier so der eine fahrt das tod noch klein hinter dem fetten warte ich weiß nicht ob ich den anderen dicken jetzt ausgeschaltet habe ich habe nein habe ich nicht alter vorsicht nach einem richtung großer ist der ist der dicker jetzt noch am leben ja 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 das nach von uns aus recht glauben ein ein wieso läuft denn weg oh mein gott haltet er gedrückt um warte die anzupassen was was es gibt er gedrückt halten ich habe mich gekippt auf dem taschenlack oh mein gott ja aber das verändert auch sehr viel für mich oh oh hab dich ranger danke äh ich guck mal hier ein maschinengewehr jetzt noch weiter runter da ist noch ein fragezeichen bei 1 6 0 also irgendwie springen meine granaten wie ich werfe x-beliebig irgendwo rum bei euch auch ne also die fliegen schon recht präzise hat einer der aber die landen dann irgendwo ganz komisch immer wir hatten jetzt diesen geschützt rum durch ihn geschickt nein warum der ist beim verteidigen gut nicht beim nach vorne laufen ok wenn sie dann weiter laufen schießt er auf uns hier sind proben eingesammelt äh kann einer nachschub holen ich auch stimmt nur noch zwei minuten ja vielleicht gehen wir doch mal lieber zurück weil da haben wir ja keine keine anforderungen mehr nur noch zwei minuten aber statt zu evakuieren einfach weiter stürmen so wird demokratie verbreitet ja danke für den dezenten hinweis wo müssen wir hin ach da nachschub sagt das spiel erinnert mich da an damals als wir das haus meiner großmutter ausgeräuchert haben bitte was oh das war gab es da genauso viel blut ja auch zu viel back ich hoffe nicht so viele tote lass mal kurz nachschubeln aber wir haben nur noch eine minute ja aber das ist nicht so schlimm dann kriegen wir nur keine ähm keine also wir können nichts mehr abrufen an fähigkeiten ein linguistische ich möchte jetzt jemanden in den arm nehmen dankeschön das war eine sehr schöne umarmung die zwischendrin abgebrochen wurde ecke das hat mich abholpunkt ist bisher leer sehr gut ja wir müssen ja zwei minuten jetzt erst nochmal verteidigen mein umgang ist so eklig glitschig ich mag das nicht nicht zu verteidigen geht eigentlich das ein fettes geschützt nein bitte nicht in den weg laufen während strücke dankeschön abflug des überzerstörers steht bevor ja jetzt nochmal alles an verstärkung anfordern was er braucht ein orbitalschlag nützt jetzt natürlich nichts viel spaß viel spaß mir fehlt so ein bisschen eine minimap muss ich ganz ehrlich sagen also die dauerhaft da ist ich glaube das ist extra so ich liebe dieses spiel es ist so geil hinter uns hier liegt doch noch hier liegen noch ressourcen neben euch ich habe andere probleme als auf ressourcen zu achten aber dann kriegen wir noch mehr bummen ich glaube wir haben schon genügend bummen liebe leute ihr müsst mich gleich mal daran erinnern dass ich meine rüstung wechseln muss wenn wir im wenn wir im schiff sind ja ok ich kann eine seite hier ganz gut verteidigen ja hier kommt ja auch gerade nicht sonderlich viel geile befreie und für den vorstand es ist schlimm es ist so krass oder ich bin auch echt überrascht worüber das spielbord ach so fetter 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 ja dann grüß mal den fetter schön von mir ich bin aber leer geschossen dann hat nach das fertige schütze ist leer gefasst vor allem was für ein stressfaktor diese einfach nur dieses munition hinzufügt ja dadurch dass es nachladen du schmeißt das dann alles weg ja oh mein gott aber nur von deiner seite du hast versagt ja das stimmt wohl also slash ecke vorsichtig schlug magazin leer ich bin weg okay okay das ist nicht mehr hier funktioniert und da weiß ich leider nicht was für meins mitgemacht sorry das ist einfach nur durch zufall also ich bin auf jeden fall von ragerius getötet ich hab dich aber einfach gemacht von ragerius da bin ich aber zufrieden ich hab gar nichts gemacht unfälle sind übrigens team kills ne ach so waltag in den usa ah das heißt als ich null hatte mit umfällen und rager fünn ja aber dafür jetzt um 37 ja 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 ne ich will sage alle vier den mann am an fünft und sechs dauert dann plötzlich ewig was machen wir mein chat sagt ecke 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 ne nie im leben natürlich ecke ecke hat die meisten team kill mit abstand der wann der war 3 nur das war kein hardcore das muss ecke doch das muss ecke jetzt mürn Ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich wieder Friendly Fire Schaden 0 habe. Guck mal, Ranger hat gewonnen. Ja, aber das ist Friendly Fire Schaden ist egal. Ja, weil das sind gut. Unfälle ist das Wichtige. Unfälle. Ja, Rino 3. Und ich auch 3. Ich habe auszusehen. Ich muss meine Rüstung ändern. Irgendwann ja mal auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Iwraldes. Bemmel-Wiking, absolut. Ich muss an meiner Zielgenauigkeit. Ich auch. Wenn ihr Schrotflinten habt, dann wird es einfacher. Schrotflinten, wieso? Iwraldes schießt nicht. Entschuldige, ich habe genauso viel getötet wie Ranger. Und ich habe weniger Schuss gebraucht. Ich glaube mal, das spricht für mich. Ich finde die geil. Das ist halt schön präzise Schüssel. Probiere ich mal aus. Aber ich kann halt nicht mal auf Range dann. Doch, ich spiele auch auf Range. Schrotflinten ist meine... Die ganze Zeit weggelaufen, Distanz. 1,8 Kilometer, 1,7, 1,8, ich zweieinhalb Kilometer. Was habe ich gemacht? Da wollte ich immer rumrennen. Ah, hier. Aha, aha, aha. Friendly-Feier-Schaden ist der Schaden, den man von seinen Mates bekommt. Bam. Und ich habe in der letzten Runde 5.000 Friendly-Feier-Schaden bekommen. Ja, mach dir mal Gedanken, warum. Oh mein Gott. Mach dir mal Gedanken, warum. Und ihr sitzt hier auf einmal, ja, der hat uns am meisten Schaden gemacht, ja, ja, ja. Und dann, zack. Das sagt jetzt irgendeiner. So dreht sich der Tisch. Ja, ist mir egal, ob das irgendeiner sagt. Das passt so. Mein Chat lügt mich nicht an. Solange du hier keinen Fliesentisch hast und das festlegst, ist das nicht so. Aber ich habe einen Fliesentisch. Dann würde ja heißen, Ivald, es wurde nie von irgendjemand anders getroffen. Ja. Hm, wie untouchable. Nun. So, können wir mal die andere Mission genau in derselben Region machen? Es ist Tag und dann haben wir die Region abgeschlossen. Ja, dann machen wir das noch und danach halte ich mal Lust auf eine Runde Roboter. Also, nach 50 Stunden in dem Game kann ich diese Aussage nicht bestätigen. Das ist doch das. Jetzt, Flash, warum lügst du denn jetzt hier? Wir sind doch sonst so gut miteinander. Und jetzt auf einmal ist das hier jetzt sowas. Nee, komm. Also, verstehen wir uns doch sonst so gut. Find und eliminiere einen Säure-Kitanen. Geil. Das hört sich lustig an. Darf ich mal ganz kurz, äh, ein, 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 äh, man soll sich ja gegenseitig loben. Und ich lese einfach mal was vor aus dem Chat. Ecke schießt von der Genauigkeit wie ein Sturmtruppler. Ja. Sturmtruppler sind Elite, Soldat. Also, gemäß Definition. Passt das dann. So, jetzt habe ich eine andere Waffe. Jetzt gibt es hier 90% Schussgenauigkeit. Die Rüstung habe ich gewechselt. Die habe ich gewechselt. Ja, wo fangen wir denn? Lass uns hier hinten anfangen. Dann können wir jetzt nach und nach alle Missionsziele lang gehen. Hast du uns dann automatisch mitgenommen von dort hinten, oder? Ja. Also, ich kann quasi immer auswählen, wo wir runterkommen. Ei. Ich mache das so. Schütze irgendwie. Rinos Zusatz war für sie frei. Aber nach der Runde brauche ich mal dann ganz kurz eine Pipi-Pause. Okay. Genehmigt von dem Offizier der gelenkten Demokratie. Ja, ich habe es extra für mich nur angemerkt. Ja, deswegen ist es jetzt mit Antragsverfahren genehmigt. Ich sehe hier gerade, du hast aber die Rückseite vergessen. Kann ich gleich ausfüllen und warte. Ich warte, bis wir landen. Ja, ist ja auch blöd. Jetzt während des Fluges kann man dann auch nicht richtig ausfüllen, die Rückseite. Ehe, klar. Das wäre ja keiner. Nicht, dass da hinterher noch gekrakelt dran ist. Das wäre erschrecklich. Wenn du mich jetzt tötest... Sollten sie fallen, denken sie direkt... Ehe, wir sind keine Mega-Risenden-Ding. Lass das! Ich habe ein Mega-Risenden-Ding. Okay, da ist sie. Oh Gott! Hinter dir! Hinter dir! Ja, aber hinter dir! Habe ich getroffen? Nein. Der ist ja eklig! Der ist ja eklig, nimmt den weg von mir! Hab ihn! Der gar nicht! Der ist immer noch nicht. Wie ich red mit Rino. Danke, die schön du den ich reingelegt hast. Das hat mich beiziert. Der Ecke seinen Stream läuft nicht, weil das bei ihm leider nicht ging. Ja, da hat es die Probleme gehabt. Hilfe! Scheiße! Scheiße! Ich dachte, ich habe die Waffe ausgerüstet. Vorsicht! Irgendwo ist Nahpalm! Wie irgendwo ist Nahpalm? Wir haben keine Ahnung, wo! Wir brauchen Bestärkung! Ich hatte vergessen, dass ich die andere Waffe ausgewählt habe. Ich bin tot. Ecke, guten Abend. Oh mein Gott. Ihr seid einfach immer noch hinter mir her. Achtung, Ranger! Was denn? Was denn? Hinter mir! Ecke? Ecke? Ist das dein? Ich kann das nicht lernen. Ja. Frisch gespawnt. Oh, das ist bestimmt ein Gegner. Das war mein guter Nachfolger. Du warst vielleicht zufällig genau im Weg. Nimm doch mal das Vieh von mir weg. Komm mir nirgendwo hin. Ich liebe das Spiel. Ich liebe das Spiel. Das macht mir einfach absolut Spaß. Ich kann doch nicht mal mein Maschinengewehr holen. Es macht mir so Spaß, dieses Spiel. Es ist unfassbar. Schön, dass wir es jetzt auch mal in Stream spielen. Oh, jetzt ist es dahin. Das freut mich richtig, muss ich sagen. Das freut mich richtig. Nein! Oh Gott, da ist ein Loch. Bereit zu befreien! Es ist... Ach. Nachschub. Es ist gleich tot. Ja, kann ja nicht sein, dass das Vieh immer noch lebt. Es ist tot. Achtung, neues Vieh. Alter! Alter! Oh, zwei, zwei, zwei. Was ist das für ein Planeten? Und dann springt mir einer ins Gesicht und tötet mich. Alter. Ich höre nochmal Verstärkung. Mhm, ich renne im Kreis. Vorne der Verstärkung an! Bin ich glücklich? Triffst du den, ja? Mit der Verstärkung? Ja, ich bin wirklich wie ein Teppich. Diese Mission alle treten auf mir rum. Au! Ich hab' kurz und auci. Ich bin tot. Mein Gott, wie viele Gegner sind denn hier? Ich hab' nicht was zu machen. Ich hab' gesagt, wir sollen hier landen. Aaaaaaah! Nein! Nein! Nochmal! Nein! 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 Man hat mein Geschützgehalt gekuckt gemacht! Nein! So nehme doch Hilfe! Oh, ich komme wieder! Wohoo! Triffst du was? Nein! Oh mein Gott, hier sind wir keine Stimme! Naja! Ich hab' schon wieder ein Großen hinter mir. Ich hab' dann ein Großen hinter mir! Ich hab' dann eine Gättlingen geschützt rein, also weg da! Ich renne die ganze Zeit irgendwo hinweg. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Elimiert von Ranger, klar. nicht glücklich habe halt einfach so großen hinter mir und ich komme eigentlich an seine rückseite ranger lauf wir ging leider nicht so ich muss noch mal wieder geholt werden ach so ja ich bin dabei das ok haltet den von mir weg dann hole ich noch mal ein paar abgelockt er ist hinter mir her schon geschossen ich habe halt immer noch nicht meine maschinengewehr welche andere probleme haben wir noch mehr wie ich auch mein gott aus sind schon wieder zwei da sag mal ok der eine ist tot was der glaubt die sind jetzt alle tot oder mal und lockt was weg bei ecke sind es sind zwei große da ich habe noch mehr gelockt ich habe auch mehr angelockt welches unter mir habe ich schon habe ich schon habe ich schon ich habe drei nästa zerstört sehr gut macht weiter damit jawohl heidewitz der kapitän okay wir müssen noch in 140 gehen da haben wir den ersten bereich den wir dann verlieren jawohl alles gut auch jemand munition ich habe hier munition hingepackt hatte ich kann sich markieren da sind noch keine wachs jetzt munition ich habe wachs bei mir in kein haufen ich bringe welche mit warum sind denn so viele von diesen säure viechern hier ein weniger links einer ich bin gleich tot ich habe kein spitz mehr willkommen her ich weiß nicht wo du bist ich habe fahre ich bin hinter dir rennen weiter ja ach danke denkt an die belohnen holt jemand ranger wieder ich lebe noch mehr ach so ok ich dachte gerade kurzzeitig das wäre im spiel ich hole ihn jetzt beginnt das aufbauspiel sehr gut das ist eine probe gewesen sehr schön so muss das sein ich bin schon die bugs gehören mir ja ich bin voller blut und gedärme das ist schon irgendwie ein bisschen bäh das muss so und übrigens mal ein großes dankeschön an den chat der zwischendurch mir immer auch tipps gibt es gibt mir eine gute dach zur rolle das wichtigste was ich gemerkt habe ist wenn du tab drückt und die map passt und ein rechtsklick machst kannst du dadurch dich bewegen durch die map einmal ein herz für den chat ich schmeißt da hinten rein doppelt besser ranger ich habe hier ein gate dass sie aufmachen kann was hast du hier ist ein schutzbunker den man aufmachen kann mit zu zweit ja da können wir noch mal eine probe drin finden und heute hinkommen ich komme eben super geil was aufnehmen die rino war mal aber ich glaube da war noch kleine dahinter ja achtung kleine dahinter ja du kannst da bleiben ecke wir schaffen hast du angst vor ecke ja ja ist die antwort 30 minuten ecke ist bis zum spawn zurückgelaufen ja hier hinter diesem hüttel da die preis bedankt sich wenigstens noch bei ihrem chat ja das mache ich auch was kostet das spiel oh gott ich weiß gar nicht wie viel das 40 euro 40 ja ranger hat gesagt ich soll das holen also habe ich es geholt hier sind granaten es macht ja wohl auch spaß oder bräuchte das in granaten hier jetzt hat sie nichts gesagt das heißt sie bereut es gerade ok nein ich würde niemals bereuen mit ihr zeit zu verbringen und so eine wunderbare erfahrung zu machen von einer menge von friendly fire auf mich so viel das habe ich noch nie danke dafür Leute hinter uns weglaufen wo haben wir auch hinter dir ja äh seure vie ist tot dann bitte nicht auf eure freunde schießen ranger wo läufst du hin äh hier oben zu den nach nordwesten äh ich habe hier einen kleinen backauflauf von da haben wir auch noch eine rettungskapseldaten daneben so lange an einer stelle bleiben sonst kommen die nämlich immer wieder neu glaube ich ok dann wir wollen dass wir rennen zu den anderen beiden hinter uns und springen die einfach mit ok war das ein niesen das stimmt fliegen die die ohren weg ich bin keine frau die elegant und niedlich niesen kann ich bin so ein elefant ja ich bin dann immer gesundheit ja genau das kommt bei mir ähnlich hin ich bewundere jeden der irgendwie so ganz süß und niedlich niesen kann ja ja so ganz ich werfen ich werfe meinen orbital orbital schlag hinten hin ist da denn was ich hoffe mal dass da was ist sonst wäre das jetzt ich finde die natur hier wirklich schön brennt wieder alles vor uns ja das weiß ich noch gewesen aber da genau da müssen wir durch er läuft wir brennen auch ja natürlich brennen wir auch ich holl dich wollen wir ihn wiederholen oder nicht ja er hat's gelernt ich dachte wir haben so an die flammen war hat tolle ja klar ja ein bisschen feuer aushalten wo müssen wir ja ein bisschen feuer ausgehalten bist durch napalm gerannt rechts von uns oder wer ist markiert 290 auch wenn man durch vegetation läuft dass man auch mal langsamer läuft bei brennen einfach hinwerfen ich mache ich mein orbital weiter ich glaube da ist einer von euch vor meinem erst da war mein erstes ich versuche mal in der zeit ein paar löcher zu stopfen ich bin runter und steht eliminiert ich hab dich erwischt mit meinem seltene probe ich hole dich wieder kaputt gemacht ja mein gott ich habe dafür sogar ein achievement bekommen coole leute schauen nicht auf santa gerade bei meinem achievement ich habe keine munition mehr haben wir nachschub angefordert hier ich fordere mal nachschub in der zeit an was ich einfach liebe es ist so herrlich chaos aber irgendwie hat es dann doch eine struktur ja also strukturell sind wir hier also da ja wie bei einem profi ich glaube wir müssen noch zu reden ist hier so ein lager jetzt eine rettungskapsel müssen wir noch aber hier ist ein lager sonst gehen wir zu dem lager dahin und mal hier bei dem data potten das direkt daneben ranger meine güte ich ja hinter uns was aber ich sie es noch nicht so bei mir kann man damit irgendwas machen oder ist das sind einfach nur die proben drumherum hinter uns und zwar auch groß oben links daten hochladen ja haben mich haben mich zerrissen aber bei meiner leiche sind ganz viele ressourcen ich habe den zweiten säure nicht mitbekommen wir müssen auf jeden fall bei dem data pot jetzt gleich auch noch mal halten und da sind jetzt noch ein paar ressourcen starten wir sind direkt vor dem data pot der ist rechts von uns 190 von unserer position aus das ist wirklich ein stein ich habe eben auch drauf geschossen wir rennen zum falschen da kommt ein großer du hast gesagt wir sollen da lang rennen wieso ist das jetzt falsch ich habe mich vertan da sind zwei blaue symbole nebeneinander ich habe dir vertraut ich habe was im gepäck vorsichtig wenn ich euch näher kommen kriegt ihr gepäck ich muss den einmal sehen ich habe ein rückspruchsfreies gewehr bei mir auch man im chat wurde bei mir schon häufiger gefragt ob wir schon titan gesehen haben und ich habe die ganze zeit angst davor was ein titan ist weil ich das selber noch nie gesehen habe in spiel einmal raus aus der mitte da würde ich aber einschmeißen macht das da sind jetzt aber irgendwo da ist noch ein großer ja ja wartet ich versuche von hinten auf den drauf zu schießen vorsicht weg ab ist der tod er ist hinter mir her vor noch mal kurz nachschub an er ist aber nicht scheiß drauf auf den kauf den arsch schießt ihm auf den arsch bin dabei ja so ich bin am terminal okay danach müssen wir dann zur data kapsel also jetzt erstmal wahrscheinlich hier verteidigen ja du musst da ein bisschen rum ach warte mal muss ein bisschen rum drücken glaube ich ich mache ein orbital schlag nicht in die richtung gehen meine geldlinger ankommen dahin hinter uns ein unsichtbarer ja wir nehmen noch ein anderer die panzer abwehr da habe ich super was gut da kommt ein großer da oben mit kummer mein gott wie richtig das dann aus das weiß ich nicht muss die schüssel ausrichten welche die dahin rino nummer eins so südöstlich ich gehe zu rin und helf von da oben 1 südöstlich also 1 oder ranger meine güte steht das da irgendwie ob das richtig ist sieht östlich oder man wusste doch noch ein rotes kreuz ja es dort müsste siedosten sein aber ist noch ein rotes rotes x nummer eins südöstlich das muss in den kegel weiter und weiter drehen weiter in die richtung weiter in die richtung weiter 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 stopp da ist so ein weißer kegel da muss das rein jetzt müssen wir einmal zu dem datenbrett zu den datenport hier direkt bei 48 48 48 48 genau ich spiele das spiel in meiner freizeit sehr häufig mit randoms und macht mir macht mir echt viel spaß das ding hier ich zwölf jahre ist es eigentlich war es oder bist wenn man das war ich habe gar daten hochladen als allerdings gehabt hier müssen wir das jetzt machen ja jetzt habe ich mir das nicht gemerkt oder hast du schon gemacht okay ja okay was die nächste aktion die wir machen müssen warten ist das jetzt durch ist schade dass er den steam namen nicht übernimmt und danach würde ich sagen gehen wir schon mal langsam so hier oben zu dem zu dem fragezeichen und dann kommen wir wenigstens zu den säure titan ja das ist ja ein titan ach du scheiße wir haben noch drei verstärkungen ja stimmt aber wir kommen an dem ding sowieso vorbei müssen wir zwangsläufig vorbei eigentlich wir können auch außen rumlaufen da sind so geschütztürme unsichtbare danach geht es welche richtung 080 und da kommen wir dann zu einer kleinen sehenswürdigkeit also da kommt bei ranger und auch bei riebe die munition achtung sorge spocker wieder ja bei mir hat die freundin geblungen können weil ich wäre das magazin hatte auch wirklich wirklich ja ekelhaft videos für mich abfall ich esse nur erdbeerkäse ja das sind vitamine drin die wohnt bei mir in der nähe echt ja so bevor mir sieht die regelmäßig an der stelle die arme dann wisst ihr deswegen habe ich echsen die ersten wenigstens ihre haut dann selber auch damit zweckräumen war ja gut dass wir darüber gesprochen haben hier ist munition und noch ein noch ein so ein säure wie ich das immer tot oh mein gott einmal napalm das war mir diesmal vernünftiger napalm achtung gerotzt man nicht mal gerade an verstärkung orbital schlag wir haben wieder so wollen der rum rennt oder ist zerlegt find echsen irgendwie mega cool aber ich hätte keine ahnung wie ich die halten könnte also ich habe einmal günther lebt sozusagen der wüste und lego der wohnt im regenwein wir hatten auch so eine nebenanlage und alles tun und an großes wert ist die tot habe ich erlegt aber dafür gibt es auch leute die helfen wie du die haben müssen okay wo müssen wir noch hin erst mal in die sehenswürdigkeit was ist die sehenswürdigkeit dass diesen auf der karte so kleinen diamanten da kriegen wir noch ein paar ressourcen raus auf dem weg dahin du hast überhaupt die zeit auf die karte zuschauen ich versuche einfach nur euch die art die ganze zeit ab also ich versuche zumindest es nur munition nur das ist doch super ich brauche munition hier im loch wo ich bin schnell weiter da kommen welche zu dir ein paar proben genommen hier schnell weiter das orange tor kann man aufspringen warte mal was wollte ich aufspringen oh geil das orangene tor kriegsmedaillen anleihe plus ein sehr cool munition auch ja war ja damit stahl ward habe ich eine neue waffe und jetzt müssen wir auf jeden fall jetzt müssen wir auf jeden fall jetzt zu einem säure titan dann lass das nest oben erstmal lass das nest oben erstmal in ruhe im norden und dann gehen wir jetzt erstmal zu dem säure titan fordert aber vorher noch mal so spezielle waffen an achtung ich habe ein vieh vor mir hier kann einer bei mir einer kann bei mir das gewehr noch nehmen da muss nicht müssen wir nicht da welche verschwenden er noch okay das neue gewehr ist absolut geil kann bei mir doch nicht ich habe rucksack jetzt dafür aufgenommen wusste gar nicht dass ein rucksack weiß oh mein gott archiv tot warte ich bin da ich bin das da liegt auch eine fette waffe schnell rettet uns oder zumindest die ressourcen bei uns fünf und sechs so gott wir brauchen alles was hohen einzelschutz schaden hat hat den rucksack aufgesetzt jetzt geht es hier los jetzt werden wir carried vor wenn das fiege einfach du dir den kopf abschießt das weiße auf dich zuläuft ja das schießt du dem einfach mein weg damit er doch irgendwie aufhört und stirbt er genau als er ankommt er das ist echt wie kräftige szene aus dem film bei mir ist mega geil den rucksack den ich habe könnt ihr jemand anders von euch aufschneiden dann könnt ihr mir beim nachladen helfen weil nun freundliche person ist und sagt dem ranger den helfe ich immer gerne das war jetzt übrigens auch was letztes was ich gesagt habe ich bin jetzt explodiert während der in die luft geflogen ist ich bin eine freundliche person ist das einzige nette was über mich zu sagen hat so unfreundlich hast du davon gerät gehabt das denn du musst den rück durchs rückstoß freie gewehr dazu noch nehmen aber da musst du einen mg dafür ablegen behalte ich aber dann lass den rucksack wenigstens liegen lassen wieder weil sie nicht holt mich einer geht mir einen 30 sekunden wo müssen wir hin mit x gedrückt halten kannst du sagen 96 ja dann ist es fallen lassen ich kann ich kann es anwählen aber jetzt habe ich brauche ein bisschen munition für versteckung nach wo müssen wir hin dass die frage 96 verstärkung kommt so leute jetzt gehen wir gegen den titan ich glaube ich sehe ihn von hier gelandet ja das kann sein heute ich werfe mal die falsche waffe dafür genommen kommen wir müssen doch genau im richtigen moment ich hoffe keiner von euch hat ich hoffe von euch hat keine arachnophobie ich bin tot hilfe boah junge junge meinst du der riesengroße schatten ist etwas was hinter dir ist ich weiß ich weiß ja nicht getroffen süße freiheit so viel blut wie kann man alles aber kein blut dort wie kann man so in grün sich und gut schreien dass man spiel das spiel noch nicht so gut ich habe eine freundes gemacht laden während man wegläuft taschendrache aber nicht immer schön guten abend hallo gleich verfügbar in fünf sekunden ja das das anfordern von waffen und nachschub der gegner angelockt achten also hoch runter rechts links hoch hoch runter rechts links hoch ich wiederholst du damit das einprägt hoch runter rechts links hoch hoch runter rechts links hoch treff ihn hättest du nicht irgendwo anders weg da weg da weg da weg da weg da treff ihn wir kommen geiler kill junge geiler kill junge 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 da hast du ja auch ein lob verdient wie gewaltes wir haben es drauf sehr gut gemacht wir sind einfach tödlich richtig gut das war die einzige hoffnung die ich hatte treff ihn soll jetzt aber schnell zum zum ausgang hier ne guck ich euch an ich guck mal was wir hier erlegt haben ich bin mir noch ein tor ja noch ein stück rausschneiden für zu hause mitnehmen im kühlschrank wo müssen wir hin ich kann euch nicht helfen ich habe keine karte immer schon schöner scheiben von abschneiden hat eval das gesagt ja richtung 130 die kannst du auch markieren mit rechtsklick und dann da drauf gehen ja da ist wieder dieses komplo fick dich oh mein gott er springt in den busch rein und verädert sich wenn ich mich am zykali oh mein gott oh mein gott oh mein gott Ecke wieder am min maxen so sieht es aus hier ja Ecke spielt Meter das finde ich echt scheiße ey das ist gemein oh mein gott Hilfe hat sich erübrigt danke für eure Hilfe hat sich erübrigt okay ich bin sehr froh euch zu haben die mir jederzeit den Rücken decken werden ey ich bin tot ich kann nichts ach komm wenn du das gewollt hättest hättest du mir helfen können ja mit meinen übergedanklichen Gedankenkräften ja ich hab gemerkt du hast mich nicht mehr angefeuert du warst nicht meinen Gedanken bei mir oh fuck du machst das super Hand auf Schulter Hand auf Schulter das ist alles auf freundschaftliches klopfen Ecke holst du wieder oder soll ich äh ich kann okay oh nein warum lässt du ihn wieder holen hör doch auf du schaffst das nur einmal und nicht jedes Mal Anfrage bestellen ich hab das große Bündel sie warte ich bewege mich Pappen 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 Positioniere Pappen 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 Ganz wichtiger Tipp Pappen 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 Bist du tot oder ne? Ne, 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 du liebst noch. Hau ich in die richtige Richtung? Ich hab's markiert. 1,5,5 ist das von meiner Position. Hääääh. Der ist tot. Ich will diese Waffe immer haben. Die ist so geil. Welche hast du? Äh, Stahlwert heißt die oder Stahlwert? Äh, wie siehst du wohl den Namen? Äh, ich bin in einem riesen Bugnest gelandet. Ist das sicher, dass wir hinwollen? Nein, du bist falsch. Bei mir wird gerade gefragt, wieso hat sich Ranger gerade nach Angerius angehört? Ich glaube, das ist der Panikmodus. Angerius ist immer einfach... Wartest du noch die 5 Sekunden, bevor du das Ding machst, damit du uns wiederholst? Ja. Dankeschön. Wartere Verstärkung an! Wartere Evakuierung an! Noch 5 Minuten. Freiheit lässt nicht warten. 10 Minuten? Den Bums durchhalten? Ne, 2. Das war jetzt nur 5 Minuten, dann geht's hier. Die Missionen. Ja. Oh, ich bin nicht wiedergekommen. Ich bin wiedergekommen. Schicke einen Adler rein! Oh, ich bin fertig im Fatsch gelaufen. Okay, ich beeil mich. Wartere Orbitalstack an! Oh mein Gott, was hab ich getan? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Na, auf dich ist Verlass. Auf Eisbärn Mannes Verlass. Hm, für die Punkte mache ich alles. Warum hab ich das Gefühl? Also irgendwie... Zeit, D-minus eine Minute. Ecke, nun was das da vorne super mit dem Ablenken. Eisbärmann ist tot, ja. Das war mal. Ich bin dafür, dass wir in den nächsten Season ein Bild von Eisbärmann bei uns im Schlafzimmer aufstellen. Dagegen. Äh, Jungs, ich bringe was mit und Mädels. Nein, bleib da hinten. Ich bringe was mit. Nein, ich bringe was mit. Nein, ich bringe was mit. Ich bringe was mit, komm! Ey! Ey! Ich hab super viele Sachen bei mir, du Arf! Sag mir das ein! Sag mir das ein! Oh, ich hab ein Orbitalschlag! Oh, gut ist auch das ein guter! Komm, schießt von! Ist das euer Ernst? Oh, war das ein guter! Oh, war das ein guter! Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das mal Rangeli, äh, der Ranger? Mann! Das geht nie mehr raus mit dem Rangelius. Nee, holst mich wiederholen? Nee, holst mich wiederholen? Oh, mach mich wieder wieder? Du holst mich wieder? Du holst das, du holst das, du holst das. Ah, hab ich mich erschrocken, alter Falter! Ranger? Ich hab dich doch wiederholt! Oh mein Gott, da kommt richtig viel! Oh mein Gott! Hast du's eingesammelt, Rino? Ja, einfach irgendwas eingesammelt, ja. Gehen wir? Das ist so eine Scheiße! Der Start in 20 Sekunden! Ranger? Lässt du gerade da? Ja! Ich kann das nicht anbrechen! Ich seid ihr... Alter! Dann wird eigentlich grüßlich! Boah! Haben wir nochmal überlegt, weil wir bei Ecke wirklich dazu bringen konnten, dass er so nichts zu uns laufen muss! Das war die Rache dafür, dass du mich am Anfang so cold-blooded umgelegt hast! Das ist ganz genau, was gleich auch passieren wird am Anfang! Man muss auch verzeihen können! Können wir uns nicht gleich alle... also können wir uns nicht zu dritt um Ranger stellen und jeder darf einmal? Hallo, das sind Verstärkungen, die uns allen gehören, ja? Aha! Sechs Prozent bis Kunstzeit verbleibt! Wir haben es geschafft! Übrig! Das sind vier Sterne! Ja, hätte auch ein bisschen besser sein können! Ja, aber trotzdem bleibe ich bei der schweren Rüstung... Verlauern, ja! Irgendwie mit der Leichtberüstung ist dann so! Das sehe ich nicht! Und auch nicht mehr! Acht! 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 Und Double Up! Juhu! Nee! Strategie Ecke Evakuierung fehlgeschlagen! Warum? Ja, mies! Warum wohl? Weiß nicht! Ist mir ein Rätsel! Wir haben den Planeten befreit! Versteht nicht! Jetzt geht's gegen die Kampfroboter! Geil! Oh Gott! Erstmal müssen wir uns die Statistiken angucken! Wer hat denn wohl den meisten Friendly Fire Schaden? Hier ist Küssler! Und den Kuhler auf Erwarten! Da war aber richtig Stimme! Oh Gott! Oh Gott! Alle denken, da wäre ein Bug, wenn Rhino so redet! Nein! Das ist... Günter! Ich hab die meisten Elemente geräumt! Und die meiste Stanz gelaufen! Ich möchte mal ganz kurz festhalten! Friendly Fire Schaden 0 bei Ranger! Ja, weil das ist der Schaden, den wir bekommen! Das war Incoming, ne? Ja! 3.021! Will ich nur mal mitteilen! Diesmal bin ich das! Wo ist der hier, der sehr viel gefressen hat? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Wie viele Schüsse habe ich abgegeben! Aber davon auch 2.000 getroffen, will ich mal sagen! Ja! Ich hab fucking 2.000 Schüsse versenkt! Ja! Breaker? Das ist der! Willkommen an Bord! Jetzt kann ich mir neue Sachen kaufen! Ich könnte jetzt entweder sparen, bis ich mir die Laserwaffe holen kann! Oder... Ich bin einfach ein krasser Dude und hole mir die hier! Und das mache ich jetzt eher! Weil ich nämlich ein abgehobener... Abgehobener Fatzke bin! Ja, das ist jetzt nicht neus! Fatzke? Ah! Ah, geil! Was denn jetzt? Nichts! Hat dich das jetzt überrascht? Hätte ich... War das so ein Ding, wo ich eigentlich sagen sollte, oh nein? Das war nicht überraschend! Nein! Das wäre... Es wäre andersrum wäre das... So! Ivraldis! So gebiete mir! Wie ich hier stehe! Mächtig! Wie ich bin! Ich guck... Warte mal! Warte... Ich muss kurz raus aus dem Shop! Was ist, wenn ich dich so... Also... Tut es sehr weh, wenn ich nicht mitmach? Ich hab ne coole Rüstung, das ist egal! Die ist wirklich hübsch! Ich mach grad ne Vorhersage darum, ob wir die Roboter-Mission bestehen oder nicht! Es steht grad 0 zu 100% für nein! Oh, 95! Sind die so schlimm? Natürlich! Ja, die sind schon ne Nummer stärker! Sagen wir mal so! Weil... Die schießen halt auch zurück! Aber... Wenn wir jetzt schon Probleme haben, warum gehen wir dann wieder... Also... Heldheim, was gibt's auf Steam, ja? Ist das zweitmeist gespielte Spiel? Was stimmt die mit euch nicht? Man braucht halt auch Herausforderungen! Man muss mal gucken, wo man hier hinkommt! Was? Ich spiel mit euch! Was brauch ich denn noch mehr Herausforderungen? Hey, hallo! Ich bin hier gut! Ich bin voll krass! Die Lernkurve ist definitiv hoch! Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll! Ich warte immer nur darauf, dass ihr mir das sagt! Okay... Ah, langsam, langsam bessert sich das 24%! Ihr kriegt das quasi auch bei Gamesplanet für 10% günstiger, wenn ihr Lust darauf habt! Aber Werbung, weil ich daran beteiligt werde, ist dem Chat oben angepinnt! Das sind die Quoten! Ich geh nochmal kurz ums Eck! Ah, ich wollte ja auch! Hab dich extra nochmal erinnert, siehste! Ich muss noch ganz kurz schauen, dann gleich! Noch kurz weg! Bis gleich! Dann sind wir alleine! Wir? Ja! Endlich mal! So, wie bringen wir die zwei jetzt um? Wir müssen ja jetzt Rangirius loswerden und, äh, Egbert! Ja, wir kümmern uns als erstes direkt um Rangirius! Das ist der gefährlichste! Egbert setzt sich selbst außer Gefecht! Ich wär's wirklich cool! Wenn wir alle drei uns einfach da um ihn herum stellen würden, alle einfach mal schießen am Anfang! Ja, das würde ich fühlen! Tief in tief! Mhm! Also, so ist nicht! Guck grad, was ich mir... ...kaufen kann! Diese shoppen! Ja! Gehen wir mal shoppen! Und danach geh ich, äh, Pipi-Pause machen! Aber ich muss erst mal gucken, sonst vergesse ich das wieder! Das ist das Problem! Uh! Woah! Aha! Ich hol die Streubombe, das gefällt mir, damit kann ich Chaos, äh, machen! Bin ich Fan von! Oh, Minenfeld! Ja, nice! Okay! Ich freu das allein unter Wölfen! Ich freu das allein unter Wölfen! Also, sie vergessen mich manchmal, wenn ich Panisch um Hilfe rufe, aber sonst sind sie ganz nett! Ich bin ganz kurz ums Eck! Viel Spaß mit meinem Chat! Dankeschön! Sei lieb zu denen! Die sind auch lieb zu dir! Das stimmt! Das stimmt! Dieser muss ich dann im Chat mal loben! Also, das war wirklich... Was? Wir haben jetzt 50-50 bei mir im Chat von vorher! Nee! Was ist denn hier los? Liebe Leute, wie gefällt es euch bislang? Ich glaube, was sagt ihr zu so einem Multiplayer-Abend? Mal so außerhalb der Reihe! Und, äh... Klar! Sonst haben wir ja viel anderes Programm! Äh, äh... Nee, der Eisbärmann lebt ja nicht mehr! Aber... Macht's euch Spaß! Unterhält es... Unterhält es euch! Unterhält es euch! Das ist das Wichtigste! Von Rastalot war Ranger quasi schuld, dass ich tot bin! Und der Tod an Rhinothor-Axschwinger, falls ihr es nicht mitbekommen habt, lag daran, dass ich am letzten Tag nicht konnte! Äh, da wäre noch ein Kampf, der Zweikampf gegen Lady Patina, den ich ja gefordert habe während der Hochzeit! Und, ähm... Ich konnte nicht! Und dann habe ich es einfach storytechnisch eingebaut, weil ich glaube, Rhinothor-Axschwinger wird keine zweite Staffel machen! Wenn, dann wird es eine, äh... Ich hab schon mal andere Ideen für Rollen, die passen könnten! Ich spiel mit denen drei unfassbar gerne! Die vielleicht auch in das ganze Konstrukt-Rastalot besser reinpassen! Ich, äh, mag die drei unfassbar gerne! Ich spiel richtig gerne mit denen! Immer noch 50-50! Zweiundvierzig Leute, die Antwort auf alle sind, waren noch 50! Ich glaube nicht! Aber eine Rhinothor-Zweite-Staffel möglich? Das sage ich jetzt noch nicht! Die Strategie-Ranger vermisst so viel Spaß wie du hast, wirst du ja nie wieder langweilige Runden-Strategie spielen können! Ja, ist ab jetzt nicht mehr möglich! Ist ab jetzt nicht mehr möglich! Ist jetzt nicht mehr möglich! Zeit in West! Von, von, äh, in der ganzen Woche! Übernächstes Wochenende spielen wir schon mit Länden! Äh, muss natürlich alles passen auf uns da natürlich! Also haben wir dann wieder... Langweilige Runden-Strategie passen! Mist! Na ja! So! Das, das mit einem orangenen Helm! Nein, ich muss mir einen anderen Helm anziehen! Ich muss mir hier einen anderen Helm anziehen! Schönen demokratischen Tag! Schönen demokratischen Tag wünsche ich! Ja, von mir auch! 01000001 01000001 0100000... What the fuck? Das war die erste abgefangene Bot-Nachricht! Laut unseren Analysten heißt das Tod allen Menschen! Ecke ist offline, weil er das Spiel nicht, äh, streamen kann! Aber mit der Aufnahme geht's? Weiß ich noch nicht! Sehe ich dann später! Könnte sein, dass die auch ganz schön lecky ist! Was war denn da? Also ist das am, am laggen gewesen im Stream, oder? Ja, CPU-Auslastung ist bei 100%! Krass! Weil mein Stream aktuell über die CPU läuft, weil ich noch mit den Stream-Anstellungen streame für City Skylands 2! Weil die das ja sehr GPU-lastig war! Wie lange plant ihr ungefähr noch? Was sagt eure, eure, eure Zeit? Ich plane auch nichts! Ich plane auch nichts! Bin erstmal offen! Aber irgendwann Hunger! Dadurch, dass ich gestern nicht gestreamt hab! Aber geht's dir wieder besser? Ja, wir müssen dem Ranger... Ja, wir hatten ja einen kranken Ranger! Mir geht's dir wieder besser! Ich hab aber gestern keine Stimme mehr gehabt! Weil mein Hals hier überstrapaziert war! Und dann dadurch, dass der Rangerius so hoch spricht, ähm, ist meine Stimme dann gestern weg gewesen! Hm... Ich hab mir jetzt auch meine andere Rüstung gepackt! Triforce Kill, Dankeschön für deinen Sub im zehnten Monat! Vielen lieben Dank! Sehr, sehr lieb! Wann kommt Ecke sein neuer PC? Ecke hat doch schon einen neuen PC! Neuer PC ist da, aber... Kriegst du den schon wieder? Das ist halt sehr untypisch! Also im Endeffekt lieg's wahrscheinlich an DirectX 12 und AMD in Kombination! Was hast du denn drin? Einmal... Klar meint! Oder was hast du für ne Grafikkarte? Weil Centurion ganz, ganz viel Spaß! Es geht noch weiter, Shadowhunter! Die lag bei 40% Auslastung! Selbst, weil ich hier auf High gespielt habe! Also alle Grafikkode... Ein Solo ist... Äh... Aber mit Randoms geht's auch echt gut! RX 7900 XT... Also ne... Das kommt die zweitbesseren AMD! Aber worüber streamst du denn? Aktuell habe ich über CPU gestreamt! Ah! Weil halt die Skylines... Ähm... So viel GPU gezogen hat! Dass meine Grafikkarte dann mal über 80% lag und so ne? Aber du hast doch... Äh... Ich weiß nicht, haben die Karten das nicht wie bei den Nvidia oder bei den... Bei der 40er Reihe? Doch doch! Und bei den Reichen wo du dann extra... Ist das hier nicht eine Star Wars Maske? Wo du das rendern kannst ne? Wo du ein extra Encoding hast! Leute? Ja, hab ich schon, aber ich hab halt... Ist so ne Star Wars Maske! Das jetzt während... Den ganzen einzurichten, während wir jetzt am Zocken sind... Wär auch blöd irgendwie! Also ich hab dann den Stream ausgemacht und gut ist! Ich kümmere mich beim nächsten Mal drum... Dass ich einfach das schnell umstellen kann! Und ich guck wie ich meine Kamera da in die virtuelle Kamera einkriege! Ja... Also ich find's ein bisschen schade eigentlich weil... Doch! Das ist ein Roboter aus Star Wars! Doch! Da gibt's einen Roboter der sah so aus wie ein... Doch 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 doch! Warte mal! Es war halt übrigens am Legger... Wie kann man das jetzt nachprobieren? Er hat probiert das in 5 Minuten irgendwie zu regeln, indem man halt Grafik verändert... Und indem man halt irgendwas anderes einstellt... Und es hat nachher der Chat auch geschrieben, dass es halt an Dive X11 liegt... Dass man auf X11 zurückgehen müsste... Und dann hat AMD da mit weniger Probleme... Aber das haben wir dann auch alles erstmal zu vielen gesagt... Ey die beste Lösung ist jetzt einfach Stream aus und beim nächsten Mal! Assassin-Bot genau! Wieso hat sie denn jetzt die alte Pose wieder angenommen? Ja... 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 Also es gibt einen Ingame-Shop, den braucht ihr aber nicht... Also ich kann mir eben über Store was holen... Habt ihr gut auf Chat aufgepasst? Ne... Die waren artig... Ja... Glaube ich... Chat... Ihr dürft ehrlich sein... Nackig... Mein Chat hat sich nackig gemacht... Ja das ist doch super... Ist artig... Super... Genau das... Was wir brauchen... Die Leute haben übrigens sehr viel Spaß bei mir im Chat mit uns... Vier als Konstellation... Wir wurden ignoriert... Ist auch super... Ja aber dafür habt ihr... Dann hört halt ich das Kompliment von meinem Chat... So wir machen jetzt hier die schwerste Mission... Wenn ich den Chat ignoriert... Das ist mein Chat quasi... Ja... Das stimmt natürlich... Wir haben uns voll alleine gelassen... Das stimmt nicht... Ich bin jetzt befördert... Ich habe jetzt einen grünen Anzug... Jetzt sieht man den Schleim nicht mehr so gut... Ein bisschen... Das ist wie der Captain... Der ein rotes Hemd trägt... Beim Kampf... Die soll von Dumbless... Schöne Grüße an Ecke ausrichten... Oh... Dorothee... Danke... Seht ihr das Chat... Wie... Wie die euch ignorieren... Für eure Komplimente... Die ihr gegeben habt... Und keiner darauf reagiert... Habt ihr das gesehen? Ich bin die ganze Zeit... Auch auf dein Chat mit eingegangen... Ja... Die Freite Chat wurde... Chat wurde quasi geact... Ja... Ja... Ihr wurdet geact... Stopp... Die haben... Wir brauchen dann alle eine Delfin-Therapie... Die sind das nicht gewohnt... Hm... Lassen die Delfin-Therapie raus... Die können dafür nix... Zenturion möchte auch Ecke grüßen... Auch von Scully Alexander eine grüße... Ach der Scully... Äh... Grüßt euch alle... Schön, dass ihr da seid... Und... Tut mir leid, dass ich nicht am streamen bin... Äh... Kurze... Da ist nämlich eine Evakuierungszone... Direkt daneben... Hm... Was ist das hier für ein... Was ist das hier für ein... Dann lass uns das hier für ein... Was ist das hier für ein Strahl... Das ist zeigt, dass du erst die Startcode... Und hier schaffen... Und dann gehst du... Links... Äh... Die Startcode eingeben... Okay... Oh... Muss ich jetzt eigentlich so sprechen... Bitte nicht... Halido... Ganz viel Spaß und danke... Dann weiß ich nie, was vom Spiel kommt... Und was du bist... Gut... Puh... Habe ich nicht im Buster gekauft? Ja... Okay... I'm ready... Oh, der Planet sieht aber schön aus... Ein bisschen grün... Ich sehe gar keinen Planeten... Ich sehe nur, wie wir runterfliegen... Ja, aber eben als wir runtergebummst wurden... Da... Gucke... Ich sehe jetzt Wolken... Aber dahinter... Hinter den Wolken... Da ist... Hinter den Wolken... Jejeje... Jejeje... Jeje... Freiheit... Wohngrechtssinnlos sein... Jeje... 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 Die Demokratie... Oh Gott, da steht fast... Ihr könnt hinter die... Da könnt ihr auf die drauf schießen... Hinter denen sind... Sitzen die drauf... kommt mein juckt dahin warum mein beinnehmer warum was ich mich nicht wasche ich dachte du hast du schon vor dem stream ja wie euch denn das danach nichts mehr juckt es fällt sich im sand da ist doch duschen oder zu benutzen werde ich aber auch heute 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 werde ich als werbe lufts logo warte mal kann man das hier unten kaputt machen was ist denn hier das lohnt sich das spiel wenn man keine freunde hat ja weil du hast du nicht solche leute ranger lebt auf arakis ja ich habe gestern noch mal die und eins geguckt jetzt als vorbereitung ja bei mir finde ich richtig geil den film alter ja weißt du was ich war zu premiere eingeladen und die war am montag den ersten prozess und du warst nicht da ja weil ich die man die zeit mit ihr verbracht habe ich hätte sie nicht verübelt wenn du da gesagt hättest ich will die ihre premiere da angucken ich würde auch zu probieren eingeladen werden kann man jemand diesen nervigen roboter abstellen im hintergrund hat ihn jetzt mal wieder geholt haben wir ihn jetzt gemütet wieder geholt aber ich bin wieder geholt und komme nicht raus verstehe ich stecke fels war das dringend gut hier oder selbst von hinten gepanzert oh mein gott die kam ja da hier in diese diese fabriken da müsst ihr oben die luken reinwerfen eine granate einreicht oh mein gott das ganze sind halt ein bisschen schwieriger als ein bisschen da wir uns ja so gut schon bei dem wachs geschlagen haben wir haben uns geschlagen ich habe die rakete gefangen ja zurück darf einem hilft ja eher weniger gegen eisen ich würde sagen das hilft auch wenn die dann schmiede mal eisen in dem das anzündet anfälliger ich hatte eine kontaktmine habe mich gekillt helldiver breit ist der etwa alkohol im spiel holen wir die schon wieder noch ganz gut genau und mir noch nicht wieder alter wo wirfst du mich denn hin ich sehe das doch wo du mich hin wirfst du warten seien überhaupt wieder kommt ja achtung irgendein anschlag singt von mir das erste mal da ich die mache geschießt auf eure eigene stellung feldreife der breit ich möchte mal ganz kurz festhalten dass ich gerade durch ihn gemacht bekommen habe geil jetzt habe ich auch ich habe noch nichts gegessen wieso hast du noch nichts gegessen also ich habe jetzt vollkontost mit veganen eiersalat und vegana teewurst man sehr zufrieden warum hast du noch nichts gegessen du bist doch schon eine ganze weile wach ja aber irgendwie keine zeit heute gehabt wie keine zeit gehabt fürs essen die ganze zeit auf achse gewesen wir müssen hier noch in die andere richtung bevor jeder hoch lauft ich glaube gerade ecke hinterher wir haben da gar nicht mitgenommen weil es wegen wieder hochlaufen müssen wir müssen die staatscodes beschaffen von einer interkontinental rakete ich habe hier einen bogenwerfer weißt du ranger weil ich heute zum mittag hatte ich hatte einen vegetarischen dünner war auch sehr lecker warum erzählst du mir das jetzt ich bin genau das ist der grund den habe ich aber schlecht geworfen jetzt können wir in die richtung laufen wo ecke jetzt können wir in die richtung laufen wo ecke gerade alleine camping braucht kann er mal zu kurz zu mir kommen ich habe noch nachschub liegen ich bin dort wird verbrannt alter ja da kann da kann schon mal passieren wenn man einen halben kilometer vom rest weg ist das war eine blöde idee vorsichtig ich habe mich durchgeworfen positionieren von wegen wenn jemand nachschub braucht kann man sich den hier holen um uns dann zu töten ich habe gewarnt so ist das und los geht's hier ranger hätte jetzt gegrinst und zugeguckt müssen wir hin das hat er und das wäre die gleiche grinsen gewesen wie bei entschraudet ich als wir uns erstmal schutz weggesammelt hat ich habe nie gegrinst ich kann gar nicht grinsen natürlich nicht ich bin gerade explodiert vor freude los geht's bereit demokratie zu verbreiten demokratie hab ihn jemand rennt am boden ja ja das bin ich habe ich schon wieder geholt mause und ich weiß nicht wieso ich nach dem satz bin dass ich das war als nächstes geben was zu dem wir hätten den glaube ich daran hindern soll das ding hochzuschießen habe ich irgendwie das gefühl der war das macht nichts schlimmes glaube ich bord abwurf entdeckt vielleicht macht es doch was schlimmes ein bisschen weiter rüber nicht so weit drüben ecke schießt vor hinten auf den atst ja atst star wars ach so oh ja all terrain scouts das da irgendwas ich habe hier mal atas genannt das sind die großen das ist ja das ist ja das ist der ort die all terrain amort transport das ist der atat und der atst ist der all terrain transport das ist gerade gar nicht genau wofür das beste jetzt noch mal stand ich habe die elektrik battlegrounds gespielt ja das war jeder der erst gespielt hat er kann das alles auswählen er ist auch ein gutes strategie spieler wundert mich das nicht ich bin morgen erst mal ich bin morgen erst mal das spiel ich nicht aussprechen kann farthest frontier genau ich spiel sonntag ein spiel das ja auch sehr gefallen könnte und zwar parkitekt war ja im monat august die streamerinnen die die meisten stunden im park beyond verbracht hat weltweit glaubt da habe ich dich auch kennengelernt weil ich da weil ich dich glaube ich weil ich mal gerechnet für nach parkbio und achtung das sind wir noch wo ich mag das spiel wirklich sehr mag aufbau spieler ranger hast du eigentlich schon mal meint aber magic gespielt aber ich habe das bei dir gesehen das finde ich echt gut das entwickelt sich gerade auch immer besser ich habe in letzter zeit viele mit dem spiel gesehen aber irgendwie habe ich das noch nicht so abgeholt komm lass uns mal zu meiner nächsten markierung laufen sonst lauf die wir gerade gegen andere bevor die euch wieder in den rücken fallen ist nicht so schlimm die kannst alle da stehen lassen aber die fühlen sich dann ignoriert das wäre gemein da ist eine rakete geflogen ja und hat er erst an die er muss dass ich bestätig war ich glaube ich dass einer nichts hat hier drin unendlich munition das ist wirklich aber ich kann ganz schießen und das ist keinem lauf dir weiter in diese richtung hier seltene proben sind wir gehen schon mal langsam in die andere richtung ich will aber nicht vorgehen ich gehe vor das große rote ist wieder so nests oder eine fabrik ranger der art rifle und das laser gewähren unendlich monia ja das klingt licht war ja bogengewehr greife ja spiel da liegt da hinten irgendwo rum ich habe sie da auch noch nebenbei ich habe dann das ist nebenbei ja ja wir fahren wir fahren verein haben wir gemacht alles glaube ich ja da hinten ist was da hinten ist was und ich bin schon fast wieder tot halt dass der bogenspanner geil wir sind im arsch von der pk auf gelernt wer hat denn die direkt neben uns geworfen ich meine fabrik auf die andere seite ich glaube da kommt was raus da muss man kommen aus dem fabriken bau naja ich gehe von der linken seite rein die sind auf der rechten seite ich hoffe ich treffe kobe abgetroffen gott ich bin tot scheiße nein da ist ja okay jetzt weiß ich was hier auf uns geschossen hat hier ist ein turm hier muss einer entweder mit orbital drauf schießen oder mit rückstoß freien hast du eins von beiden ich weiß es nicht wer hat denn da fast wer hat denn da fast ecker auf mich drauf geworfen ich habe ich habe geworfen oh mein gott die granate ist abgeprallt höre auf mit der stimme das ist ja ich bin auch tot aber ich habe vorher noch das nest geschlossen ich krieg's nicht kaputt einer muss man den trug ablenken deswegen sollte einer von euch den turm ablenken dann kann ich den nämlich platt machen also werfe ich euch jetzt auf die andere seite ok oben auf dem auf dem ding drauf hast du tun ja er sieht aus dem panzer turm das bin ich scheiße da hat mich da unten erwischt ihr müsst von hinten auf den drauf schießen mit irgendwas explosiven mit der explosiven rakete oder so ich bin wieder tot hat nicht geholfen lebt immer noch wie weil das habe ich ein lieb nicht mehr wohl euch wieder aber achtung hier sind der lebt immer noch der lebt immer noch deswegen mit hauen lebt einiges machst du schön dass da was safe call des todes wrong call des todes im wahrsten sinne wieso hat er denn ketten wegen warum hinterher jetzt ist das verstört ja nicht doch 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 jetzt ist er kaputt ich habe ihn hinten auf dem wird so geschossen ist das unser geschützt um hier ja auch gar nicht dahinten ist noch so eine fabrik die müssen wir auf jeden fall ausschalten kobe er hat nicht getroffen der aber auch nicht dass einer durchgelaufen er war über herde echt viel los ich habe eine granate vor meinen füßen runter gelassen ich wollte drücken aber ausversicht gedrückt dann lasst uns mal schnell weiter laufen zum ziel damit wir das nicht erfüllt haben schon mal hier noch mal kurz eben ich glaube hinterher ich muss mal kurz sachen einsammeln die liegen hätten rum super viele wüsste ich eigentlich warum wir brauchen man die seltenen proben und so eigentlich alles irgendwas freischalten ja für deine schiffs modifikation und so was ist und ich mich jetzt nicht hinlegen da unten müssen wir hin ja da müssen wir schnell runter wir hatten das maschinengewehr dahin geworfen ich es sah sehr schön aus wie du deinen flachkörper vor mir gemacht habe ich liebe dass diese rektor animation wir haben viel bessere waffen als wir das war unfair schnell wenigstens die mission erfüllen hinter uns vom berg und renderern gerius hinterher ranger um ein bisschen zu schützen das ist ein geiles feeling dieses game alter what the fuck es fühlt sich durchgängig an als ob du eine film bist oder ja ja das ist das ist so extrem ja der hat mit einer rakete gegen meinen kopf geworfen aktivieren jetzt müssen wir die regelung wieder da unten öffnen welche regelung die von dem silo hier die gute alte interkontinental interkontinental rakete genau die inkontinente rakete sturz animation aktiviert aber hinter mir ist einer warte ich komme hoch hinter mir war einer läuft kommt habe ich angefordert dankeschön hast du ihn da rein das ja man kann ja man kann ja lenken okay da kommen sehr viele im süden weil es sind gar nicht so viele abgefeuert aber fette ich glaube nicht dass so viele kommt ok ranger fände ich was denn helfe waren gilt ich habe ich habe da nur vor der sache reingeschossen mordwahl language das gibt es nicht ich muss hier ach warte mal ce5 ah ok ich knall dich gar nicht runter man tut mir leid tut es dir das nächste kommt terminus aktiviert rakete wird betankt aber wenn man auch in das kriegsgebiet da reinläuft ne also darf man sich auch nicht wundern hat man dann stirbt hast du mir eine stahlwalker weggenommen hier frech 80 prozent und durch 10 9 wo wird die abgeschossen ich will das sehen ich will das sehen da 3 2 1 go nicht eins von unseren schiffen abschließen bitte ja danke wie der mandel auf einmal weg geflogen ist jetzt können wir weiter sachen einsammeln ja ich habe schon was markiert was erhältst du davon ranger äh wo nordosten ja aber währenddessen können wir eine kleine sehenswürdigkeit vorbeigehen noch ein paar fotos machen wo kannst du sagen nochmal die ja die schlägt ein wie krass im norden jetzt sieht man noch das letzte bisschen jetzt ist er verpufft die ist im Norden eingeschlagen die rakete der fuck alter wie gut ist das denn die Atombombe gebaut und dann die Atombombe wirft ja nicht ja die Atombombe ist im Norden explodiert das war die Explosion die jetzt gerade gehört habt aber ich hätte aber seines gespielt ne aber helder was eins war auch ein top down shooter ne ein top down shooter die äh im multiplayer an einer konsole spielen konntest ja das ist so krass was sie da grafisch draus gemacht haben aus dem ding das ist hier für ein wettchen das ist umgeschlagen vielleicht wegen der Atombombe wir müssen jetzt langsam wirklich zum zur evakuierung kommen wir haben nur noch zwei revives das muss die evakuierung kannst du die einmal Achtung ich bin schon die richtung in die wir laufen einfach Nordosten hat eine Raketenwerfer aufgedrückt Au Au Einfach Nordosten okay ich glaube Au Au oder nein man muss die Evakuierung doch die ist da Nordosten Orangener Pfeil der nach oben zeigt so mag ich einer wiederholen dazu schon markiert Ja Wolt jemand Ecke wieder Ja scheiße Moment Oder lande auf dem Oh Gott Hinter dem Wolle sind ganz 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 Ja ich weiß es wegen René Ich weiß nicht wo ich lande Ich lebe mir Sicher? Uh Du bist zwuweißig Du stieß nur um mir Mein Gott Ah Ich habe Nachschub angefordert aber währenddessen wurde ich angeschlagen und habe das irgendwo nach ins nirvana geschmissen ich habe ein fans vergessen ich gehe mal das ding aktivieren die evakuierung ja hat jemand jetzt komme dann auch gleich bei der evakuierung ist gestört ja weil wir zwei minuten ob man die hoch an jammer haben die die roboter das ist so eine störung von funk genau ganz viel spaß liegt doch immer ab schon worte hier ist immer zwei minuten werden die abgeholt plötzlich haben wir uns mit terminator angelegt ja abwechslungsreiches spiel es ist deprimierend wenn man kriegst erledige ein ziel auf über 100 metern und du nicht mal geschossen hast sondern ist ein gettling gen war das sehr deprimierendes gefühl schon wieder tot ich fordere verstärkung nebenbei unsere letzte er wird der luftunterstützung er wird der hobby 50 sekunden nicht da rein renne ecke danke ob es eine ego perspektive gibt ja ich schieße links ein mittlere maus hast du wenn du ziels aber einer hat nicht keiner doch einer was hast du denn auf den was hast du auf den gehauen ein orbitalschlag aber der ist es geht mal lieber da weg denn er ist schon durchkommt er ist durch ok ja du kannst das an die dran heften es geht am leichtesten bei wachs aber auch so am panzerung aber das nicht dran heften ich bin schon wieder tot ich bin von denen in das schiff reingeschleudert wurden bei einer explosion ecke ich hätte ich gerne mitgenommen leider hast du einfach zu lange gebraucht was soll ich sagen ich bin die letzte halbe stimmig nur gestorben ja weil du so viele solo abenteuer machst probiert immer wieder zu laufen oder mich immer gestorben die teamkommunikation scheint zum besser zu werden sagt dankeschön dafür ja ja ich gehört was nur drei sterne weil wir ecke verloren haben man ich glaube weil es auch wirklich wir haben keine nebenvision gemacht bedauerlicher sieg bedauerlich aber sieg jetzt werden auch mal besser ja ich habe mir abbekommen ich bin fünf ecke ist schuld irgendwie tut mir leid ich fühle meine uniform aussieht sehr fräulich so ranger zwei eliminierung mehr mann 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 aha aha können wir mal darüber sprechen unfälle wer die meisten unfälle hat gut ich habe auch zwei aber was sehe ich da oben yv raldis hmmm was ist denn da passiert können wir mal darüber reden hmmm lern vom besten ja ich hab dich jetzt vor mir was soll ich machen was ich hab da also ja ich sag nur mal ecke und rhino null mhm mhm die trefft ja auch nichts eliminierung 99 nur zwei weniger und unfälle null nimmt man deine zwei unfälle ab weil das zu den eliminierungen gilt sind wir auf gleichstand ich hab nur gehört null das weniger meine ich natürlich das das wollte ich sagen weniger was mache ich wie lauf ich 3,7 kilometer evraldes 3,9 ranger vierecke 6,9 kilometer ich was mache ich vielleicht jetzt die ganze im kreis ich weiß es nicht brush tactics with general brush das nennt sich ich bin ich bin flanke ich flankiere ich mach was doppelt so viel laufdistanz wie ihr ich bin ja kauf das sind die poster was ist das denn hier premium premium pass ich kann mir ach nee schade ich wollte grad sagen ich kann mir flammenwerfer holen aber erst ab stufe 10 spring liberator ich will dieses gewehr haben aber ich muss eins sagen mein wecker geht um sechs von daher würde ich mich auch jetzt für heute aus klinken man muss immer die letzte runde ankündigen dann muss man die letzte runde ankündigen gut ich dachte nämlich ich hätte das bei den bots gesagt noch eine runde bots aber da war ich wahrscheinlich auf toilette also habe ich es nicht gehört also auch so keine letzte runde angekündigt hat er nicht kann ich auch bestätigen tja müssen wir noch eine runde machen ach schade aber auch auch milz die gehen schnell die geht nur 12 12 minuten die nehme ich rein aktiviere orbital düsen dann hier in die mitte rein was soll schon passieren was soll schon passieren jetzt mal ganz ehrlich da kann nichts passieren was müssen wir machen search and destroy bei nicht angnügung sind es noch zwei runden ja genau das sind die uno regeln halt nicht du kannst auch eine reverse karte spielen du musst der andere auch nochmal zwei ich spiele am samstag mal wieder und stream die letzte runde die ich gespielt habe hat fünf stunden gedauert ich war nass geschwitzt das war wild ich bin nie mit schwabbel uno er ist ein größter feind oh gott atsd ist alles das dieses spiel ist so stress ich habe ich niemals zum husten jungen das hat sich eher wie weinen angehört aber ja das ist aber auch kein wunder also ich kann es für dich nicht unterscheiden hohoho my heart genauso oft we go oh ti vorsichtig orbital destag nach hinten danke ich hänge hier irgendwo fest leister ich habe da wird da war wieder ein orbitalschlag also jetzt kann er auch nichts mehr da waren wir streubomben mit auch nicht ich habe nur sprachen dabei und zerstöre alle roboterfabriken ja ich glaube wir sind zwischen allen roboterfabriken die es auf dieser karte gibt das ein bisschen schwierig wir sollten uns in eine richtung entfernt wo hier ist los ich habe gerade ich kann ja was lesen ich will es nicht lesen ich bin nur diese für uns oder gegen uns die sind für uns hat wenn da was leuchtet dann ist das ein booster da musst du drauf gehen hier leuchtet alles rot da wo ich bin nicht hier ist was grünes von hier aus kommen wir auf jeden fall locker flockig los da hinten sind schon wieder die geschütztürme kommt wir haben kurz die minuten ach du scheiße hier lang ihr lang warte müssen wir hier hin wahrscheinlich hier lang in diese richtung ja genau das markiert hat machen wir den kleinen oder den großen den kleinen jahren aus der lustigkeit sonst haben wir nämlich hinterher probleme müssen aber aufpassen von dem anderen von den großen dingen aus werden die kalte schütztürme zu uns rüber schießen ganz kurz ich komme und ich bringe freunde mit die sind gerne eingeladen aber die müssen sich die schuhe vorher putzen kein problem wir haben anstand können die auch ein handstand das stimmt wenn man sie zu zwingt auf sich zu zwingen los ihr macht jetzt einen anstand wenn ihr in meine wohnung wollt okay das merke ich wieso ich bin oben da ist auch kamin fällt direkt an der wand entlang der funktionierte orbital schlag freut mich mal was ist denn dadurch dann gerade wie eine möwe aber eine ziemlich bekämpft das war eine eine angriffsmöwe das war ich doch ich wusste nicht dass ich das schade ich wünsche mir wunderschöne nacht ja gutes lächle gab durch wohl schlafen dass ich mir vorgesehen werden die hände schönartig über die bettdecken da sind panzer da kommt der panzer die hände schönartig über die bette möchte einer euch von euch übrigens mich wiederholt da kommt ein panzer ist er uns auch verstehst du weit ich habe ein panzerabwehr mensch wo ist er hat hier die mariko von der fetten festung mit kuh da kommt zwei höllenbombe soll ich die mal werfen habe ich gemacht mal gucken was passiert so da sind die richtigen fragen wie soll sich ranger das bein kratzen wenn die hände über die bette sind man kann mir diese kleinen geschützt auf jeden fall nicht gegen einen panzer ankommen ich muss bitte einmal wieder geholt werden schon gemacht auf was schießen wir jetzt eigentlich auf dem panzer der steht wo es den panzer direkt zwei stück davor vor vor uns ich habe noch ein orbitals schlag braun und orbitals schlag wir haben ja vielleicht irgendwie eigentlich gehen wir von hinten nicht um ob ich den irgendwie so überfallen kann die sind kaputt 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 war noch einer wo ist doch einer ach ich habe aus versehen eingebieter damit denn jetzt vernichtet aber wie hat er mich vernichtet da hinten ist dahin sind auch noch geschütztürme die panzerkanonen ausgestattet sind also wir haben jetzt quasi die panzer reception hat mich überfahren aber ich stand daneben abgesetzt stimmt da ist eine höllenbombe was machte jetzt was passiert jetzt mit der höllenbombe also ich habe auch eine geworfen gar nichts passiert das ist krieg ich glaube wir sollten immer noch wir sollten über zu der anderen gehen die höllenbombe sagt gerade wie der hingehen zu bombe ok ein bisschen einsatz aber wir müssen jetzt über das feld drüber los lauft wenn ich aber das feld drüber gehen müssen wir angriff der geschützturm noch aktiv ob der skater ist nicht kaputt er ist nicht kaputt er ist nicht kaputt er ist nicht kaputt ist nicht kaputt ich bin da wir haben nur noch fünf minuten ok höllbombe scharf ist auf dem panzer drauf welchen panzer der direkt hier vor uns steht weiß nicht was passiert das hat ja super funktioniert höllbombe panzer ist weg der panzer ist die ganze zeit schon kaputt der war schon kaputt der zweite nein ich glaube ihr habt euch geguckt es sind drei gegen zwei hier ich bin scheiße scheiße ok so das wird total einfach zwölf minuten machen wir also ich bin habe jetzt ja ich bin echt unglücklich über die gesamtsituation scheint der panzer mit ich bin tot die kanone zielt auf mich das nicht so gut glaube ich die bombe ist dafür dafür das gebiet zu zerstören wo ihr seid werfen wir so eine bombe auf die festung wo wir vorher gewinnen kann und geschützt habe ich auch gekriegt das ist nicht gut ich weiß mich gerade mittenrein muss ja irgendwie vorankommen das ist der dank oh mein gott ich bin direkt wieder tot kann er versuchen auf dem geschützturm zu landen sagen wir haben wir überhaupt noch eine aufgabe hier ja noch zwei dinger schließen aber hier kann ich noch einer wiederholen müssen an den anderen ort oder war sehr schön ihr müsst ihr mal ablenken damit ich den anderen auch anschließen kann ja man josef macht gut ja dann ich mache den lokum ich bin tot ja ich hole euch ich muss erst mal selber aus der schlussbahn zu gehen immer diese falschen prioritäten haben noch zwei minuten das glaube ich nicht so viel ja ich glaube wir haben doch keine fabrik mehr warum sind wir denn noch scheiße ich habe ich nicht hier weg kommen ich werde ich gerade in die gegnerin zweiter ist auch platt sehr leid so wir müssen aber immer noch die ist noch ein panzer wir müssen immer noch welche sein das wird immer noch rot angezeigt das gebiet ja da ist ja auch noch so eine moped ohne kann den dings da muss da rein muss die granate ja ja genau das müssen wir noch kaputt machen müssen noch zwei davon kaputt machen überhaupt deswegen aber auch von anderen seiten auch hier ich habe markiert ich habe markiert habe ich komme ich laufe auf dieses ding zu eliminiert von strategie ecke ja durch meine minen glauben warum wirst du den minen auf dem weg zu dem was wir kaputt machen ich bin ich bin bei dem ding ich versuche es kaputt zu machen hier werden panzer hergestellt ja ich habe es drinnen gerade okay jetzt müssen wir einmal richtigen noch kaputt richtung norden hoch und dann haben wir es dann müssen wir ganz schnell immer studieren alter jetzt hat auch die nein 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 da jetzt nicht euer ernst dass ihr jetzt genau alle sterben zwei minuten vorher schnell alle rufen oder selber sterben dann kommen wir alle auf einmal einer von euch muss noch einer von euch gleich ja ich bin ich komme ich bin tot du musst jetzt alle direkt anfordern in einer minute ist vorbei sonst wo dich anfordern sind von nachschub nehmen von verstärkung alle angefordert ja war kaputt gemacht weiße ich bin hinter dir schießt auf die was getroffen ist nicht getroffen hat nicht getroffen falls wir eine geworfen haben wo müssen wir hin und danach müssen wir direkt zu meiner markierung der orangenen bei 2 40 kaputt machen wir müssen noch eine kaputt machen ja da kann sein reinwerfen und dann müssen wir nach 24 0 da ist die evakuierung habe dann los 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 1945 bisschen implication gibt auf jeden fall weiter links weil sonst ja der blaue strahl da müssen wir hin vorsicht links werden wir müssen besucht also nicht zu weit links laufen wir haben gar nichts mehr die schiffe sind jetzt aus dem orbit raus das sind moderne sie haben sich schon gegenseitig zerstört der eine ist gerade in die andere luft links eingelaufen aber ihr haut nicht ohne mich ab oder nein 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 also ein meiner so das kommt uns an sagen wir mal so wer sonst gemein ich kann sich aktivieren also tut wieso kannst du es nicht aktivieren ach so dass wir das kommt schon das kommt schon das minute noch das kommt automatisch der missionen ende kommen die genau ich habe jetzt kurz die kurz überlegt 40 sekunden noch hinter die ranger liegend von hier aus ja also nicht ich schieße ich schieße ich mein gott guck geschossen hallo sie haben mich zertrumpelt sie sind auf mir rumgetrumpelt jetzt kommt ich habe das gefühl dass ihr die mit niedrigerem rang immer wieder zurück nein nein ressourcen schon die wertvoll ausgebildeten am leben lassen beim rest vielleicht kriegen wir jetzt fünf sterne ich glaube es werden zwei ich würde sagen einer mitleidenswerter sieg oder so 3 3 3 und das ist schwierigkeitsbedauerlicher sieg was ist denn dann ein stern ja so ranger und kinder zuerst ja nämlich nämlich wenn ich mich so evakuieren kann dann wenn er die stimme durch 0,000 ein prozent ist verbessert das ding ist halt ich habe mit ranger immer nur gespielt wenn er an gerius war das problem ist ich weiß jetzt nicht welcher ist der wagen ranger wir haben satisfaktorie gespielt ja okay und fans of the forest ja da also ja 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 also ich äh ich spiele am wochenende wieder dann kann sie gerne dazu kommen dann gehen wir mal in den höhle rein nein weg mit dem horror das ist doch kein horror können wir nicht furbys welt oder so spielen wir haben heute viele gute haben etwas verloren man merkt ja das weiß ich aber der ist das hier und ich wir haben nicht mehr der shotgun oder hast du auch mit der shotgun ne war nicht mit der shotgun unterwegs genau sieht man so an der anzahl schuss ja aber ich habe zum ersten mal den ranger eliminierung geschlagen das war doch ein würdiger abschluss für mich das hat mich wirklich deprimiert das spiel macht echt spaß also wenn ihr nochmal spielen wollt sagt gerne bescheid können auch zu dritt noch weiterspielen ne falls ihr noch nicht genug habt also ich wäre noch mit dabei ich weiß nicht wie es bei euch bei ranger aussieht der sieht nicht begeistert aus ich muss gerade überlegen ne ich glaube ich muss feierabend machen vor allem auf